Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Bonus-Video für die GDI-Kampagne von Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Und klein für das Video könnte ein bisschen untertrieben sein, denn ich plane für dieses Video, alle Missionen auf schwer zu spielen, die wir noch nicht auf schwer haben. Und ich wollte das eigentlich als Livestream machen, wie ursprünglich gesagt, aber ich glaube, das wird fürs Timing ziemlich schwierig, denn zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich das jetzt hier gerade aufnehme und was machen will, fehlen noch an die fünf Folgen, glaube ich, die noch nicht released sind. Und ich würde das gerne vor die Not-Kampagne reinplanen, aber nachdem ich mit der GDI-Kampagne durch bin, einfach nur, ähm, ja, um jetzt nicht, das wäre irgendwie komisch, wenn ich jetzt hergehe und die letzte Mission, jetzt hier, ähm, Ground Zero, einfach mal spiele auf schwer, bevor überhaupt nur mein, ähm, mein Let's Play auf normal dort angekommen ist. Von daher denke ich mal, packe ich einfach alle Missionen einfach in ein Video, als Bonus-Video, was dann wahrscheinlich ein bisschen länger gehen wird. Werd versuchen, Timestamps reinzumachen, dass ihr alles sehen könnt an Missionen, was euch interessiert. Und ich schau einfach mal, dass ich es in einem Video bekomme, aus es dauert jetzt zehn Stunden oder so. Ähm, ich hab aber ein paar Tipps bekommen, die ich in den Kommentaren gesehen habe, die mir auf jeden Fall weiterhelfen werden. Und ja, wir fangen mit dem ultimativen Nemesis an, was wahrscheinlich auch die schwerste Mission werden wird von allen, wie ich finde. Kroatien, das wird ein Spaß. Aber, es gibt eine Sache, bei der ich mich jetzt ein bisschen zuversichtlicher fühle, einfach nur, wo ich mir einfach dachte, warum hab ich daran nicht gedacht? Ich wusste es ja sogar noch im Hinterkopf. Und zwar, man kann Bunker bauen in dem Spiel. Infanterie kann sich einbuddeln. Ja, ja, Energieniveau, bla bla bla. Komm, ran da. Ähm. Ne, das war, das war. Okay, machen wir erstmal überall ein. Wir brauchen Infanteristen auf der Stelle. Wir brauchen Rakettentruppen da. Die Infanterie kann sich eingraben, das braucht Geld. Und dann kriegen wir Bunker, wo zwei Infanteristen reinpassen. Und da können wir beliebig was an Infanteristen reintun. Das ist so nützlich, diese Info. Das hatte ich total vergessen, dass das ging. Hi Ken. Guten Tag. Ja, so ein bisschen. Ich wäre gerne eine andere Mission, wenn du mich fragst. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Einmal drin. Und grundsätzlich, ja, wie ich es mir schon versachte, es gibt auch eine Möglichkeit per Rush die Mission sehr schnell zu lösen. Nur ist die Sache die. Ich bin nicht so der Rush-lastigste Spieler. Und bei einem Rush musst du auch wirklich genau wissen, was du tust und genau die Mission kennen. Und gut, ich kenne die Mission mittlerweile schon ein bisschen besser. So ist es nicht. Aber ich weiß nicht, ob es gut genug ist. Für das, was benötigt wird. Ausbildung. Okay, das geht noch. Das geht noch, das geht noch. So, Truppen im Arsenal. Ach, wir haben kein Arsenal. Upsi. Paketentrupp einsatzbereit. Infanterietrupp. Ja, Sir. Infanterietrupp bereit. So, ich würde mal ganz kurz warten. Verstanden. Kommander. Systeme bereit. Oh, hi. Wir werden angegriffen. Gebäude online. Es reicht aber von der Energie noch. Wir werden das Bonus-Ziel machen, dass wir... Das Bonus-Ziel, dass alle Sachen überleben wollen. Wollen wir mit kompletten Bonus-Zielen spielen? Das ist die andere Frage, ne? Haltet die Waffen bereit. Alles klar. Einbuddeln, bitte. Ähm. Das Bonus-Ziel hat sich eben in Luft aufgelöscht. Shit. Will ich es mit Bonus-Ziel schaffen oder nicht? Das ist die Frage. Ich meine, wir haben alle Bonus-Ziele schon auf normal gemacht, aber... Ja, alle Bonus-Ziele auf normal ist nicht das gleiche wie alle Bonus-Ziele auf schwer. Ja, danke, danke. Kein Applaus, bitte. Ähm. 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 Okay, ich müsste eigentlich die Infanterie nicht runterziehen, ich muss nur schnell genug den Turm da reaktivieren und die Energie umverteilen, dann sollte das funktionieren. Ich versuch's mal mit Bonus-Zielen, wenn's zu hart wird. Mein Haupt-Ziel ist... Ähm. Andersrum. So, so. So. Online nehmen. Schießen! Schießt sie weg! Jawoll! Nice! Ihr buddelt euch jetzt mal ein. Hier haben wir eigentlich nur feindliche... Genau, hier haben wir eigentlich nur feindliche Einheiten in Sicht, richtig. Kann man den Bunker eigentlich nochmal reparieren? Das ist eine gute Frage, ne? Einheit bereit! Raketen-Trupp einsatzbereit! Raketen-Trupp einsatzbereit! Deck auf! Ausbildung! Gebäude offline! Ja, nice! Ja, sowas hilft natürlich gewaltig. Von da oben kommen nur Fahrzeuge. Raketen-Trupp aufgepasst! Raketen-Trupp einsatzbereit! Allgemein möchte ich auch mehr Raketen-Trupps einsetzen. Einfach so typische Sachen, die man, ja... Wie ich schon gesagt habe, was Missionen angeht. Nachher ist man immer schlauer im Sinne von, wenn man weiß, wie die Missionen gespielt werden sollen, dann ist das natürlich immer einiges einfacher. Als wenn man das nicht weiß. Wer hätte das gedacht? Ziemlich offensichtlich. Ähm, hier geil. Ähm, mach den mal weg, bitte. Dass die so eine Range haben. Aber gut, das war schon immer ein Command & Conquer so. Dass Raketen-Trupps irgendwie über die halbe Map schießen. Ah, ich kann Bunker leider nicht reparieren. Das wäre auch zu schön. Aber es ist trotzdem effektiv. Ohne Scheiß. Da kann ich jetzt hier wirklich eine komplett eiserne Verteidigung aufbauen. Hoffentlich. Können Ingenieure das reparieren? Das ist ja die Frage, ob es das wert ist. Oh, ich würde schon sagen, ja. Okay, da drüben bräuchte ich dann auch mal ein bisschen was. Und ja, man könnte diesen Stützpunkt oben raschen, auch mit Ingenieuren rein. Wie mir gesagt wurde, dann kann man da einfach die ganzen Sachen übernehmen. Soll auch gut funktionieren. Aber ich versuche es mal mit der defensiven Variante. Allgemein soll es zwei Varianten geben, mit denen man die meisten Missionen gut schaffen kann. Und ich habe mich für eine blöde Zwischenvariante entschieden. Entweder man geht voll auf Rush oder man geht voll auf Einigeln. Und ich versuche meistens ja so ein Zwischending zu machen. Wo ich hergehe. Nee, kann nicht. Okay, aber ich habe schon mal einen Ingenieur da. Ich könnte einfach einen neuen Bunker buddeln dann. Kostet ja nur 100. Ich weiß gar nicht, ob die alten Einheiten im Bunker dann kaputt gehen. Aber diese Bunker sind schon praktisch. Ich finde es schon bloß, die könnte man reparieren. Okay. Nice, nice, nice. Und für die linke Seite bräuchte ich dann so schnell es geht. Ja gut, Grenadiere. Oh nein. Nein. Wann habe ich ihn gespeichert? Das war gerade eben, als das Ding kaputt ging, ne? 31, ja. Ich kann mal gucken, ob ich es retten kann. Und genau jetzt kam... Habe ich das Einsatzziel trotzdem... Unsere Basis wird angegriffen. Nein. Es lebt noch. Jetzt habe ich das Bonusziel erreicht, oder? Oh, nice. Jetzt ist mir egal, was mit der Versteigung passiert. Oh Gott, war das knapp. Gut, es wären nur zwei Minuten Progress gewesen, aber jede Minute zählt hier bei einem Video das Potenzial. Die eine oder andere Stunde gehen kann. Es werden wahrscheinlich auch mehrere Aufnahmetage, die ich dann zusammenschneide. Straße blockiert. Nehme Alternativroute. Nimmst du den Scheiß, nimmst du. Wir werden angegriffen. Kommander, wir sind in der Stadt in einen Hinterhalt geraten. Schicken Sie Verstärkung. Die Mission ist wirklich purer Horror. Initialisiere Video-Affekt. Der MWF-Verstärkungskonvoi-Steckfest. Er wird von Nord-Truppen aufgehalten. Helfen Sie ihn, Kommander. Bereit. Empfange Nachricht. Zerstören Sie die Nord-Barrikade, die unsere Verstärkung in der Stadt aufhält. Wie mache ich das am besten? Das ist ja eine reine Infanterie-Basis, die da links nervt. Wird repariert. Einheit bereit. Melden uns zum Beispiel. Aber nur mit Infanterie-Trupps? Ja gut, ich weiß noch nicht. Die Entsatz-Truppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um Ihnen zu helfen. Wird repariert. Feindliche Einheiten in sich. Infanterie-Trupp bereit. Habe ich schon mal gesagt, dass es unserem Booker nicht gut geht. Aber ja, wir bräuchten ja einfach nur viele Infanterie-Trupps. Ich hoffe, da kommen nicht so viele schwarze Handeinheiten später nach. Aber vielleicht können wir die auch ein bisschen befördern. Ich wünsche dir halt, ich könnte ein Arsenal bauen zum Heilen und für Upgrades. Das würde eine Menge ausmachen. Infanterie-Trupp bereit. Aber eigentlich wäre ich damit viel Infanterie ganz gut bedient. Okay, sobald der Bunker zerstört wird, kommen die Truppen einfach raus. Das ist noch nicht mal wie beim... Das ist schon geil. Und nenne ich auch mal gerne einen Bunker, nur für den Fall. Ja, ja, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Ey, warum hört denn auf zu buddeln? Habe ich wenigstens mein Geld zurückbekommen? Das ist ja voll der Beschuss. Jetzt wird es mit dem Geld leider knapp. Aber jetzt habe ich hier ein paar Infanterie-Trupps. Okay, die Böbsen mal hier. Buddeln! Buddeln! Und eine Buddel voll rum. Boah, die sind halt schon richtig schön befördert. Okay, guck mal rüber. Arriba, arriba. Gibt ja auch keinen Grund für mich, nicht selbst die Gebäude zu besetzen, die hier sind, ne? Ich meine, Nord besitzt ihr auch. Schön und gut. Dürft ihr. Habt Spaß damit. Aber so lange keine schwarze Hand kommt, die mich da räumt. Also noch nicht. Okay, ganz ruhig. Okay. Nein, da hörst du jetzt die Schnauze. Die Entsatz-Truppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um Ihnen zu helfen. Also Basis wird uns sicher. Positiv! Bodenunterstützung! Warum nicht selber besetzen, ne? Das ist eigentlich dumm, das nicht zu tun. Mitten uns zum Dienst! Sammler wird angegriffen. Heute lernen wir Offensichtliches mit Undwin. Einheit befördert. Und Undwin. Okay. Das geht schon mal voran. Dann brauche ich noch ein paar weitere Stoß-Trupps. Erstmal noch hier, dass die Bärieren sammeln. Da oben... Ich könnte mich eigentlich weiter oben einbunkern. Eigentlich schon. Wir nehmen mal eine ganz gute Truppe. Hoch, 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 hoch. Au, 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 au. Der Schredator macht seinem Namen mal wieder alle Ehre. Bodenunterstützung! Gut repariert. Infanterietruppe. Einheit befördert. Au. Alles bereit. Haltet die Augen aufs Vorrücken! Okay, zeigen wir Sie! Wir halten nicht der Platz! Erfolgt eure Ziele! Genau, aufhalten Sie! Die Entsatz-Truppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um Ihnen zu helfen. Einheit, einheit bereit. Vorausbasis wird angegriffen. Jassa, wir sind unterwegs! Lass Sie nicht auf den Augen! Bereit! Verfolgt eure Ziele! Okay, zeigen wir es Ihnen! Einheit befördert. Sandecke! Verstanden, Commander. Haltet die Waffen bereit! Weißt du, du brauchst gerade ein bisschen viel Micromanagement, aber... ...wird sich lohnen, auf meiner Sicht. Vor allem ist jetzt das zusätzliche Tiberium-Feld da gesaved. Einheit wird angegriffen. Und jetzt ist hier der Weg dann auch bald frei. Das ist gut. Hier brauchen wir auf jeden Fall... Hier brauchen wir auf jeden Fall... Infanterie-Truppe bereit! Aufgepasst! Infanterie-Truppe bereit! Hier, Sir! Aufgepasst! Infanterie-Truppe! Zielgebiet sichern! Bodenunterstützung! Basis wird angegriffen! Verstanden, Commander! Sein Weg ein! Einheit wird angegriffen! Die Entsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in die Norden der Stadt, um ihnen zu helfen. Nochmal extra Truppen rüber. Und dann sollte das eigentlich soweit safe sein. Hoffe ich zumindest. Die Mission sagt jetzt zwar immer, dass du dich beeindruckt hast, aber ich glaube, es ist wichtiger, das langsam und safe zu spielen. Der Bauhof ist zwar ganz sehr wichtig, aber nicht ultra notwendig, um die Mission zu schaffen. Infanterie-Truppe rein! Oh! Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben! Oh, 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 oh! Nicht nachlassen! Raufhalten, Männer! Oh, die... Alter, Falter, jetzt geht's wieder los hier! Meld uns zum Dienst! Einheit bereit! Ja, Sir! Alles klar! Jetzt geht's wieder los! Meld uns zum ehemten Kampfdruck! Leute, chillt mal! Ja! Die Entsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um Ihnen zu helfen. Jetzt fangen sie an, Berserk zu gehen, die Gegner so langsam. Oh, ich habe hoffentlich... Ja, ich habe noch Sammler, sehr gut. Wissigerweise macht der Luftwaffenstützpunkt von Norden nicht wirklich viel. Ja, Mist. Hier oben wird es auch ein bisschen enger, aber es funktioniert noch. Einheit bereit. Einheit wird angegriffen. Haltet die Waffen bereit. Verstanden. Alles klar. Gebäude einnehmen. Bewegung. Positiv. Gebäude sichern. Die Entsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um Ihnen zu helfen. Unsere Basis wird angegriffen. Ausbildung. Ja, verstanden, Sir. Nicht nachlassen. Einheit wird angegriffen. Wird rückwärts. Alles klar. Einheit befördert. Haltet die Waffen bereit. Aufgepasst. Infanterietrupp. Einheit bereit. Leichter Verschleißkampf hier. Ja, da kriege ich die Gebäude jetzt nicht so leicht zerstört. Außer ich... Na gut, mit Fahrzeugen wird auch schwierig. Ich müsste Rakettruppen mit rüberschicken, um das schnell zu zerstören. Verstanden, Commander. Ausrücken. Bauunterbrochen. Abgebrochen. Verschanzen. Ja, Sir. Systeme bereit. Luke geschlossen. Nähe in uns Tiberium fällt. Die Entsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um Ihnen zu helfen. Ausbildung. Halte die Waffen bereit. Einheit befördert. Ich muss das jetzt schaffen, dass ich das irgendwie durchschicke. Ausführung. Infanterietrupp bereit. Verfolgt eure Ziele. Aufempfang. Füchter Raketentrop einsatzbereit. Unzureichende Mittel. Melden uns zum Dienst. Positiv. Feuer. Bewegung. Einheit bereit. Bodenunterstützung. Das hier ist ein guter Punkt. Raketentropkampflänkische Stützpunkt in Sicht. Unsere Basis wird angegriffen. Sie sind sicher. Ernsthaft. Die Schreie-Türme schießen bis hier rüber. Oh, und dann treffen die Mammelder. Ich meine, ansonsten kann ich auch hier Bunker aufbauen. Treffpunkt bestätigt. Feindliche Einheiten in Sicht. Wann kontrolliert? Ausbildung. Panzerdivision. Einheit befördert. Die Entsatz-Truppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um Ihnen zu helfen. Wir drücken die Luft. 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 Bodenunterstützung. Alles klar. Bleib dicht zusammen. Halt, halt, halt. Wir müssen ja gar nicht so nah ran. Wir kriegen das auf Distanz. Bereit. Wir haben Sie im Zielgebiet sicher. Bodenunterstützung. Nicht wundern, ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Ah, wirklich, die ganze schön befördert Raketentrupps. Hm. Die Entsatz-Truppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um Ihnen zu helfen. Oh, heil. Was ist denn hier alles los? Die Einheit wird angegriffen. Einheit verlieren. Da ist meine... Oh, shit. Nee, nee. Das brauche ich jetzt hier doch. Das schaffen die Raketentrupps schon. Ich habe vollstes Vertrauen. Melden uns zum Dienst. Bodenunterstützung. Ganz ruhig. Ah, okay, nice. Oh, jetzt kommt schwarze Hand. Jetzt wird's... Jetzt wird's eklig. Jetzt wird's eklig. Habe ich schon gesagt, dass es jetzt eklig wird? Raketentrupps, aufgepasst. Raketentrupps, Einsatzbereit. Jassa. Jassa. Infanterie-Truppereit. Unzureichende Nücke. Sitz und riecht. Einheit des Sars. Infanterie-Truppereit. Melden uns zum Dienst. Nähern uns dem Uppereit. Ah, verdammt. Nee, ohne Raffnerie wird's nichts. Äh, wann war der letzte Spielstand? Und... Vor zehn Minuten? Okay, dann habe ich noch ein... Uhuhu. Okay, ich brauche einfach schnell Raketentrupps. Okay, ich... Ah, das war noch... Das war noch bevor ich... Ach, du liebe Zeit. Ja, das... Okay, da habe ich noch Zeit, ein paar Fehler wieder gut zu machen. Das ist gut. Infanterie-Trupp. Bewegung. Einheit bereit. Sammler mit angeblichen. Raketen-Trupp einsatzbereit. Aufgepasst. Ich habe wirklich verdammt lange nicht gespeichert. Holy shit. Aufgepasst. Raketen-Trupp einsatzbereit. Ja, Sir. Raketen-Trupp einsatzbereit. Hier brauche ich einfach nur jede Menge Raketen aus regionalem Anbau. Raketen-Trupp einsatzbereit. Arschbefehl besteht. Dann können die schön mit den Buggys kommen. Das ist mir egal. Die Entsatz-Truppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um Ihnen zu helfen. Infanterie-Trupp. Hier lang, Männer. Feindliche Einheiten in sich. Haltet die Waffen bereit. Los, Männer, vorwärts. Beim Truppen zum Helfen. Einheit bereit. Melden uns zum Dienst. Infanterie-Trupp bereit. Haltet die Waffen bereit. Bodenunterstützung. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Verstanden. Infanterie-Trupp. Melden uns zum Dienst. Raketen bereit. Unsere Basis wird angegriffen. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich mach die Basis kaputt. Wisst ihr, wie viel Ruhe ich dann hab? Wird repariert. Einheit wird angegriffen. Einheit verliebt. Greifen an. Einheit befördert. Infanterie-Trupp. Das müsste ich eigentlich mit den ganzen Infanterie-Trupps hier schaffen. Obwohl, ich weiß nicht, ob die... Hier lang, Männer. Einheit verliebt. Ja, die haben nur... Fahrzeugabwehr hier. Bauhof, ne? Ich mein, ich könnte auch einnehmen und Notsachen bauen, aber ist mir doch egal. Bauhof zerstören und dann die Fahrzeugfabriken. Jetzt kommen die mit Flammenpanzern. Jetzt kommt die mit Flammenpanzern. Why? Hör aufhalten, Männer. Sturmangriff. Siehle anvisieren. Ich mein, wenn ich eine Fahrzeugfabrik schon mal zerstört bekomme. Ansonsten wird es sich nicht wirklich gelohnt haben. Hm. Ich würd sagen, die Idee war gut. Unsere... Okay, die haben es selbst zerstört. Aber warum kommen die jetzt mit dieser... Ah, hm. Jetzt hab ich halt die Verteidigung von Nachhaltigkeit dadurch. Aber es hätte funktionieren können. Einheit wird angegriffen. Vielleicht doch erstmal die Fahrzeugfabriken zerstören, dass da nicht ständig Verstärkung rauskommt. Ich versuch's nochmal. Das war gar nicht so schlecht. Einheit wird angegriffen. Unsere Bank ist mit Vorsicht. Einheit verliebt. Ich muss natürlich trotzdem gucken, dass ich zeitgleich hier Verteidige bekomme. Verteidige bekommen, verteidigt bekomme. Einheit bereit. An die Arbeit. Ich nehm doch den Ingenieur mit. Einheit bezüglich. Ingenieur einsatzbereit. Infanterie draufgepasst. Feindliche Einheiten in sich. Wodenunterstützer. Ein bisschen Kanonenfutter nehme ich auch mit. Okay, zeigen wir es Ihnen. Haltet die Waffen bereit. Raketentrupp, melden uns zum Riecht. Infanterie draufgegriffen. Ja, Sir. Aber die kamen doch vorher nicht. Das wundert mich ein bisschen. Vorher kamen doch die Flammenpanzer nicht so schnell. Warum hat er die jetzt so schnell rausgeprügelt? Einfach weil diese Masse an... Wahrscheinlich hat er auf meine Masse an Raketentrupps jetzt reagiert. Kann sein, dass es aktiv eine Reaktion war. Einsatzgruppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um Ihnen zu helfen. Wird repariert. Handlicher Stützpunkt in sich. Einheit bezaubert. Einheit bereit. Alles klar. Treffpunkt bestätigt. Alles bereit. Haltet die Stelle aufrecht. Unsere Basis wird angegriffen. Sammler wird angegriffen. Drauf halten, Männer. Wie er gleich meinen Ingenieur gesnipert hat. Mieser Kleiner. Hätte ich an seiner Stelle aber auch gemacht. War nicht unklever. Einheit befördert. Ausbildung. Unzureichende Mittel. Einheit für Dämpfung. Okay, zeigen wir es Ihnen. Oh, Schwerdflammenpanzer. Ja, verstanden, Sir. Zielgebiet sichern. Ausschwärmen. Angriff. Raketenkrupp aufgefahren. Halte die Stellung. Bewegung. Die Entsatzdrücken der GDI stehen unter... Nur noch das, dann ist von dem Stützpunkt Ruhe. Sehr gut. Ist natürlich schade ums Fehlende. Aber jetzt brauche ich eigentlich keine Raketentrupps mehr, außer um die... Ja gut, okay. Hier die Gebäude zerstören und für die Flugzeuge. Aber ich habe Ruhe im Norden. Mit dem Bauhof wäre es schöner gewesen, aber ich werde das jetzt nicht komplett rausprovozieren hier. Ja, mit diesem Trupp kann ich dann... Hauptsache, ich habe das eigentlich noch gar nicht bekommen, das Einsatzziel, aber ich habe es schon mal ein bisschen früher geschafft. Und das ist auch der gefährlichste Stützpunkt von allen. Oh mein Gott. Aber gut, mit der Beförderungsstatus mache ich auch die Infanterie kaputt. Ach du liebe Zeit, was hat sich denn da angesammelt? Nein! Ich wollte ihn gerade rückwärts schicken. Das müsste jetzt passieren, nicht wahr? Aber wir können mit mehr Sammlern jetzt im Norden sammeln, von daher mache ich mal ein rein mehr. Infanterie-Trupp, melden uns zum Dienst. Haltet die Waffen bereit. Ausschwärm. Boden-Unterstützung. Einheit bereit. Einheit wird angegriffen. Infanterie-Trupp. Gebäude verkauft. Gebäude verkauft. Die Entsatz-Truppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt. Um ihnen zu helfen. Haltet die Waffen bereit. Auf dem Siberiumfeld. Boden-Unterstützung. Infanterie-Trupp. Einheit bereit. Verstanden. Raketen-Trupp vorwärts. Haltet die Waffen bereit. Aufwärmen. 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 So. Unten kommt die auch gerne lang. Ich hätte gerne beide Brücken gesichert. Boden-Unterstützung. Eingraben. Haltet die Waffen bereit. Eingraben. Zwei Graben. Ausbildung. Vorsicht. Infanterie-Trupp bereit. Lader bereit. Auf dem Röse. Du gehst mir da hoch auf, dass die Bärin fällt. Fahren wir los. Infanterie-Trupp bereit. Einheit wird angegriffen. Gut. Nicht nachlassen. Infanterie-Trupp bereit. Boden-Unterstützung. Gebäude ein helliger Rad. Die Stück sollten erstmal reichen. Ausbildung. Haltet die Waffen bereit. Unzureichende Mittel. Unsere Basis wird angegriffen. Aufgepasst. Die Entsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um ihnen zu helfen. Infanterie-Trupp bereit. Feindliche Einheiten in sich. Infanterie-Trupp. Infanterie-Trupp. Hier lagen Männer. Infanterie-Trupp. Einheit wird angegriffen. Infanterie-Trupp bereit. Einheit bereit. Einheit befördert. Treffpunkt bestätigt. Auf den Boden. Auf den Boden. Hier lang Männer. Die haben ja da die Schreddertürme. Da müsste ich mit Fahrzeugen rein am besten oder ich... Was war das? Unsere Basis wird angegriffen. Drauf halten Männer. Oh. Ja, die Range halt. Die Range. Ich glaube, das mit dem Bunkern wird nichts hier gegen... Boden-Unterstützung. Gegen die Kameraden. Infanterie-Trupp. Infanterie-Trupp. Machen wir sie fertig. Macht sie fertig. Macht sie fertig. Ausgeben. Okay. Zeigen wir sie Ihnen. Positiv. Einheit beserbt. Einheit beserbt. Haltet die Augen auf. Infanterie-Trupp bereit. Infanterie-Trupp. Ausrücken. Verstanden. Infanterie-Trupp. Die Entsatz-Truppen der GDI stehen unter Beschluss. Ruhe ist. Und wir sind bei einer halben Stunde und ich glaube, wir haben es jetzt fast geschafft. Das ist ein ganz guter Schnitt. Danke für die Hilfe, Commander. Jetzt aber schnell zur Basis. Jetzt aber schnell. Einheit bereit. Wieder gleich. Wieder. Guck mal. Die sind vom Kameraden gespawnt. Ja, ja. Wir kennen die Story ja schon. Neues Ohm ist sie. Einheit bereit. Unversehrt. Das hat eigentlich auch in Ordnung. Ich mache jetzt genug den Weg frei. Ich weiß nicht, ob ich es das letzte Mal geschafft habe. Sind Sie sicher? Ja, Sir. Hier lang, Männer. Oh, diesmal versuchen wir es. Ich pumpe jetzt einfach alles gegen, was ich habe. Jetzt fangen die auch an, die ganzen Gebäude zu besetzen. Vorher haben die es gar nicht gemacht. Nein, nein, ihr müsst schießen. Ich wollte eigentlich die Raketen-Trupps zurückziehen. Oh, hi. Ja, den Luft-Stützpunkt gab es ja auch immer noch. Ja, wir sind bereit. Raketen-Trupps einsatzbereit. Ganz ruhig. Raketen-Trupps aufgefasst. Ganz ruhig. Vorsicht. Seid vorsichtig. Seid vorsichtig. Raketen-Trupps aufgefasst. Raketen-Trupps aufgefasst. Boden-Unterstützung. Zielgebiet sichern. Haltet die Waffen bereit. Raketen-Trupps aufgefasst. Oh, da kommt die schwarze Hand. Machen wir sie fertig. Machen wir sie fertig. Bauter-Unterstützung. Angriff! Ja, Sir, ausschweren. Wir helfen uns zum Dienst. Nähern uns dem Feind. Raketen-Trupps einsatzbereit. Sind bereit. Wehre nicht zu, der Rhe zu bringen. Wir haben Kontakt, Sir. In Арten-Trupps aufgefasst. Im Armdritt setz. Und noch Schlepp am Ende. Wir haben Kontakt, Sir. Es kochen sie zu, der Rhe zu Crossing ist. Armdritt ist langsregulierende Bremium. Er springt nicht zu, der Bremium sie zu. Wir haben Kontakt, Sir. Gerade noch raus, so gut. Das ist schon Wahnsinn, wie die plötzlich rauspumpen, nur weil ich jetzt hier meinen MBF habe. Das hier gefällt mir auch. Oh mein Gott! Das kriegst du die überfahren? Geht das? Ah, nice. Hui! Das ist schon fast ein... Das ist schon ein eigenes Minigame. Das war so kurz davor, über die Brücke zu sein. Ah, okay. Ich möchte es unversehrt schaffen. Es ist zwar nicht zerstört worden, aber... Oh, jetzt darf ich mal überfahren, wenn ich das Spiel wieder mache. Sammler einfach Hard-Counter gegen. Schwarze Hand. Oh mein Gott, nein! Warum kommen da immer... Ich darf das nicht rüberschicken. Ich dachte eigentlich, ich hätte es oben gelassen. Ich muss noch ein bisschen warten. Hier geblieben. Hier kommt mir drunter. Du kommst drüber. Ich habe keine Ahnung, versuch es mal. Hui! Ja, es funktioniert. Infantrie-Trupp-Bereit. Unterwegs. Wir brechen auf. All right, bis hin. Sag mal los, die Truppe-Bereit. Okay. Lader-Bereit-Bereit. Infantrie-Truppe-Bereit. Infantrie-Truppe. Ja. Infantrie-Truppe-Bereit. Bereit. Das MBF ist leicht geschickt. Ach, nö, wenn... Schützen... Hey, das ist doch... Das ist doch unglaublich, wie sich da immer irgendwelche durchschleichen. Die Mission ist echt Torro... Torro... Ich möchte nicht mehr das Sammler-Mini-Spiel machen. Jetzt muss ich die direkt dann noch safen. Ohne Scheiß. Okay, das sieht gut aus. Packen wir's an. Was schafft der Sammler wahrscheinlich mit seinem MG? Ja, Sir. Ich will speichern. Ich möchte das nicht noch mal machen. So. Einheit wird angegriffen. Himmel, was ne Geburt. Haltet die Waffen bereit. Infantrie-Truppe. Infantrie-Truppe-Bereit. Haben Sie im Visier-Truppe-Bereit. Infantrie-Truppe-Bereit. Sie haben doch nicht genug. Anfass-Infrapp-Bereit. Ihr MBF. Werfen die Kiste an. Haltet die Waffen-Bereit. Boden-Unterstützung. Los, Männer, vorwärts. Infantrie-Truppe-Bereit. Ja. MBF unterwegs. Einheit für jeden. Einheit für Anleger. Infantrie-Truppe. Ausbilder. Oh mein Gott, das ist ein ganz kurzes Zeitfenster, aber die schwarze Hand ist schon erstaunlich nah. Aber vielleicht kommen die wieder südlich lang, wie sie es immer machen. Natürlich kommen sie es nicht. Und natürlich... Oh. Wenn da nicht dieser... ...konstante Strom wäre. Ohne Scheiß. Feindliche Einheit für sich. An die Arbeit. Infantrie-Truppe-Bereit. Ohne Scheiß. Wo war der Spielstand, bevor ich den MBF befreit habe? Sammler wird angegriffen. Da noch nicht. Die Hölle geht erst so übel los, sobald ich den MBF befreie. Das darf ich nicht machen. Einheit wird angegriffen. Ah ne, das war hier. Oh, sag bitte nicht, dass ich das nicht richtig gespeichert habe. Nein! Ah, schade, schade, schade. Aber egal. Aber hier habe ich halt einfach so viel... Das sieht so gut aus eigentlich. Warum kriege ich das nicht hin? Machen wir von hier nochmal. In der Falle muss ich einfach die Gebäude komplett leveln. Einheit besaubert. Einheit bereit. Sturmangriff. Wie ist das? Jagd sie hoch. Da! Diese pure Masse... ...an Feinden. Ausbildung. Ist schwerst uncool. In der Falle aufbereit. Komm schon, lass den durch, lass den durch, lass den durch. Der ist dick, der braucht Platz. Ja, ich glaube, ich kriege ihn durch. Danach kann mir die ganze Zeit egal sein. Fährst du mal weiter? Ich habe schon gesehen, wie der sich wieder durchsneaken wollte hier. Ah, wird das so eine Nummer? Einheit bereit. Einheit bereit. Vorsicht mit dem Zeug. Vertraut bereit. Verstanden, Kommander. Verstanden. Wenn man sagt, Vorsicht mit dem Zeug, muss ich immer an das vom Kampfbus denken in der GBA in Generous. Vorsicht mit dem Polstern. ...reicht zur GBI-Basis eskortiert und kann nun stationiert werden. Boah, jawohl. Geil. Mach hinne. Oh, sogar Bonus-Ziel erreicht. Oh ja, also dieser riesen Infanterie-Schwämme. Das hätte ich dann doch lieber vorher schon mal geklärt wieder ein bisschen. ja ja die eine schon becken die hätten wir jetzt eigentlich der stelle was gezeigt ist ganz lustig was mache ich denn jetzt hier verteidigungstürme sind schon mal eine gute idee und ein arsenal 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 da können wir nicht sniper bauen und damit sollten sich alle probleme lösen lassen dann mache ich sniper bunker dann könnt ihr mich mal warum haben wir jetzt eigentlich so viel energie nachher weiße für die türme verkauft abgestimmt neue bauoptionen mehr kann man ja 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 Du gehst dich mal ein bisschen repären. Okay, ganz ruhig. Okay, es geht los. Ich kann den Bauhof tatsächlich wieder demontieren und anders aufbauen. Dann könnte ich da hinten einfach eine Zweitbasis machen für Tiberiumabbau. Einfach so. Wieser, möchten Sie es übertreiben mit der schwarzen Hand? Ja, bitte. Panzer! Panzer! Jetzt hätte ich so langsam gerne mal die Sniper. Aber kein Druck, ne? Abgebrochen. Auf den Wachtturm. Bewegung! Zielgebiet sichern! Schatz und Team bereit. Gebäude einnehmen. Ich meine, Tamo, das sind die auch nicht schlecht, aber ich bin ganz gerne geschützt. Weil ich glaube, die schwarze Hand kann keine Bunker räumen. Haben Sie im Visier? Und zwar, was ist jetzt? Ein Haltveräumen an der Herd. Infantriebsung. Ausunterstützung. Okay, die schwarze Hand kaputt geräumen. Shit. Shit, 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 shit. Das ist das, was ich einen Heavy-Hour-Moment nenne. Okay, dann sollte ich sie in hintere Reihe im Tarnmodus lassen. Okay, Spatze. Bunker können dazu geräumt werden. Weil es gibt viele Spiele, bei denen es Räummechaniken gibt, wo Bunker ausgeschlossen sind von dieser Räummechanik. Okay, das ist natürlich doof zu wissen. Dann sind BMTs mit Snipern vielleicht doch eine ganz gute Idee, weil da habe ich auch die Mobilität. Weg dich mal zurück. Oh, er geht trotzdem in Angstbewegung rüber. Jetzt tut es langsam etwas weh. Ich brauche mal wirklich... Ah, gut, okay, der hat sich ja noch reparieren lassen. Ich boitze hinten mal auf. Ich frage mich, ob die im Tarnmodus überhaupt aktiv schießen. Ich hatte nie das Gefühl, dass die da wirklich großartig böllern. Wen sollen wir neutralisieren? Ist das Gebiet sicher? Sollen wir lieber jetzt Hand bleiben? Nachladen! Ich glaube, ich sollte auch mal ein bisschen mehr wieder die Türme ausrichten. Das habe ich, glaube ich, auch wieder ein bisschen verkackt. Sammler wird angekündigt. Treffpunkt bestätigt. Hier, MBF. Ist das Gebiet sicher? Mein Fischerstütz kommt in sich. 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 Aufgepasst, aufgerufen. Perfekt. Länger früh. Fahrtliche Einheiten in sich. Ausgehen. An die Arbeit. Positiv. Weil jetzt kriegt er irgendwie so einen Lackschaden, weil er die Mauer rammt und mir wird das optional Ziel wieder weggenommen. Oh, das ist doch beschädigt, da MBF. Ey! Die müssen erst mal aktiv den ersten Angriffsbefehl bekommen und dann fangen sie an zu schießen. Das ist interessant. Ja. Interessant. Oder muss ich euch eine Offensivhaltung geben, dass ihr das macht? Von selbst schießen. Was sehen Sie? Wir rücken vor. Roger. Rücken jetzt vor. Ah, ich glaube, jetzt schießen sie von selbst. Sehr gut. Also brauchen sie die Offensivhaltung. Oh, die haben sogar Shadow-Teams. So, da kommt nochmal Geld. Wie es mir gefällt. Kommando wird auch noch wichtig. Da brauche ich aber das Technologiezentrum. Aber das sollte sich ja durchfräsen. Dafür brauche ich noch ein Gefechtsstand. Mir fehlen noch ein paar Sachen, habe ich das Gefühl. Vorsicht, aber alles nur Vermutungen. Ah, jetzt wird es ein bisschen näher, jetzt wird es ein bisschen eng. Aber ich habe nicht viele verloren. Neue Bauoptionen wird gebaut. Grenadiere, nee. Aber so viel, wie der jetzt schwarze Hand baut, der macht schon gar keine Raketentrupps mehr. Ich glaube, das könnten BMTs doch ganz gut sein. Außer die reagieren wirklich auf die Einheiten, die ich baue. Die machen die schwarze Hand nur, weil ich so viel Infanterie spame. Und sobald ich jetzt BMTs baue, kommen die Raketentrupps wieder. Das könnte ich mir wirklich vorstellen. Aber wir brauchen sowieso was mit den BMTs, um hier die Schreddertürme loszuwerden. Ich glaube, hier in den BMTs seid ihr relativ safe vor den Schwarzen. Guckt euch die schwarze Hand an. Das ist der ultimative Wahnsinn. Ah, doch ein paar Raketentrupps sind dabei. Einmal mehr Trefferpunkte für die Infanterie klingt gut. Ich weiß nicht, ob die Mörser für die Pitbulls was bringen. Stimmt, was ich noch machen wollte. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ich wollte ja noch für die Base hier oben Luftabwehr machen, weil das Einzige, was mich hier angreifen kann, die Flugzeuge sind. Das ging mir durch den Kopf und ich habe sie mit vergessen. Wird gebaut. Kommando! Ohne Scheiß, der wird hier seine helle Freude haben. Mir ging gerade ganz kurz durch den Kopf, warum habe ich den Kommando nicht früher eingesetzt, um den BMT zu diskutieren? Warum bloß? Ich verstehe es auch nicht. Ausbildung Ausbildung BMT, einsatzbereit, wo werden wir gebraucht? Wir rücken vor. Commander? BMT, wie ist der Plan? Unsere befehlende Einsatbereit in ein neues Gebiet. Sollen sie nur kommen. Okay, der ist... Okay, das ist einfach zu viel schwarze Hand. Aber in Unterstützung mit Scharfschützen-Teams wird es dann beim nächsten Mal. Oder einfach in BMT rein wieder. Dann habe ich die Mobilität. Die Mobilität zu haben ist halt wichtig. Die haben mal einen Bunker besetzt. Wie dreist. Ohne Scheiße, ich glaube, ich tue wirklich einen BMT. Das reicht, was diese Feuerkraft angeht. Dann bräuchte ich noch ein bisschen was. Was machen wir heute? Weitert der Panzer, glaube ich. Holy, holy, holy. Genau deswegen hätte ich gerne die BMTs, um die Mobilität zu haben. Aus gefährlichen Situationen wieder rauszugehen. Aus zu gehen. Kommando BMT. Zack, 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 zack. Takka, takka, takka. Ich denke, ich habe einen Plan. Spitzbord. So. Ja, toll, jetzt haben wir die Gebäude hier besetzt. Ja gut, ich kann jetzt Grenadiere bauen, aber ich möchte die Gebäude eigentlich am liebsten gleich komplett clearn. Ich level die einfach komplett weg, bevor die mehr Weiterentwicklungen stehen. Wo ich genug Raketentruppse, so mache ich das einfach weg. Nicht so weit vor. Du bist doch gefundenes Fressen für die ganzen Raketentrupps. Raketentrupp. Raketentrupp einsatzbereit. Unsere Basis wird angegriffen. Raketentrupp vorwärts. Vorwärts. Fredenton. Es kann losgehen. Verstanden, Commander. Raketentrupp vorwärts. Okay, mal ein bisschen vor, ein bisschen wegschießen, das Zeug. Und dann wird das. Seid vorsichtig. Sind gleich in Reichweite. Feuer. Das mache ich mit allen Gebäuden einfach. Ich lasse jetzt nichts mehr übrig auf dem Weg, was die hier besetzen können. Okay, zurück. Da kommt wieder schwarze Hand. Einmal diese Welle, muss einmal abgewertet werden. Einmal. Wir erwarten Befehle. Wir kommen. Kreditor, Kampfkanzlerdivision ausrücken. Raketentrupp einsatzbereit. Feind ansiedsiert. Wir drängen sich hinter uns. Erst mal losgehen. Nähern uns zählen. Nach die Fähigkeit. Raketentrupp zurück. Und dann machen wir mal die Gebäude in den Erdboden gleich. Bevor die alle, die ganze Stadt verstanden haben. Wie gesagt, mit reandertieren Räumen in diesen Stream, in dem die herausgeschossen kommen aus den Kasernen, die das Inseln wieder besetzt. Ich mache aber die Gebäude weg. Und mit weg meine ich wirklich weg. Rettet euch, ihr Narren. ganz schnell wegschießen, ganz schnell wegschießen. Gott, was braucht das so lange? Wir müssen abziehen. Wenn wir jetzt nochmal Raketen geflogen kommen, ich hätte... Oh, das ging auf den. Ich hätte schnell in den Kommando evakuiert. Raketentrupp kampfbereit. Es kann losgehen. Raketentrupp einsatzbereit. Raketentrupp aufgepasst. Das machen wir jetzt komplett weg hier. Kein Bock mehr. Dass die Gebäude im Weg stehen. Die haben auch die ganze Zeit uns Sichtblockade gegeben. Das ist einfach unglaublich, was die spammen, ne? Mittlerweile ist übrigens ziemlich klar, dass derjenige, der gesagt hat, der eine Typ, wo ich mal gemeint hatte, hier eins der leichtesten CNC's, der hat ja nicht nur geschrieben, eins der leichtesten CNC's, der hat irgendwie gesagt, das ist eins der leichtesten RTSs aller Zeiten, wo ich mir einfach denke, okay, das ist ganz offensichtlich ein Clown-Kommentar. Das kann nicht ernst gemeint sein. Es gibt so viele RTSs, die viel, viel, viel easy-peasier sind. Auch auf schwer. Das hat wahrscheinlich nicht so ein typischer Feier, aber das habe ich auch schon gesagt. Ich meine, klar, es gibt Leute, die haben hunderte Spielstunden drin und richtig frische Erinnerungen, kennen jede Mission mittlerweile im Schlaf und dann ist das Spiel natürlich easy-peasy. Aber ich meine jetzt, Erfahrung für jemanden, der es jetzt entweder zum ersten Mal spielt oder seit zehn Jahren oder so nicht gespielt hat und ich weiß, was ihn erwartet, das ist auf jeden Fall eine richtig harte Nuss. Viel härter als die meisten anderen RTSs, wie ich finde. Und auch als die meisten anderen C&Cs. Ach, da war noch der eine mit den... Da war noch einer mit Raketen-Trupps drin. Sehr lustig. Brüller, sage ich euch. Brüller. Oh, die kommen gerade... Oh, komm, hier schon. Weil wenn man sich allein diesen Spam anschaut, der aus den Kasernen rauskommt, weil die KI halt einfach unterbrochen... Also, die KI cheatet in jedem Command & Conquer, sind wir mal ehrlich. Aber hier ist das halt wirklich... Das nimmt neue Ausmaße an. Da wird Command & Conquer einfach zu Supreme Commander für den Gegner. Ganz unverblümt. Wisst ihr was, ich gehe da jetzt einmal rum. Könnte ich mir in den Jetpack reinspringen und... Ich könnte auch einfach Flugzeuge bauen. Schön, dass mir das jetzt erst auffällt, dass das ja auch eine Option ist. Oh, shit. Ah, ich muss noch mal den... Ja, ich glaube, ich könnte mit den Predator-Panzern arbeiten jetzt ganz gut darüber. Und Unfug treiben. Wie ich erst jetzt draufkomme. Ohne Scheiß. Ich meine, okay, es sind trotzdem ewig viele Raketentruppen. Das ist gar nicht mal so leicht. Aber ich muss ja bloß den Bauhof zerstören. Oh, es gibt noch gar keine Firehawks. Na gut, mit genug Orcas geht das auch. Ich meine, mit einem gesunden Truppentransporter könnte ich eventuell mit dem Kommando rein und raus quasi. Ah, gucken wir mal. Vielleicht kriege ich den Bauhof zerstört. Mit genug Orcas sollte das gehen. Wird gebaut. Orca-Bereit zum Abheben. Erwarten Befehle bestätigt. Verstanden. Commander. Orca-Bereit zum Abheben. Bau abgeschlossen. Oh la, die Waldfee. Wir sind bereit. Oh la, die Waldfee. Ich habe die Büchse der Pandora geöffnet. Nämlich die alle durchlassen. Fahren tun. Irgendwas. Durchfahren habe lassen, wollte ich eigentlich sagen. Bau abgeschlossen. Aber sie ignorieren mich jetzt hier. Wäre ja schlimm, wenn das jemand ausnutzen würde. Nummer 1, Nummer 2. Jetzt pende ich die Infanterie mit vor. Machen wir den Knotenpunkt kaputt. Mindestens so gut, dass es irgendwie geht. Schleusen wir den Kommando ein. Und dann haben wir eigentlich die G. Dann brauche ich die. Der Kommando ist mittlerweile auch schon Elite. Nummer 1. Nummer 2. Wir würden es jetzt unbedingt mal spannend machen, ja? Kommt, damit ich euch nicht immer sonst gebaut habe. Wie oft haben wir schon Orcas? Halt, Moment mal. Ich war ja gar nicht gesagt, dass Luftwege frei. Nee, eben nicht. Leider nicht frei. Weil der Predator passt schon immer dort. Ich würde gerne mal einen Orca-Strike. Die sind so selten. Machen wir das letzte Gebäude und dann kommt mit denen. Wee. Okay, die machen einen guten Schaden. Aber in den meisten Fällen baut man halt Firehawks, ne? Stimmt, das ist jetzt. Ja, stimmt, wir haben ja noch gar nicht gewonnen. Da ist ja noch der Base übrig. Wupsi. Aber die schlimmste Base ist weg. Ruhe ist. Komm her, der kann losgehen. Nachladen. Ganz ruhig. Ziele anvisieren. Okay. Äh, brauchen wir nicht mehr. Äh, ihr braucht nicht zurück. Ich finde es lustig, dass der ganz normale Bewegbefehl, ähm, das, was ein Generouses bewachen war. Eigentlich ziemlich praktisch, weil in den meisten Fällen wisst ihr ja genau sowas. Ähm, da ist garantiert Flak drin. Ja, ja, da sind jede Menge Flaks, aber mh. Nicht genug, auch, das geht bestimmt irgendwie hin. Ansonsten können wir bestimmt hier auch Trupps absetzen. Von der Steuer, versteht sich. Von den sonst. Aber ich finde, so sehr wie die anderen Stützpunkte spammen, der, der Luftfahrt-Stützpunkt ist sehr zurückhaltend. Könnte ich rein theoretisch mit meinem Kommando, ich meine, das sind zwar Flammenpanzer, aber ich könnte mit meinem Kommando da bestimmt richtig schabernack treiben, oder? Hm, probieren wir es doch mal. Der Orca-Eingriff kann danach immer noch kommen. Oh. Das hat, das hat ihm nicht viel ausgemacht. Der ist hart im Nehmen. Der Boy. Ich bin bereit. Oh. Geldkisten? Das ist auch wieder so, das ist so ein Fall, das kann im Early, oh mein Gott. Wenn man das weiß, im frühen Spiel sind 3000 richtig viel. Ja, wenn man, ja okay, das ist auch wieder so ein Fall, wenn man die kennt, diese Position, das wird da auch vieles erleichtern. Ich bin bereit. Geht klar. Kommt mir bekannt vor. Ich bin da. Ja. Ich habe ein Geschenk. Okay. Hier ist euer Geschenk. Bin schon da. Los geht's. Sander wird angeglied. Wen soll ich erleben? Bau auf, bau auf, bau auf. Yes, Hauptziel erreicht. Das ist ein Feuerwerk. Unsere Basis wird angeglied. Okay. Bauhof ist weg. Ich würde sagen, mein Hauptziel ist, obwohl die Flüchte halt nämlich auch kommen. Vorlängern. Hin, her, vor, zurück. Einmal zerstören. Zweimal zerstören. Glücklich sein. Jetzt kann er nichts mehr machen. Ey, den habe ich extra hingewiesen. Wie das Ding geupgradet ist, ey. Ziel wählen. Ausstieg bereit machen. Ziel wählen. LZ in Sicht. Ziel wählen. G, G, LZ einfach nur. Jetzt haben die eigentlich nichts mehr, was man hier angreifen kann, ne? Jetzt können die einfach die Orcas einfach in den Rest rollen. Roger. Bomber unterwegs. Orca-Einheit. Luftwege frei. Viel Spaß. Orca unterwegs. Dieser Orca-Angriff schaut schon cool aus. Das erinnert ein bisschen an die Zwischensequenzen damals. Von den Orcas. Okay, ein bisschen was gegen mich haben sie noch. Ah, den Tampanser und da nochmal auch. Orca unterwegs. Ein paar Raketchen sind noch drin. Okay, da bräuchte ich jetzt wirklich mal einen Pitbull oder sowas. Oder? Sonntruppe mit Scanner-Packs. Machen wir mal zwei Trupps. Ja, Sir, erwarten Befehle. Obwohl, ich glaube, die sollten sich auch enttarnen, sobald meine, ähm, Orcas da sind. Die schießen ja dann gleich drauf. Waschbefehl bestätigt. Orca einsatzbereit. Ja, zeigt euch. Ich weiß, dass ihr hier seid. Hallo. Nicht mal, ist einfach so kaputt. Danach hab ich's ja, glaub ich, geschafft. Das war ganz genau ausgerechnet. Jawohl. Auch mit allen Nebenzielen. Wunderbar. Das war jetzt doch nicht... Wie war das nochmal? Oh, nur halb nicht. Wunder. Das war schon geschafft. Das war... Ne, der Infanterie-Spam war schon wild. Der war wild. Jawohl. Also, das ist schon eine Auszeichnung, das, äh, Sarajevo mit... Ja, gut, Sarajevo wird das Nächste. Oh, mach ich das heute noch? Na, eine Stunde hab ich noch Zeit zum Aufnehmen. Reicht das? Hm. Schauen wir mal. Ich werd eh alles zusammenschneiden. Ja, ich denk mal, ich mach heute... Jetzt bin ich in der Laune ein bisschen. Dann würd ich mal sagen, bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich bei Sarajevo wieder. Das wollen wir auch auf schwer schaffen. Das könnt wild werden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Wisst ihr, was mir grad eingefallen ist? Warum verabschiede ich mich eigentlich mit dem Bye-bye, wenn's eh alles in einer Folge ist? Ihr seht ja gleich die Überleitung hier. Äh, ich wollte nämlich gerade die Einleitung sprechen. Aber ja, das seht ihr doch eh alles in einer Folge. Was mach ich ja eigentlich? Äh, Gewohnheiten und so. Sarajevo. Er ist da, Commander. Er ist da. Jawohl. Genau, auf leicht. Auf leicht wollte ich schon immer mal gespielt haben. Haben wir doch gar nicht. Haben wir doch keine einzige Mission auf leicht gemacht. Schweinerei, der Vollständigkeit halber, muss das passieren. So. Hier. Hier gäbe es zwei Möglichkeiten, die Mission gut zu schaffen, soweit ich das mitbekommen habe. Erste Möglichkeit. Wir spielen sehr früh sehr offensiv und sehr aggressiv. Vor allem, weil der Gegner hat ja, glaube ich, keinen Bauhof gehabt, ne? Der konnte keine Gebäude nachdenken. Alles, was wir zerstört haben, blieb zerstört. Und alles, was wir früh wegmachen, bleibt doch weg. Und wir können auch weiter vorne an den Brücken beispielsweise sichern. Alles, was wir hier sagen. Raus, ich hab' vor. Wie gefällt euch das? Einheit wird angegriffen. Vorwärts. Wo wir im Wege brauchen. Wicked, 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 Wicked. Bereit. Wicked, Einsatzbereit. Bau abgeschossen. Aber ja, zurück zum Thema. Wir können zwei Möglichkeiten in diese Mission spielen. Einmal ultra-offensiv. Sehr früh sehr offensiv sein. Da müsste ich halt auch genau wissen, wo ich am besten langfahre und was ich am besten zuerst zerstöre. Gar nicht so leicht. Die andere Möglichkeit ist voll mit einbunkern. Ich würde mal die Einbunker-Variante versuchen. Also gar nicht, gar nicht erst versuchen zu expandieren, sondern wirklich ressourcensparend umzugehen. Wird gebaut. Wird wirklich gescheit. Mammut-Panzer-Panzer-Wahrheit. Mammut rückt vor. Man braucht zum Beispiel auch genug... Obwohl. Eine schnelle Rasch-Variante. Mit was Rasch machen wir es nicht? Ich glaube, heute der Panzerrasch ist relativ... in heutzutage, habe ich gehört. Bei der Jugend. Bau abgeschlossen. Aber der... Nod hat halt leider... Neue Bauoptionen. Ich probiere es einfach mal. Nod hat halt leider da viele Obelisken oben. So einfach ist es, glaube ich, gar nicht. Aber ich würde es probieren. Machen wir noch eine Aufmerksamkeit einfach. Statt noch einen weiteren Sammler. Ich könnte auch einen Baukran machen. Predator bereit. Ne, ich sehe den Baukran mal als verschwindetes Geld. Sie sind bereit. Unterwegs. Ich könnte auch versuchen, mit den beiden Mammutpanzern mit vorzustürmen. Bin unterwegs. Die beiden Mammutpanzer, was ist die Predator? Predator bereit. Die Obelisken da oben, die haben auch keine Luft dabei, ne? Waren abgeschlossen. Feindliche Einheiten in sich. Wird gebaut. Einheit in Amelie. Mammutpanzer. Auf dem Weg. Predator bereit. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Ja, mit vier Orcas könnte ich das wahrscheinlich auch zerstört bekommen da oben. Predator bereit. Auf der Fall. Sind bereit. Panzerdivision ausrücken. Panzerdivision ausrücken. Banu abgeschließen. Neue Bauaktionen. Wird gebaut. Panzerdivision. Verstanden. Weil warum auf den Moment warten, dass Kayn mich hier mit den, ähm... Aufs Übelste rascht mit den... Wir sind hier. Sind bereit. Avatar und allmöglich. Obwohl ich glaube, da ja dann auch ziemlich gut mit arbeiten kann. Also ich hätte schon viel früher mal auch mehr Ingenieure einsetzen sollen oder sowas. Ich begebe mich schon mal ein bisschen in Position. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich begrüßt werde von... Raketentrupps. Auf Empfang. Predator bereit. Ziel bestätigt. Aber aktuell hält sich das echt noch in Grenzen. Die KI braucht ein bisschen, bis der absolute Spam-Schalter umgelegt wird. Ausbildung. Da oben durch würde ich gerne. Ich meine, da könnte ich auch lang, aber das sind eben was überlisten. Oh nein. Ausgerechnet. Die Terrys sind hier. Ziel bestätigt. Feind anvisiert. Gleich rückwärts gegangen und wieder weg, ey. Aber ich glaube ein bisschen was, wenn die zur Stift bekommen. Alles klar. Vielleicht auch nicht. Oh mein Gott. Die ist ja jetzt stehen geblieben. Was mache ich denn? Ich würde doch eine Kassel angebauen. Wird gebaut. Systeme online. Unterwegs. Und drei fangen. Einheit bereit. Angriff läuft. Melden uns zum Dienst. Haltet die Waffen bereit. Zeit anvisiert. Stetige Ziel. Orca-Einheit. Verstanden. Orca ist unterwegs. Angriff läuft. Bau abgeschossen. Orca bereit zu machen. Neue Bauoption. Ausbildung. Angriff läuft. Hm. Infanterie-Trop bereit. Anso-Division ausrücken. Wie viel Schaden habe ich gemacht? Ne, okay. Infanterie-Trop bereit. Einheitlich angegriffen. Infanterie-Trop bereit. Von da kommen ja ewig viele. Infanterie-Trop bereit. Kommande. Ist halt die Frage, ob mein offensiver Ansatz jetzt überhaupt noch funktioniert. Jetzt wird es schwierig. Habe ich das Gefühl. Unterwegs. Wird gebaut. Pilot hier. Feindliche Einheiten in sich. Spaziergang. Einheit wird angegriffen. Waren verabschlossen. Kanal ist offen. Roger. Unterwegs. Kanal ist offen. Pilot besoffen. Roger. Ah Mist. Wir reparieren. Wird gebaut. Wird gebaut. Einheit bereit. Feuer! Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Rotenunterstützung. Einheit verabschlossen. Die sind echt so übel. Bau abgeschlossen. Zu wenig Energie. Wird gebaut. Feindliche Einheiten in sich. Oh oh. Predator. Ziel bestätigt. Das ist ein bisschen. Ich habe die Abgebäude. Ich habe die Abgebäude. Nee, nee, nee. Ich müsste entweder diesen Rush-Gedanken weiterfahren oder ich bleibe defensiv. Ich glaube, ich bleibe lieber defensiv. Ohne Scheiß. Dann lasse ich das mit dem Rush. Habe ich das schon hier schon einen Fortschritt gemacht? Ah, ich bin hier am... Ja, okay. Ich lasse die Abgebäude der Panzer kommen. Lassen wir das mal sein. Aber ich könnte mit Flugzeugen wirklich... Wenn ich dann gerade noch die... Ja, ich meine, ich könnte wirklich da mit den Flugzeugen rein und die wichtigsten Sachen zerstören. Auch ihre Produktionsgebäude. Das sollte funktionieren, dass ich die kaputt bekomme. Dann spiele ich auf diese Weise defensiv, dass ich die wichtigsten Gebäude mit Luftschlägen wegmache. Machen wir einfach klassische GDI. Wird gebaut. Certified GDI Classic. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Lassen wir die zweite Raffinerie erstmal sein. Ich will trotzdem mal Infanterie raus. Ich richte auch mal aus. Und wir können doch Bunker in der hinteren Linie bauen. Dass die schwarze Hand dann nicht so leicht drankommt zum Räumen. Verschanzen. Haltet die Waffen bereit. Wird gebaut. Ausbildung. Infanterietrupp. Auf Empfang. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Raketentrupp einsatzbereit. Wird gebaut. Jawohl. Erwarten Befehle. Panzerdivision auswalten. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Zudemliche Energie. Neue Bauoptionen. Geil, Omaat. Wird gebaut. 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 Bau abgeschlossen. Das war auch in ganz guten Mengen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Einheit wird angegriffen. Verstanden, Commander. Raketentrupp aufgepasst. Ja, trotzdem Raketentrupp sind wir. Ich glaube, hier sind wir. Bau abgeschlossen. Vorwärts. Auf Fahrzeuge gekommen später. Ungeeigneter Bau. Bin ich froh, dass die meisten Kommandomissionen auf Schwer schon erledigt sind. Aber kann ich mir dieses Safe-Scans schmal halt. Wie die trotzdem noch so durchkommen. Das ist einfach die, die, die Terroristen sind übel. Ich sag's immer wieder. Wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten in sich. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Einheit wird angegriffen. Ausbildung. Wir können hier unten auf jeden Fall sehr viel mit Raketentrupps auch arbeiten dann. Und mit Soundtroopers, glaube ich. Raketen ist auf Einsatz bereit. Aufgepasst. Seid vorsichtig. Melden uns zum Dienst. Ruf zu verriert. Einheit bereit. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Okay. Hör aufhalten, Männer! Positiv. Feindliche Einheiten in Sicht. Bau abgeschlossen. Einheit vorliegt. Machen wir sie fertig. Einheit vorliegt. Treffpunkt bestätigt. Ausschwärmen. Die Räder-Buggys. Komisch, dass die noch nicht in Twix-Buggys umgenannt wurden. Neue Bauoptionen. Wo werden wir gebraucht? Ja, gut. Ja, das Kontrollsyndrom ist auch schon... Also, das Satellitenablenk ist mega wichtig. Der Kommando natürlich auch... Schon alleine auch das Bonus-Ziel zu erreichen. Wen sollen wir neutralisieren? Feindliche Einheiten in Sicht. Unterwegs. Melden uns zum Dienst. Gebäude wird gesichert. Alles klar. Ausrücken. Abgeschlossen. Verstanden. Flugfeld schon mal. Dann würde ich gerne dann auch... die Firerocks einsetzen. Gehaltet die Stellung, Satelliten! Wir sind hier. Bau abgeschossen. Haltet die Waffen bereit. Neue Bauoptionen. Feindliche Einheiten in Sicht. Was meiste ist hier wirklich mit? Obelisten geschützt. Hier haben wir zwar... Ich meine, wenn ich natürlich diese... diese Störsender zerstört bekomme, schnell. Mit einem... mit einer fixen Flugaktion. Kann ich dann natürlich auch mit einer Jungenkanone die wichtigsten Gebäude zerstören. Ich weiß gar nicht mehr, wo jetzt die... Oder ich konzentriere mich wirklich einfach auf die Ausbildungsgebäude. Oder aufs Technologiezentrum. Dann können nämlich keine Avatare und solche... so ein Shit bauen. Dann kriege ich keine Kriegsbeute mit Avataren, weil die wollte ich mir auch mal holen. Und ich brauche noch das Bundestil sowieso, dass ich... gegen wen geht's? Herr Pitbull! Okay, was liegt an? Ein Avatar zerstörer. Einheit befördert. Wen soll ich erledigen? Viel Spaß, Kommando. Da kann ich jetzt wirklich ein bisschen Spaß haben. Wir kommen nämlich eine lange Zeit nur in der Infanterie und noch keine schwarze Hand bisher. Du kannst doch einfach die Terroristen ignorieren. Das ist in Ordnung. Halt sich selbst, oder? Oder erst ab einem gewissen... Okay, das kann sein, ich ihn auch ins Asen nachschicken muss. Halt dich mal. Feindliche Einheiten in Sicht. Ausbildung. Unsere Basis wird angegriffen. Einheit befördert. So, Firefork... Fireforks. Einheit bereit. Fireforks mit dem Strato-Upgrade. Firehorks angedockt und prüfer steht bereit. Aber ich glaube, hier könnte ich wirklich auch mit richtig vielen Truppen... Und die Krieg hat ultra günstig durch den Satelliten ablenkt. Ich will gerade zu viele Sachen gleichzeitig. Ich merke schon. Ich glaube, ich habe einfach das Geld nicht. Firehork angedockt und bereit. Ich bin bereit. Unzureichende Mütze. Der muss auf jeden Fall schön befördert werden. Feindliche Einheiten in Sicht. Und wo ist der Feind? Hier. Okay. Ich hätte jetzt vorhin auch die Terroristen manuell auswählen können, aber ich wollte jetzt nicht darauf vertrauen, dass ich mir der Maus jetzt exakt treffe. Wenn ich verklickt hätte, dann ist Insta-Dev gewesen. Und das Gebäude sich entschließt erst zu sein. Das ist so schrürt und das Gebäude. Das ist abhängig. Das fällt nur zusammen, wenn man es beobachtet. Weg. Oh nein. Oh, in der Luft. Ich dachte, ich kann ihn noch nicht zeitig wegziehen. Das hat mir getan. Ich muss mit dem Kommandor doch ein bisschen defensiver spielen, bis er hoch genug gelevelt ist. Wir haben noch keine... Keine weiteren Sniper. Kann man wieder überraschend da ran. Ich muss mit dem einfach ein bisschen defensiver sein. Dann können sie verspielen, bis er befördert genug ist. So, ihr habt... Ich meine, ich könnte auch welche mit Raketen auf Patrouillieren schicken, um etwas gegen die Bomber zu machen, die später kommen. Aua. Oh, nee. Stimmt. Da war ja was. Das hat ganz, ganz nicht gereicht. Kommando, ich brauche dich. Bitte, danke. Oh, wie ist es schon gleich wieder instinkt? Okay, okay. Ich lasse die einfach in der defensiven Stellung rufen, in der hinteren Linie. Jetzt, wo die schwarze Hand kommt, ist das wieder ein bisschen lost. Ja, Sir. Feindliche Einheiten in Sicht. Lastos Minimalus. Oh mein Gott, erschreckt mich nicht so. Ich dachte, ihr seid alle kaputt gegangen. Ein Halt wird angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Ich müsste nur mal wissen... Ich müsste ja die ja auch wirklich hinter den Gegnern abwerfen können dann. Das ist das nächste Krasse. Warum kosten die jetzt viereinhalb Tausend? Das hätte das Gebäude nicht ge... Das ist ja Kacka. Das war doch letztens viel günstiger. War das missionsbedingt, oder? No. Wo werden wir gebraucht? Wo wird das Ding ganz umsonst gebaut? Richtig viele Juggernauts sind da auch noch eine Idee. Aber ich versuche nochmal die Firehawks mit dem Strato-Upgrade. Und dann müsste ich einfach nur wissen, wo... Ich glaube, das Technologiezentrum war irgendwo hier zentral. Wenn ich das zerstört bekomme... Aber gut, vorher hätte ich gerne zumindest, wie gesagt, einmal... Was brauchen Sie? Wo werden Sie gebraucht? Wen sollen wir das Gebiet sichern? Gegner in der Nähe. Scharfschützen-Team. Einheit wird angegriffen. Unbesiegbar. Meine Befehle. Mammut rückt vor. Haltet uns den Rücken frei. Feindliche Einheiten in sich. Ausbildung. Aufbildung. Bereit. Vorsicht. Scharfschützen-Team, wo werden wir gebraucht? Scharfschützen-Team, bereit. Einheit wird vor. Gegner in der Nähe. Ja? Okay. Einheit bezorgert. Aber ich könnte mich so sagen, dass wir uns zum Beispiel darum kümmern, dass keine Infanterie mehr kommt, das wäre auch schon mal gut. Zeitkommando Neuses. Einzige Existenz hingenommen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den irgendwo rein sneaken kann. Ja, endlich Beförderung. Mit dir ist auf jeden Fall nicht alles okay. Du fliegst einfach durch die Gegend hier. Warum habe ich nur... Kann sein, dass irgendein Firehawk hier einfach... Da hinten! Vielleicht könnten sechs Stück schon reichen für das, was ich tun will. Wir probieren es einfach mal. Komm. Wenn es totale Katastrophe ist, lade ich halt einfach... Ich bleib bei sechs. Ich bleib bei sechs. Stratofalter abgewählt. Habt ihr auch drin? Ach du Scheiße. Ja, ich sehe schon, was hier... Okay. Ich wollte nur mal wissen, wo was ist. Da hinten ist die... Die Hand von Nord. Die hätte ich gern zerstört, tatsächlich. Weil wie gesagt, ich glaube, der hatte keinen... Da ist das Technologiezentrum. Ohne die Hand von Nord habe ich schon mal einen großen Stressfaktor weg. Das ist es mir auch wert. Weil wie gesagt, soweit ich mich erinnere, hatte er hier keinen Bauhof und konnte Gebäude nachbauen. Alle zerstörte Gebäude war ja Gold wert. Ich könnte natürlich auch alles Stück für Stück mit der Jungenkunde-Snipern und erst mal die Dinger da kaputt machen. Eine ist kaputt. Das ist der Fortschritt, den ich sehen will. Da können wir auch mit sehr vielen Sohntubern dann arbeiten, weil die zerschreddern ja einfach. Gegner. Seelisch, moralisch, geistig. Okay, da kommen die jetzt hier mit ihren... Das ist ja auch mal interessant. Wo ist denn mein... Kommando? Du hast gebraucht, Freund. Ja, ja, das Kontrollzentrum. Das könnte ich dann jetzt mal wirklich machen. Aber erst mal hätte ich gerne noch die andere Kaserne zerstört und dann wäre, glaube ich, schon mal groß was erreicht. Und dann können die einfach doch ein Gebäude nachbauen. Ich habe das falsch in Erinnerung. Das wäre toll, nicht wahr? Hm. Wahrer Schmaus. Jetzt gehen die Menschen auch bald die Ressourcen aus. Jetzt muss ich mal was Entscheidendes erreichen. Ich glaube, das Geo- und Kanon-Kontrollzentrum könnte eine gute Investition sein. Oh, nein, 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 nein. Du bist teuer. Ich bin schon da. Mammut-Panzer-Bereich. Sie sind angebildet. Alles unter Kontrolle. Was brauchen Sie? Meine Befehle? Ja, Sir. Was sehen Sie? Unsere Befehle abschätzen die im Bereich. Wo ist unser nächstes Ziel? Schon interessant. Schon interessant. Ich bin noch nicht. Jetzt, jetzt haben wir Probleme über die Geld. Leider, leider. Die Unkonone kann ich halt gratis schießen. Aber sobald ich das mache, baut er doch, glaube ich, sein Tempel von Nord, oder? Da war was. Da war was. Egal, ich probiere es mal. Wilds-Gelb-Möglichkeit. Ich durfte sogar instant shotten. Nur eben nirgendwo in diesem Bereich. Wo ist denn der Kommando? Ich sag bloß, der ist down. Der ist down. Wann ist der denn down gegangen, bitte? Hm. Naja. Kurz so lang brauche ich halt nochmal einen, um die Avatare zu zerstören. Mal überlegen, ob es wichtiger ist, das Ding hier zu zerstören. Ja, dann kann ich den vorderen Bereich der Basis zerstrahlen. Dann kann ich eh Ziele zerstören, wie ich will. Alles klar. Wie, 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 wie es mir gefällt. Gucken wir mal, ob die vier reichen. Dann eure extra Geschwindigkeit merke ich aber auch nicht viel. Scheint es aber nicht zu reparieren. Feindliche Einheiten in sich. Ja, Sir. Unsere aktuelle finanzielle Lage ist ein bisschen bekümmernd. Aber wenn ich die Infanterie da oben weg habe. Vorsicht! Ey, wir kriegen halt wirklich nahezu nichts mehr rein. Das ist richtig schlimm. Feierhawk ist bereit. Ist da was? Schauen wir mal, ob dieser Orca-Angriff vielleicht nochmal gut was ausrichtet. Dafür muss ich halt das Ding sehen. Und ich kann gleich nochmal gucken, ob es repariert. Weil wenn es repariert, ist das Geld ein bisschen wasted gewesen. Ne, macht er nicht. Zack, rein. Dann machen wir noch einen Orca-Angriff rein. Einfach ein Jitus Delitus da. Einfach ständig hier Selbstmordkommandos reinschicken. So läuft das. Hat das viel Schaden angerichtet. Und auch wann was man als viel betrachtet, nicht wahr? Ich würde gerne nochmal laden. Ich glaube, ich hätte statt der Hand von Nott da wirklich das Kontrollzentrum... Ja, das ist sogar hier. Perfekt. Ich mache das erste Kontrollzentrum kaputt. Reichen da sechs? Hier habe ich nämlich auch noch mein Kommando. Ich hatte letztens vier, nicht wahr? Das klappt nicht in der Ordnung. Ich war noch auf dem... Äh, siebten. Kommando. Hey. Vorsichtig bleiben. Jede Menge Gegner. Alles klar. Versuchen wir es mal. Und dann würde ich dann, sobald ich das Ionen-Kanonen-Kontrollzentrum baue... Die Sequenz kam auch noch gar nicht, ne? Dass die Ionen-Kanonen jetzt hier im Orbit ist und durchbauen kann. Und jetzt kann ich den Außenring angreifen. Nice. Einer hat sogar überlebt. Wo war die Kasernen jetzt? Genau hier, ne? Wenn ich das mit dem Rhein feuer, wird es dann hoffentlich reichen. Nein, nein. Weg, 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 weg. Ihr müsst überleben. Ihr seid Elite-Zone-Truper. Ihr macht einen Damage, das habe ich schon gesehen. Das ist... Die Ionen-Kanone hat einen geosynchronen Orbit über Sarajevo eingenommen und ist jetzt online. Wir haben alles im Griff. Prost, Jungs. Bauen Sie ein Kontrollzentrum um die... Ja, troll dich selber. Kontrollzentrum für Ionen-Kanone bereit für Produktion. Ich wollte gerade sagen, haben die wieder mein Kommando gekillt? Ne, das ist einfach nicht hier rübergekommen. Geil. Bin unterwegs. Wird gebaut. Kontroll dich doch selber. Ja, eigentlich... Ja, das kann ich im Äußeren bringen. Das meiste zerstören. Und das sind dann wirklich die gefährlichsten Sachen drin. Also die ganzen Produktionsstätten. Ich glaube, da waren die Fahrzeugfabriken. Ja, das ist halt die Sache. Ich würde gerne das Achievement noch mitnehmen, mit dem Kommando einen Avatar zu zerstören. Aber... Ich weiß ja nicht. Die Firehawks hier haben ausgedient. Die können jetzt mal mit Luftabwehr-Raketen da ein bisschen durch die Gegend fliegen. Und aufpassen, dass keine Luftziele mich nerven. Und dann könnte ich mit sehr vielen Juggernauts arbeiten. Das wurde mir auch empfohlen. Gerade gegen viele Fahrzeuge ist das dann ein totaler Schredder, den man aufbauen kann. Man, das Scharfschützen. Mammut, mal rein. Wenn Video ablegen kannst du erstmal noch sparen. Oh mein Gott, ist das verschossen. Das war da oben. Nö, 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 nö. Initialisiere Video ablegen. Die Ionenkanone ist online und steht zur Verfügung, Commander. Das könnte gut sitzen. Yes! Und beide Kasernen weg. Das ist doch mal viel besser, als ständig die Firehawks da reinzuhieten. Das nächste Mal auch gleich wieder in 200. Oh Gott, wie schnell laden die sich auf. Ich hatte immer Angst. Einer der Gründe, warum ich beim ersten Mal jetzt das Kontrollzentrum so spät erst gebaut habe, war, ich hatte wirklich Schiss, dass das was triggert beim Gegner. Aber das ist jetzt doch, die Ionenkanone hilft ja tatsächlich sehr. Ich habe jetzt wirklich Angst gehabt, dass es ja beim Gegner Superwaffen triggert oder spezielle Angriffe nochmal frei. Also, dass die noch mal aggressiver werden, sobald ich das Kontrollzentrum habe. Ist ja bei vielen C&Cs so, dass sobald du deine Superwaffe baust, die KI dann so richtig loslegt. Diese Superwaffels. Jetzt muss ich einfach nur mit der Ionenkanone reinznipern, immer wieder mal. Ein bisschen was da unten. Feindliche Einheiten in sich. Sammler wird angegriffen. Also, halb mir mal. Ja, Sir. Schafft sie auch noch mal. Ob er es zurück schafft? Ich habe ja zum Glück noch einen. Mehr als einen brauchen wir gerade nicht. Jetzt mag der einen Fall, aber pff. Raketentrop kampfbereit. Trotz dem Böse. Jetzt muss ich halt nur übel auf die... Aber ich kann mich jetzt nicht so um die Luftwaffe kümmern. Ich müsste halt einfach nur wissen, wo das aufgebaut war. Da waren Tiberium-Raffinerien. Da waren Kraftwerke. Hier waren die Waffenfabriken. Das weiß ich noch. Ich glaube, die Luftwaffe... Gut, das... Ich meine, ich kann noch Stück für Stück die Luftverteidigung ausschalten, um dann weiter vorzurücken. Als nächstes die Fahrzeugfabriken zu zerstören, ist schon eine sinnliche Lösung. Auf jeden Fall. Aber... Hm... Da hat es aber nur noch Fahrzeuge gekommen. Bräuchte ich bloß eine kritische Masse an... Eigentlich schon an so einem Truppern. Ja, wenn ich die mit den Drop-Pots mache, kostet das natürlich mehr. Ein gutes Stück mehr, weil ich glaube, da kommen zwei Trupps noch raus, ne? Ziel B. Da waren vier. Aber es sind halt Veteranen. Ne, drei waren es, oder? Den hatte ich vorher schon. Drei Trupps. Für... Bisschen mehr, ja gut, ne? Jawohl. Unsere Befehle? Verstanden. Dann wollen wir mal. Wir haben sie. Unsere Basis wird angeboten. Space Marines, vorwärts! Los, Jungs! Wenn die jetzt noch Auto-Injektoren haben, dann könnte ich dann tatsächlich in die Richtung sogar expandieren. Oder ich expandiere in die Richtung oben, weil da wird ja noch weniger Kommand gegnern. Und es gäbe auch eine günstigere Variante zu expandieren, als einen Landvermesser zu bauen. Wird gebaut. Oh, in die Ohne-Kanone darf ich... Hm, wo schieße ich damit am besten hin, ist die Frage. Wie gesagt, ich hätte... Fahrzeugfabriken noch aufgehoben, bis mein Avatar irgendwo ist. Obwohl, ich glaube... Der Tempel von Nord wurde doch, glaube ich, auch durch Avatare geschützt. War da was? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ob da irgendwo noch welche waren? Feindliche Einheiten in Sicht. Ansonsten ebne ich hier einfach mal noch ein bisschen ein. Die Kraftwerke zu zerstören könnte bestimmt auch was bringen. Okay, kommt doch noch. Hm. Ich muss den Kommando wirklich mal... ...dennummer geben. Der ist ja hier direkt. Oh mein Gott. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Obacht. Warum können die in Geschwatz... Oder waren das noch Überreste? Es kann sein, dass es einfach nur Überreste waren. Gegen wen geht's? Aber ich glaube, da ich jetzt die Katerne zerstört habe... ...kommt einfach nichts mehr. Denn zu allem bereit! Vorwärts, Männer! Und versteigt die Party! Hm. Ja, MBF umpacken. Die Basis wird anrufen. Zu wenig Energie. Hey! Bauunterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Bauunterbrochen. Wenn ich mir einzelne Kraftwerke wechseln habe, dann werde ich die am besten nicht upgraden. So ein mehr billiger Kraftwerk aufstellen, sagen wir es mal so. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten in sich. Wird gebaut. Einheit befördert. Lass sie nur kommen. Auf siehe. Unzureichende Mittel. Ja, aus irgendeinem Grund können die noch schwarze Hand ausbilden. Vielleicht haben die irgendwo noch was. Los, Jungs! Wen soll ich erledigen? Sind bereit. Proof her. Unsere Befehle? Haben wir die Autoindektoren schon? Noch nicht, ne? Ich bin bereit. Stealtheinheit geordnet. Da war ein anderer Bomber. Der ist vorher ausgeschaltet worden. Sehr gut. Ja, mit vielen Juggernauts zu arbeiten wäre jetzt auch eine Idee. Aber das ist jetzt gar nicht mehr das Problem. Dann wollen wir mal. Aber ja, das ist komplett safe hier. Vorwärts! Okay, bis auf die ganzen Obelisken natürlich. Aber ansonsten ist das komplett safe hier. Ich glaube, die Obelisken mache ich mit dem nächsten Luftschlag kaputt. Also mit dem nächsten Orbital. Mit der nächsten Ionenkanone. Objektal gedöhntes Piu-Piu-Teil. Genau, das Ding. Ich denke mal, du bist so ein Jedi-Kommando. Du kannst dir eine eigene Waffe nicht benennen, ey. Jawohl. Trooper stehen bereit. Jawohl. Da bin ich auch nicht immer zum Heilen. Außer ich habe da Flüsse gemacht. Aber da möchte ich euch nicht wegen jedem Elefant zurück ins Arsenal schicken. Ich frage mich aber immer noch, warum da noch schwarze Hand kommt. Vielleicht haben die in den Hinterland doch noch Fabriken zum Ausbilden. Und es kommen immer noch Gegner, aber links nicht mehr so viele. Es wäre jetzt schon taktisch klug, die Waffenfabrik auszuschalten. Aber ich hätte gerne das Bonustier mit den Avataren. Das ist ein bisschen... Ich bin hin und her gerissen. Das könnte noch ein bisschen dauern, bis die mit dem Zeug kommen. Mach mal weg, das Zeug. Sehr gut. Ja, ich mache es trotzdem mit dem Landvermesser. Ich weiß nicht, ob ich mich sicher führe, den Bauhof einfach zu verlegen. Es ist was anderes, den Landvermesser zu verlegen oder den Bauhof. Aber es wird halt so teuer gerade. Erste was, Sammler? Ich weiß nicht, soll ich den mal auf den Ausflug? Ich wünsche, ich hätte jetzt doch den zweiten Sammler nicht verloren. Dann könnte ich nämlich wirklich mal Ernten schicken, einfach so. Einfach so. Einfach so? Hm. Gehen wir mit denen mal ein bisschen voran. Vorwärts, immer, rückwärts, immer. Dann wollen wir mal. Schön frei hier. Da sind wir, der Obeliskim. Los, Jungs. Irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht habe ich schon ein essentielles Gebäude zerstört für. Naja, egal. Wenn wir es nicht schaffen mit dem Avatar, dann schaffen wir es eben nicht. Ich zerstöre das jetzt mit dem nächsten Ionenschlag einfach. Oh ja, ich bin jetzt gerade wirklich ruhig, seitdem ich das zerstört habe. Das ist gut. Wir sind bereit. Wie ruhig da... Das ist wirklich die Tatsache. Das Wissen, dass der keinen Bauhof hat, um Sachen nachzubauen, ist so essentiell in dieser Mission, weil du kannst einfach die Ausbildungsgebäude zerstören. Hast Ruhe. Einfach Ruhe. Stell dir mal vor, dass sowas existiert. Sie wünschen, Commander. Feindliche Einheiten in sich. Ein Haufen einbauen. Und die Basis wird angewiesen. Wir finden neues Bauland. Ich glaube, dass ich die, wahrscheinlich die Tiberium-Rafenarin da drüben ein bisschen beschädigt habe. Das ist wahrscheinlich auch passiert. Ich merke auch, dass denen wahrscheinlich auch das Geld ausgeht. Scheint ja doch zu funktionieren. Vielleicht haben die auch gar nicht unendlich Geld, sondern einfach einen lächerlich hohen Multiplikator auf ihren Tiberium-Einkommen. Als Einzamerler bringt gefühlt 20.000 Geld ein oder so. Okay. Na, für solche Stealth-Spielrenzien reicht sie anscheinend noch. Das Geld. Aber auch nicht mehr für Fahrzeuge gerade. Wahnsinn. No. Set Flackenäuses. So, Geld kommt wieder rein. Ab heute steht wieder Tiberium auf dem Speiseplan. So, die Ionenkanone feuert mir jetzt einfach mal hier weg. Was soll's. Ah, das Forschungs-Acht hat keinen Stoff. Aber da dran kann's eigentlich kriegen. Jupp. Jetzt haben wir eigentlich komplett freie Bahn. Irgendwie, ganz ehrlich, wenn du nicht mit dem Avatar nicht kommst, was soll ich tun? War so noch ewig zu warten. Irgendwie will ich ja doch mal was Sinnvolles tun. Hm, ja, jetzt wo endlich mal Geld wieder reinkommt. Ah, 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 ah. Kommando, wo bist du? Kommando? Das ist nicht dein Ernst! Jetzt bist du abwesend. Das darf doch nicht wahr sein. Kommt mal zurück so und drüber. Das ist ja wohl ein schlechter Witz. Jetzt ist er wieder tot. Komm, 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 raus. Ja, bringen wir es hinterher, komm. Aua. Yes. Na also. Das war auch ein bisschen, oder? Ja, wollte mir nicht erzählen, dass das erst später kam, das Ziel. Oder war das versteckt? Wen soll ich erledigen? Ähm. Okay. Wir sind hier. Interessant, Fragezeichen. Hm. Na, wie gegnerin denn jetzt einfach? Die Avatare haben ja ihre Waffensysteme geupgradet, je nachdem, was für eine Einheit sie geschrottet haben. Jetzt stellt sich die Frage. Geht das auch mit GDI-Einheiten? Hm. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube fast nein. Okay, der Commander kann jetzt mal da oben aufpassen. Irgendwo kann man jetzt auch nochmal entfernen. Das waren wahrscheinlich irgendwelche Reste. Es kann nicht wirklich sein, dass der nochmal Panik alles rausgeschickt hat, was war, einfach weil es keine Ausbildungsgebäude mehr da waren. Oder es ist ein gespawnte Angriff, der jetzt gekommen ist. Das kann auch sein, dass was stattfindet. Flammenpanzer. Nee, okay, es geht nur, es geht nur für... Dachte ich mir. Notanhalten, dachte ich mir. Natürlich. Mein Trick ist ja auch down. Sehr Trick-Neuses. Kommando. Nicht schon wieder. Nein. Einheit bereit. Hm. Ich schieße einfach mal. Ach, guck mal. Da ist sogar was. Vielleicht kriege ich sogar... Ja, ich glaube, ich kriege sogar die Landeplattform erwischt. Ich warte. Ich warte. Initialisieren. Betriebsbereit. Aber weh, das hat jetzt nicht gezählt. Oder war das wirklich... War da... Irgendwann war das wirklich in einer anderen Mission? Oder das Ziel habe ich später erst bekommen. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Ich weiß nicht, was ich ekliger fände. Unsere Befehle jetzt, Trooper. Ich regle das. Und wo ist der Feind? Jawohl. Unterwegs. Bodenunterstützung. Feindliche Einfläser. Ach seht, hätte ich meinen Bauch da hochgepflanzt, wäre jetzt der Bauch weg. Die haben... Die haben... Funktionieren die Luftfilter? Wir sind hier. Die haben irgendwo... Wahrscheinlich wirklich noch eine Kaserne. Warten auf Einsatz für Sie. Avatar. Wir sind Startkleinheit bereit. Sicher, was ich brauche. Und wo ist der Feind? In Art Long. Ja, Sir. Einheit bezahlt. Trooper. Zeit zu gehen. Was brauchen Sie? Was hier passiert war, sind Bomber. Ich regle das. Wahrscheinlich. Betriebsbetter. Vorwärts. Sehen wir uns mal um. Sehen wir uns das mal an. Wir sind hier. Sie wünschen, Commander. Trooper stehen bereit. Oh, ihr regeneriert euch mal. Gott, ja, wenn ihr still steht. Scanner-Packs wären auch noch sehr wichtig. Vorsicht! Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Vorsicht! Ach, der hat drüben gesammelt. Unterwegs. Einheit geordnet. Einheit geordnet. Einheit gefordert. Okay, ein Flugfeld müsste noch dort sein, nehme ich mal an. Feindliche Einheiten in sich. Ernst? Also zum Glück habe ich die Sehnsruppe hier. Die kriegen irgendwo noch Verstärkung. Vielleicht sparen die noch vom Kappenrand oder so. Aber da kommt auf jeden Fall noch was. Die sind schon echt brutal. Die Boys. Wird gebaut. In den Fall stehen bereit. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Luke geschossen. Jawohl. Ah, ein Sammler. Abgeschlossen. Weil es erinnert mich dran, ich wollte noch die Scanner-Facts machen. Wird gebaut. Wird gebaut. Initialisiert. Fahrwärts. Roger. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Endlich wieder Tiberium. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten in sich. Upgrade abgeschlossen. Hm. Melden uns zum Dienst. Wirkt gebaut. Anhaltend. Na, 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 na. Unsere Basis wird angegeben. Bau abgeschlossen. Sag mal, Leute. Wird repariert. Wir überlegen, Sniper oder vielleicht einfach viele Infanterie-Trupps. Obwohl, ich glaube, Wachtposten reichen da aus. Und hier und da ein bisschen aktiv aufpassen. Ja, also irgendwo scheinen die noch Gebäude zu haben. Schlimm, schlimm und so. Aber es ist nicht mehr schlimm. Also schlimm, schlimm, nicht schlimm. Da weißt du Bescheid. Ähm. Ausbildung. Machen wir mal wieder die Nummer. Wir sind hier. Wir haben die Abwehrstellungen des Kraters durchbrochen. Zeit zu gehen. Glückwunsch. Das hast du ja früh bemerkt. Unterwegs. Oh. Auf geht's. Hallo. Der Juggernaut ist ein schwerer Artillerie-Walker. Er verursacht großen Schaden und hat eine enorme Reichweite. Der Juggernaut hat die Fähigkeit, von Scharfschützenteams markierte Ziele unter Beschuss zu nehmen. In der Waffenfabrik können jetzt Juggernaut-Tanzer gebaut werden. So. Und so. Was ist das? Und so. 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 Ich wollte jetzt eigentlich nur. Ich wollte eigentlich die Fahrzeuge raus-snipern. Da kam ein bisschen viel. Was brauchen Sie? Ihr bleibt mal hier. Ich hätte gerne mehr Anti-Infanterie. Wir sind hier. Bau abgeschlossen. Wir haben doch noch mehr als gedacht. Zu wenig Energie. Shit. Wird gebaut. Wird gebaut. Feindliche Einheiten in sich. Talk about timing, ey. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Einheitlich angeschlossen. Hier. Nachschlag. Mom, mom. Unsere Befehle. Lass sie nur vorrufen. Bau abgeschlossen. Ey. Wie übel. Tanky. Hier. Nachschlag unterwegs. Auf geht's. Trufer. Wie übel. Tanky. Die schwarze Hand ist. Trufer. Wir haben alles im Gerecht. Bau abgeschlossen. Nagel sie fest. Ich habe alles gefeuert. Jawohl. Unterwegs. Haben die noch nicht genug? Lass sie nur kommen. Wird gebaut. Trooper stehen bereit. Was brauchen sie? Trooper stehen bereit. Bau abgeschlossen. Ich wübel die Trub-Trupe. Ausbildung. Nochmal mehr von denen. Kommando kann auf jeden Fall helfen. Ingenieure wollte ich. Ich habe die Trub-Trupe. Jawohl. Ich regle das. Wie lauten meine Befehle? Trooper stehen bereit. Ich habe die Recode. Zeit zu gehen. Kommando. Wir haben die Abwehrstellungen des Kraters durchbrochen. Ausbildung. Melde mich zum Dienst. Einheit geborgen. Wird gebaut. Der Juggernaut ist ein schwerer Artillery Walker. Er verursacht großen Schaden und hat eine enorme Reichweite. Der Juggernaut hat die Fähigkeit von Scharfschützen-Teams markierte Ziele unter Beschuss zu nehmen. Können die zwar noch defensiv einsetzen, aber ich glaube das passt so. In der Waffenfabrik können jetzt Juggernaut-Panzer gebaut werden. Korps gepaart. Infanterie-Trupp. Habt ihr noch nicht genug? Doch gegen so einfache Infanterie... Also gegen solche Infanterie machen die noch ganz guten Schaden. Aber sobald es gegen schwarze Hand ist, ich mache da keinen Damage. Nichts nada, niente, nothing. Ende Gelände. Beste für schwarze Hand ist möglich Scharfschützen oder der Kommando. Ich glaube, viele Juggernauts könnten auch helfen. Jetzt habe ich das... Jetzt baut er den Tempel von Nord, ich verstehe. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Los, Jungs. Feindliche Einheiten entsichern. Ah, 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 ah. Hier geblieben, hier geblieben. Ich brauche dich. Yes. Yes. Wenn jetzt einfach kein Avatar mehr gekommen wäre, wisst ihr, wie traurig ich gewesen wäre. Genau, ich auch nicht. Ohne Scheiß, Kommando. Du kannst jetzt ein bisschen Spaß haben, würde ich sagen. Das ist der Tempel von Nord. Oh ja. Wir geben niemals auf, Jedi. Fahr zur Hölle. Starfeinheit geordnet. Ich habe ein Geschenk für euch. Abschütze, wo werden wir gebrauchen? Es ist der Gedanke der Zähne. Einnehmen, einnehmen, einnehmen. Okay, was liegt dann? Aua. Hö, du hast ja überlebt. Krass. Ich habe eine kleine Überraschung dabei. Du bist ja heftig. Wir sind hier. Wo werden wir gebrauchen? Wie laufen meine Befehle? Ich bin da. Äh. Komm mal zurück. Unsere Befehle. Los geht's. So ist da schon eher was. Jetzt hat sich's ausgeavatarat. Da hinten hatten die noch Produktionsstätten. Ich verstehe. Ey, dieser Untrupe an dieser Menge, das ist schon ein bisschen berocken. Oh Gott. Wenn der jetzt einmal reingeflamt hätte. Da drüben. Ich hätte gerne mal noch die Sachen zerstört. Obwohl, der hat einen Baukran. Eigentlich misst er da wieder. Komisch. Wieder aufbauen können. Hm. Tut ein bisschen weh, aber es one-shottet nicht den gesamten Trupp. Obelisk. Dann wollen wir mal. Feuer frei. Verstanden. Beenden wir die Party. Auf sie. Dann wollen wir mal. Bauer. Los, Jungs. Roger. Unterwegs. Beenden wir die Party. Los, Jungs. Unterwegs. Feuer frei. Nachschlag. Dann wollen wir mal. Nein, 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 nein. Was brauchen Sie? Alles unter Kontrolle. Du verstehen bereit. Ihr Nachschlag. Der zweite feindliche Störfeldgenerator wurde zerstört. Fehlt nur noch einer. Macht Sie fertig. Los, Jungs. Beenden wir die Party. Hier, Juggernaut. Positiv. Herr. Feindliche Stützpunkte. Wen sollen wir neutralen Sikansion ein? Wie sieht's aus? Du Tiberium benzin. Ich will wegen oder mit denen. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit volle. Ja, ich habe die ganze Zeit volle Ressourcen. Upsi. Auf sie. Einheit wird angewiesen. Proofer stehen bereit. Macht Sie fertig. Koordinaten? Worauf warten wir? Nehmen Position ein. Okay, ähm. Ingenieure und so. Wir wollen noch die Bonusziele holen. Äh, ah, okay. Aber ja, für die Zukunft können wir uns mal merken, dass wir auch wirklich mal hergehen können und... Ups. Äh, mehr mit Juggernauts arbeiten. Bei denen großer Zahl sollen auch alles schreddern, was zu nah an die Basis kommt. Müssen die Bonus gut verteidigen können. Holen wir sie uns. Die Reichweite ist schon übel. Initialisieren. Räume wegfrei. Einsatz quasi bereit. Ich habe, was ich brauche. Es wurden sämtliche Störfeldgeneratoren zerstört. Energiefeld deaktiviert. Wüst gestört. Initialisiere Video-Agnung. Ähm, ja, das ist jetzt hier... Genau, da sagt doch Boyle jetzt, dass mal der Koppel ist. Das ist der Scanner. Jupp. Autorisierung der Eugenkanone. Wir wissen Bescheid. Ich mache erstmal die Nebenziele noch. Und ich zerstöre noch hier den Tempel. Also den anderen Tempel. Nicht den Tempel. Das ist ja eigentlich der Ursprungstempel, der ursprünglich beim ersten Tiberienkrieg zerstört wurde. Und das ist der neue Tempel. Der Prime-Tempel. Amazon Headquarter, wisst ihr Bescheid. So, das noch. Und dann haben wir es. Da haben wir alles geschafft mit dieser Mission. Oh, halt. Oh mein Gott. Stell dich mal vor, wir hätten jetzt die Mutantenhütte vergessen. Na gut, dann hätte ich einfach geladen und die nochmal angenommen. Was ist, wenn ich ihn einfach so zerstöre? Wahrscheinlich geht das gar nicht, oder? Doch. Hm. Imagine. Ich mache einfach was anderes. Yay. Jetzt haben wir eigentlich alles. Bonus-Ziel erreicht. Geheimdienstdaten aktualisiert. Wir sind hier. Was ist, wenn ich mit dem Kommando einfach im Qualm-Tempel spreng? Das würde eigentlich funktionieren. Himmel erlaubt. Brauchen Sie los. Stellt euch mal vor, ich bin einfach so cool. Wir sind hier. Mobile Atelier hat uns zügig militärisiert. Wir sind durch den inneren Mauerring durchgebrochen, Commander. Mann, ist das Ding groß. Danke, danke. Der Primetempel ist in Sicht, Commander. Ja doch, die haben den Bau... Aber irgendwie baut... Also Bauhof und Baukran, aber trotzdem baut die KI hier nichts wieder auf, was zerstört wurde. Selbst im inneren Ring nicht. Kommando? Spreng das Ding mal. Dann habe ich einfach verloren. Niederlage. Entschuldigung. Soll ich jetzt den Gedaller zünden? Ja, okay, das Ding ist im Verwundbau nicht wahr. Ja, ich dachte es mir... Ah, okay, alles klar. Man kann es angreifen, aber es verliert keine Lebenspunkte. Können Ingenieure rein? Nee, okay, alles klar. Dann beenden wir das Ding. Kaboom! Jawohl! Und putz! Und einmal angeklopft. Wunderbar. Jawohl! Jawohl! Ah, das fühlt sich gut an. Okay. Äh, was haben wir noch? Was haben wir noch offen? Wir haben noch die vier Screen-Missionen halt. Ähm, in Deutschland. Beziehungsweise Mitteleuropa einmal ist ja Bern. Äh, welche Reihenfolge war das? Ich glaube es war München, Stuttgart, Köln, Bern. Die vier Missionen. Und dann noch Rom und Grand Zero. Boah! Äh, das alles in eine Folge. Das waren jetzt schon zwei Stunden für das. Das könnte entweder eine sehr lange Bonus-Folge werden, oder ich teile es doch auf verschiedene Staffeln auf. Und sage jetzt hier, ähm, heute Sarajevo und... Ich könnte natürlich auch wirklich sagen, ich mache es so, ja. Ja, okay. Dann mache ich das in so Zweier- oder Dreier-Packs. Dann sage ich, habe ich jetzt, äh, für diese Folge... Das werden ein paar Bonus-Folgen einfach nur. Dann habe ich für diese Folge jetzt einfach... Oh, dann mache ich es doch in Einzelfolgen. Hm, ah, ne, jetzt habe ich das letzte schon zusammen gemacht. Ne, ne, komm, wir machen es in Packs. Wir machen es jetzt wirklich in Akten quasi. Jetzt habe ich hier, ähm, Osteuropa fertig gemacht. Nächstes Mal machen wir Mitteleuropa. Dann mache ich alle vier Missionen. Hier. In einem Paket. Und dann, und dann die letzten beiden nochmal separat. Dann wären das vielleicht drei Specials oder so. Je nachdem. Ich mache es auch ein bisschen davon abhängig, wie nächstes lang die nächste Aufnahme geht. Aber wären es jetzt so vier Stunden insgesamt gewesen. Aber das könnte sein, dass es jetzt sechs, sieben Stunden geht oder so. Und ich glaube, das passt jetzt erstmal für so Special-Längen. Dann mache ich es sowieso in so Paketen. Weil ich glaube, alles auf einmal wäre vielleicht auch ein bisschen hart. Okay, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann, wenn wir uns... Hm, in Mitteleuropa wiedersehen. Dann wahrscheinlich bei München. Ich meine, die Mission, einige von den Missionen gehen auch sehr, sehr schnell. Deswegen werden die, das Vierer-Paket wahrscheinlich ähnlich schnell, wenn nicht sogar schneller gehen, als jetzt hier Osteuropa. Aber gerade das, die letzten Missionen... Die vorletzte sollte eigentlich gehen. Die letzte... Hm... Hm, schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Und weiter geht's mit unserem sehr schwer Durchlauf der GDI-Kampagne von Commander 3 Tiberium Wars. Ähm, ja. Ihr habt jetzt entweder eine schöne Einleitung, wenn es Einzelfolgen werden oder es ein bisschen mehr aufgespielt werden. Oder ihr habt einfach nur ein riesig großes Zusammenhängendes Video mit Timestamps. Aber so oder so werdet ihr einfach regelmäßig begrüßt. Das habe ich jetzt einfach entschlossen für mich. Und ich kann nachher gucken, wie ich das zusammenschnippe. Ja, wir machen weiter mit München. Da haben wir auch nur auf normal gespielt. Da machen wir eben was weiter und machen das Ganze auf schwer natürlich. Ja, alles klar. Die Mission sollte eigentlich schnell gehen. Es ist ja bloß so dieses... Oh mein Gott, alles explodiert unter mich rum. Überall, Jens. Nein, das Toilettenpapier ist wieder ausverkauft. Okay, jetzt müssen wir die... Ja, die müssen wir eskortieren. Das könnte ein bisschen ekliger werden. Infanterie, Truppe. Pitbulls. Oh nein. So, da müssen wir vor allem, was die... Wir müssen vor allem mit den optionalen Zielen aufpassen. Da nehmen sie das GDI-Labor ein. Ja, genau. Überall so viele Menschen. So geht es mir auch jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe. Wieso habe ich so das Gefühl, dass ich genau den schon gebracht habe? Entschuldigung, das sind halt meine ernsthaften Gedanken. Äh, ja. Aber ihr kennt bestimmt dieses beklemmte Gefühl, wenn ihr einkaufen geht, dann ist einfach die Hölle los. Alles ist weg! Alles weg! Was geht's? Trooper. Haltet die Waffen bereit. Und es ist entweder auf diese Weise die Hölle los, dass wirklich, ähm, die, die ganzen Gänge vom Supermarkt schon so zugestellt sind. Dass du, dass du entweder ewig brauchst, bis du mal irgendwie an das reinkommst, was du willst, weil so viele Leute vor dir sind. Und natürlich, ähm, absolute klassische, riesige Kassenschlangen dann einfach. Dann am besten noch zu einer Zeit, wo das Personal überlastet ist, dass die auch keine zusätzlichen Kassen aufmachen können. Und der Spaß ist vollständig. Oh mein, wenn die Trucks auch mal gescheit fahren würden, dann würden die auch besser fahren, nehme ich mal an. Danke. Ich helfe gerne. Weißt du, irgend so ein, so ein, so ein West-Berliner 1989. Okay, zusätzliche Truppen. Ingenieur, dem ist sehr vieles hier zu schwören. Bisschen was kommt mir mal herunter. Wie schnell ist der? Übelst der Speedy Gonzales. Haben wir eigentlich noch mehr Ingenieure bekommen? Also, allergrößte Problem ist doch... Oder habe ich das übersehen? Wartet mal ganz kurz. Ich glaube, wir haben noch mehr Ingenieure bekommen und sind welche gestorben, weil die anderen waren auch alle ein bisschen beschädigt. Gucken wir nochmal. Okay, wir sind hier. Wir haben doch mehr als einen Ingenieur bekommen, oder? Ich würde mich ja hoffentlich nicht entscheiden müssen. Ja, es sind zwei, es sind zwei. Oh, und einer schon... Okay, zwei Stück. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, dass der dritte auch gleich down geht. Wir sind immer wieder okay, Sir. Fahren wir. Wir stehen bereit. Oh ja. Ingenieur, Einsatz bereit. Wir dachten, wir werden allein im Universum der böse Hals. Verstanden. Ich kümmere mich um alles. Habe ich Feuerschutz? Was brauchen Sie? Es geht los. Nimm das. Jawohl. Alles bereit. Deinheit befördert. Ich finde einen Weg rein. Du gehst mir jedes Mal nach dem Kater. Oder mit dem Kater. Yes. Jetzt wird noch das zweite Bonus-Ziel. Sind fast da. Was wird? Was wird? Wir kümmern uns sofort darum. Deckungsverg repariert. Ich finde, es ist hoffentlich klappt's. Einen haben wir verloren. Aber ich glaube, es war kein Bonus-Ziel. Nichts Geheimes, dass wir... Keinen verlieren. Komm schon, komm schon. Dieser Song ist für euch, ihr Freaks. Genießt die, Sound. So. Initialisiere die, die wir haben. Oh, shit. Los geht's. Okay, abhalten. Der eine muss durchkommen. Dann haben wir's geschafft. Wie gesagt, ich glaube, es war kein Bonus-Ziel. Da habe ich mich auch letztens gewundert, dass es kein Bonus-Ziel war. Und ist es ja anscheinend nicht, dass man alle ins Ziel bringt. Ansonsten wäre das noch mal ekliger mit den... Ja, wunderbar. Oh, die ganze Verstärkung. Aber gucken wir mal. Aber ansonsten wäre die Mission ultra eklig, wenn wir jetzt noch gucken müssen, dass alle drei übrig sind. Äh, braucht man nicht mehr als Sequenz kennen, weil ja alles... Okay. Ja. 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 Wunderbar. Alles abgehakt. Gut. Okay. Äh, nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen wieder nach Mitteleuropa zurück. Alles klar. Das von München. Wisst ihr was? Ich mache mal einen Abmode. Vielen Dank fürs Zusehen. War es ein Quickie. Und wir machen dann weiter bei... Welche Richtung haben wir gemacht? Ich glaube, wir haben zuerst Stuttgart und dann Köln gemacht, ne? Ich glaube schon. Gut. Wir sehen uns das nächste Mal bei Stuttgart wahrscheinlich wieder. Bis dahin. Bye-bye. Und weiter geht's mit der Mission der GDI-Kampagne auf Schwer von Commander Conker 3, Tiberium Wars. Ich habe eben nochmal nachgeschaut und job, Stuttgart und dann Köln. Der Reihenfolge habe ich es gespielt. Also gibt's jetzt Stuttgart auf Schwer. Fabelhaft gibt's jetzt Stuttgart auf Schwer, sage ich euch. Lieutenant Fullerton, Sir. Ah. Ich konnte die Alien-Patrouillen bis jetzt umgehen. Die wissen nicht, dass ich hier bin. Okay. Meine Leute sind in der ganzen Stadt versprengend. Wenn wir die Stadt zurückerobern wollen, müssen wir uns in der ganzen Stadt zurückziehen. Die, ja, die Mission, die Mission. Das könnte eklig werden. Die Aliens scheinen dieses nicht identifizierte Gebäude zu schützen. Zerstören sie es. Und da haben wir das. Jipp, 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 jipp. Holen wir uns. Wir dachten, sie sind tot. Holen wir uns zurück, was von der Stadt übrig ist. Commander, die Aliens haben uns am Haken. Helften sie uns. Äh, retten sie Scharfschützen. Ja. Wäre eine scharfe Sache. Neues Bonus-Zimmer. Okay, legen wir los. Aliens erledigt. Alle Mann raus hier. Los, 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 los. Danke, Sir. Ich dachte schon, das war's. Okay, was liegt dann? Dann geht's doch. Ingenieur, Einsatz vorbei. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich wünschte, ich sehe was. Okay, die Ingenieure müssen wir darüber bringen, nicht wahr? Wie laufen meine Befehle in sich? Dann habe ich auch ein Radar. Einsatzziel erreicht. Bonus-Ziel erreicht. Bin unterwegs. Okay, das Bonus-Ziel haben wir auch schon mal. Nice. Nehmen Sie das östliche Kraftwerk ein, um die verlassenen Jedi-Basis zu akzeptieren. Einer nach dem anderen. Ruhig bleiben. Neues Bonus-Ziel. Ich kümmere mich um alles. Wen soll ich erledigen? Haltet die Waffen bereit. Wetterhandkiste, Medikamentenkiste. Nein! Nein! Ich kümmere mich um alles. Und natürlich die Medikamenten ist ja gut. Okay, ja, ja. Bin unterwegs. Ich speichere jetzt mal. Ich lade jetzt nicht nur deswegen, aber es hat trotzdem wehgetan. Das sind Ingenieure, die aufheben können. Passiv. Oh, ich habe ein Radar. Es ist so viel besser. Wisst ihr was? Wie gehen wir die Beförderung? Wirst du gleich. Ich bin da, weil du bist. Nice. So, nehmen wir noch das andere Kraftwerk ein. Ich bin bereit. Der gehört wir. Sir, diese Aliens haben uns festgenagelt. Wenn wir im Gebäude sind, ist alles okay. Aber sobald jemand feuert, kommen sie durchs Fenster und fressen ihn. Können sie uns helfen? Aliens erledigt. Alle Mann raus hier. Los, 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 los. Nice, nice, nice. Läuft. Gehen wir gleich mal weiter und machen erstmal hier drüben noch. Und CDI-Platoon-Beta ist einsatzbereit, Sir. Was für ein Beta, ey. Und tschüss. Einheit bereit. Yo. Aliens. Ich könnte die Ingenieure nutzen, um Tripods einzunehmen. Das ist halt die Frage, wie viel ich noch brauche für Bonusziele. Norden und Westen für die Schallemitte. Südliche Kraftwerk für das Arsenal. Das habe ich doch eigentlich schon gemacht. Anni, halt, Moment. Das war für den Gefechtsstein, nicht für das Arsenal. Äh, ich lasse es erstmal noch. Ich spare meine Ingenieure erstmal noch. Da kriegen wir das Tech-Zentrum. Halt, 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 halt. Nicht so nah, nicht so nah, die Kisten, nicht so nah, die Kisten. Äh, Veteranenkiste. Zwei Veteranenkisten. Wir könnten da ein Elite-Tripod ranzüchten, wisst ihr was? Das mache ich mal. Noch eine Veteranenkiste mehr, dann könnte, könnte, würde der sich auch selbst heilen, wahrscheinlich. Zack. Zack. Schon mal ein schöner Start. Okay, haben wir auch. Hembe, Kabambe. Da ist das andere. Ja, da kriegen wir das Arsenal her. Halt, Moment, wir können doch jetzt eh, ja klar, ich kann doch jetzt eh Ingenieure ausbilden. Noch ein Löcher in die Löcher. Und Truppen reparieren. Irgendwo war, glaube ich, noch ein Tribe, na, egal. Wir kriegen noch genug. Guck mal, da ist gleich noch einer. Äh, Kommando, Kommando, Kommando. Ja, nice, geil. Okay, alles bereit. Jetzt machen wir uns eine kleine Tripod-Armee und... Ich habe ihre Codes. Melden uns zum Dienst. Vorrücken! Ich habe ihre Codes. Ich habe ihre Codes. Anahilator. Ich habe ihre Codes. Sogar noch eine Geldkiste, die nehme ich auch noch mit. Ich habe, was ich brauche. Sie bluten zwar in eine andere Farbe. Aber sie bluten. Macht sie fertig! Ich habe ihre Einheiten in sich. So. Einheit bereit. Infanterietrupp. Ja, Sir. Alles bereit. Melde mich zum Dienst. Bodenunterstützung. Alles bereit. Verstanden. Marsch-BP bestätigt. Ausbildung. Wo ist denn der Kommando? Ja. Da. Kommando, Raketentrupp. Und Ingenieur. Okay, was liegt da? Was zur Hölle ist da gestorben? Okay, legen wir los. Raketentrupp einsatzbereit. Kommt mir mit Kaffee. Ein G-Walker könnte gefährlich werden. Raketentrupp einsatzbereit. Wen soll ich erledigen? Geht mal rüber. Okay, legen wir los. Ja. Ich bin schon da. Okay. Läuft. Wir machen mal einen Save zwischendrin. Aber so eine schöne kleine Tripod-Armee. Wie auch immer, wir wissen, wie wir die Dinger bedienen. Ich habe bestimmt irgendwo noch so ein englisches Handbuch da. Um uns ein bisschen angenehmer zu machen. Die decken so weit voraus, die Besuche. Finde ich schön. Wäre ganz lustig, wenn das eine eigene Forschung wäre. Also, dass man das erstmal in Forschungszentrum erforschen muss, dass man die Wachs einnehmen kann von anderen Fraktionen. Einfach, weil man die Technologie vorher nicht hat. Auch von Nord, dass du sagst, okay, du holst dir jetzt irgendwie Inter von Gefangenen oder machst jetzt so Späße wie, dass Leute, die sich auf Nord-Technologie spezialisiert haben, da eingeflogen werden als Technologie. Und bei den Skrinnen, ich rob den Namen einfach nochmal, kann man auch vielleicht sagen, dass es dann so Spezialisten gibt, die dann das entziffern und dass man das erstmal erforschen muss als Forschung. Das wäre eigentlich auch eine ganz coole Idee gewesen. Weil es ist irgendwie seltsam. Es ist irgendwie seltsam, auch von der Story her, dass du halt einfach mal so jetzt gerade, die Invasion ist gerade frisch und deine Leute wissen einfach, wie man die Sachen steuert. Aber ganz andererseits muss man halt Gameplay-technisch auch immer ein paar Abstriche machen. Medikamente. Nice. Wisst du, was die Infanteristen... Ah, stimmt. Das kommt ja auch mit dazu. Alien-Flugobjekt zerstört. Auf Luftfluchtsektor einschwecken. Los, 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 los. Alles klar. Danke, Sir. Jetzt schlagen wir zurück. Schön, Sie zu sehen, Sir. Jagen wir ein paar Aliens. Vielleicht noch ein paar MG-Walker, ja? Okay, zurück, zurück, zurück. Neu formieren. Einheit besördert. Jetzt könnte ich auch Zone-Truber machen. Hm. Ich hoffe, der kommt ungeschoren rüber. Ein Tiberium-Turm, den habe ich letztens gar nicht gesehen. Das heißt, ich könnte sogar langsam Ressourcen zurückbekommen. Infanterie-Trupp bereit. Bin unterwegs. Commander. Das dauert nicht lange. Gebäude eingenommen. Einheit bereit. Einheit besorbert. Raketentrupp kampfbereit. Wir haben sie. Kotte, zeigen wir sie. Verfolgt eure Ziele. Raketentrupp vorwärts. Vorwärts. Ja, Sir. Ich kümmere mich um alles. Nimm das. Trooper stehen bereit. Los, Jungs. Ihr geht mal ins Arsenal und haltet euch. Ich bin bereit. Wir sind schon da. Positiv. Okay. Hui. Okay. Lasst dir nicht aus den Augen. Bodenunterfissung. Wir kommen allesamt immer von hier. Wisst ihr was? Dann machen wir immer so richtig schönes Schützen-Nest. Infanterietrupp. Treffpunkt bestätigt. Eingraben. Einheit wird angegriffen. Ingenieur einsatzbereit. Wir sehen uns da aus. Ah, jetzt nehmen sie sich Gebäude. Unsere Basis wird angegriffen. Aber kein Ding. Wir können das auch zerstören. Das sind Lügen, Fälschungen. Die GDI tötet keinen Zivilisten. Nur GDI-Ingenieure, die Screen-Technologie besetzt haben. So, da kommst du mir mal hier runter. Du kommst mal mit hier rein. Hab ich denn... Ah, da ist der andere Trupertrupp. Trupertrupp. Trupertrupps gibt vielleicht schon was mit Chupa-Trupps oder sowas. Trupertrupps. So, hier sind wir jetzt ein bisschen safe. Natürlich können wir dann hoffentlich auch noch ein bisschen weiter vorstoßen irgendwann. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in sich. Einheit befördert. Was brauchen Sie? Nice, der Ingenieur ist da. Jetzt können wir mal vorrücken. Kommando ist auch da und hat Spaß. Wunderbar. Dann rücken wir mal vor. Stück für Stück zum Ziel, würde ich sagen. Okay. Oh, Hallöchen. Das sind hier Einheiten, die räumen können. Ich bin mir unsicher. Ich geh einfach mal hier rein. Nein, 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 nein. Lass dich auswählen. Oh, shit. Zurück, zurück, zurück. Oh, noch einen verloren. Aber der ist wenigstens Elite. Kommando, Vorsicht. Kommando, Vorsicht. So, das wird gut abgewehrt. Alles gut. Die Trupper können ja auch mal ein bisschen leveln. Das habe ich nichts gegen. Ich bin in der Verteidigungslinie. Also, da kam schon eine ganz ordentliche Truppe an. Das muss man ja sagen, an der Stelle. Kommt mir bekannt vor. Ich hab dich nicht vergessen. Okay. Dann versuchen wir mal die Position da vorne zu beziehen. Tatsächlich hätte ich hier dann auch gerne. Ja. Ein paar Infanteristen, die wir dort dann auch ein paar Bunker aufbauen. Und dann befestigen wir das hier mal ein bisschen. So. Die können wir jetzt ein bisschen Zeit schinden. Und dann stoße ich doch mal wahrscheinlich, ne? Entweder mache ich jetzt noch eine zweite Front auf, weil die sind alle gerade schon hier abgelenkt. Ich weiß gar nicht, ob auf der Seite viel los ist. Ihr kommt mal zurück und haltet euch. Einheit befördert. Unsere Basis wird angegriffen. Ingenieur einsatzbereit. Wir verabreden. Ja, Sir. Ausrücken. Okay. Wir sind oft alles soweit, vor allem mit der Unterstützung. Und wir können die hier sehr, sehr gut abfangen. Ein paar Bunker hätte ich hier trotzdem noch gerne aufgestellt dann. Boah, meine Raketenruppen sind jetzt mittlerweile echt heftig. Was brauchen Sie? Infanterie-Trupp bereit. Raketen-Trupp einsatzbereit. Ja, Sir. Alles klar. Haltet die Waffen bereit. Positiv. Boden-Unterstützung. Ausrücken. Haltet die Waffen bereit. Einheit befördert. Wir sind einsatzbereit. Infanterie-Trupp. Sniper können wir keine machen. Ja, Sir. Raketen bereit. Erfolgt eure Ziele. So, jetzt noch schön ein paar Raketen-Trupps und sowas hier rein. Dann sind wir eigentlich relativ gut gesaved. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Vollen und gehen von hier aus und machen die Zange jetzt zu. Gibt es eigentlich noch weitere Tiberium-Türme, die ich nicht gesehen habe? Vielleicht gäbe es hier noch mehr Ressourcen. Ja, da unten gibt es tatsächlich noch einen. Genau, dort wird der Ingenieur, praktischerweise. Cool. Ist der Weg sicher? Was brauchen Sie? Auf Sie! Sir, die Aliens haben uns festgenagelt. Eine Bewegung, wir sind erledigt. Können Sie uns helfen? Und Sie, die Alplatoon-Beta ist einsatzbereit, Sir. Aliens erledigt! Scharfschützen-Team ist unterwegs! Los, los, los! Sehr gut. Danke, Sir. Sammeln wir eure restlichen Männer ein. Jetzt habe ich den Rang einfach irgendeinem Infanteristen-Trupp gegeben. Egal. Ah ne, Tatsache, jetzt ist auch ziemlich viel Ruhe. Ich glaube, der Gegner ist ausgelaufen, was Ressourcen angeht. Ausgeschlachtet einfach nur. Nehmen wir das noch einen, dann haben wir es. Dann können wir eigentlich einen finalen Sturm machen. Okay. Angriff! Kommandos kurz vor Ende gehst du mal nicht mehr drauf. Na komm, machen wir es schnell. Zu Ende. Wovon noch irgendwas unvorhergesehenes passiert. Oh, ich hätte es auch einnehmen können, ne? Aber es lief jetzt auch ganz gut. Haben wir alles? Ja. Ja. Hätten wir das bekommen, wann war mein letzter Speicherstand. Nur drei Minuten davor. Na, gerade als wir hier los sind. Dann mache ich das nochmal schnell und ich nehme das Gebäude ein. Jetzt könnte es sein, dass das den Unterschied macht. Äh, einfach raus. Okay. Jetzt war ja immer nur diese Absorberschwärme da. Eventuell kriege ich den Eintrag ja wirklich, wenn ich es einnehme. Ja, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich noch machen könnte. Da habe ich noch ein Geheimdienstansatz bekommen. Ansonsten können wir mal zentral ein bisschen durchlaufen, aber ich glaube, das wird nichts mehr sein. Haben wir NGs dabei? Ja, da hinten. Alles bereit. Habe ich Feuerschutz? Ich habe eine kleine Überraschung dabei. Guck, guck. Ich bin da. Positiv. Okay. Bin schon da. Bisschen aufpassen. Wir schießen mal direkt. Okay, was nimmt an die? Zeit für ein Feuerwerk. Positiv. Hör. Ich habe eine kleine Überraschung dabei. Machen wir es mal wirklich sauber und gründlich alles weg und nehmen das Gebäude ein. Ich habe eine kleine Überraschung dabei. Alles bereit. Wen soll ich erledigen? Commander? Nice. Und rein. Schallwaffen und Invasoren. Ich glaube, das haben wir gelesen, oder? Aber wir können nochmal ganz kurz durch. Dass die Schallwaffen sich als äußerst effektiv gegen die Invasoren erweisen. Eben weil die Schallwaffen ja gerade die Frequenz eingestellt haben mit dem Wissen vom Tacitus, dass die gegen Tiberium effektiv sind. Und ja, die Skritten sind halt Tiberium-basierte Lebensformen. Zumindest, naja, sagen wir mal so, es wird davon ausgegangen, vielleicht waren die Skritten gar nicht ursprünglich so. Also hier gehen wir, keine Sorge, es sind keine Spoiler. Es wird viel spekuliert. Da habe ich auch viel von Lord Channels gesehen, wo überlegt wird, ob die Skritten vielleicht ähnlich sind wie die Mutanten, ähm, hier die Vorgotten beispielsweise, hier auf der Erde, dass das irgendwann, dass meine normale Lebenswesen waren, die vom Tiberium mutiert wurden und irgendwann zu diesen Skritten wurden. Da gab es einige Spekulationen in der Hinsicht. Ah, wisst ihr was? Die Verbindungen zum Tacitus lesen wir mal. Erkenntnisse zur Herkunft der Invasoren. Äh, Empfängerfeindkommandeure. Alienwurzeln. Mehrere GDI-Forschungsteams haben alle übertragenen Daten und Spuren der Aliens seit dem Beginn der Invasion gesammelt. Die Analyse ihrer Funksprüche lässt eine Verbindung zwischen Cains Tacitus und den Invasoren vermuten, da die Kommunikationssignale der Invasionstruppen ähnlich aufgebaut sind wie die Datenstruktur des Tacitus. Wir haben daher Grund zur Annahme, dass es sich bei den Invasoren um Skrin handeln könnte. Weitere Analysen haben allerdings ergeben, dass sich die Invasoren hinsichtlich ihrer Sprache und ihren physischen Erscheinungen deutlich von den Schöpfern des Tacitus unterscheiden. Dies liegt wiederum den Schlüssen nahe, dass beide Kulturen gemeinsame Vorfahren gehabt haben können. Und genau das habe ich auch in Lodgehangen gesehen, dass lange, ähm, diskutiert wurde, was sind die Skrinnen eigentlich und sind das, was wir jetzt die Skrinnen nennen, eigentlich die Skrinnen. Weil die, die jetzt als Fraktion Skrinnen sind, sind wahrscheinlich gar nicht die Skrinnen, sondern mehr oder weniger eine Art Splittergruppe der Skrinnen, die sich entweder aus den Skrinnen gebildet hat oder irgendwie anders entstanden ist. Und die ursprünglichen Skrinnen, ähm, die Schöpfer des Tacitus, entweder nicht mehr existieren oder irgendwie anderweitig beschäftigt sind. Gute Frage. Da gibt es auch wieder einige sehr gute Lore-Videos, die das so sehr, sehr stark analysieren. In einem Funkspruch der Invasoren, den wir mithilfe unserer Dechiffriercomputer entschlüsseln konnten, ist sogar ausdrücklich von einer anderen Alienrasse die Rede. Davon kriegen wir später vielleicht sogar so einen kleinen, kleinen, nochmal so einen kleinen, ähm, Sneakpeak später mal innerhalb der Kampagnen. Der Name dieses anderen Volkes ist leider unübersetzbar. Allerdings hat der Dechiffriercomputer den Begriff, die Begriffe Brudererlösung, ach gut, ach, das ist sogar hier. Genau das, das weiß ich nämlich von dem Lore-Video. Brudererlösung, Feind und Skrinnen ermittelt. Und das ist halt so etwas, wo die, wo gesagt wurde, die Skrinnen reden, äh, hier reden von der anderen, von den anderen Aliens. Äh, Brudererlösung, Feind und Skrinnen. Wo man sich zusammengewürfelt halt mehr oder weniger, dass es eine eigene Splittergruppe innerhalb der Skrinnen gibt, die von den Skrinnen selbst als Skrinnen bezeichnet werden und die Skrinnen sind gar nicht die Skrinnen... Ja, ein bisschen Gehirnakrobatik gerade, aber, ja, also, die, die wir jetzt Skrinnen nennen, sind wahrscheinlich nicht die Skrinnen, sondern die anderen Aliens, die von den Skrinnen als Skrinnen bezeichnet werden. Hm. Dies wirft weitere Rätsel über die Natur der Invasoren auf. Da es die zahlreiche Attribute... Übrigens, wenn wir ein Trinkspiel gemacht haben, jedes Mal Skrinnen einen Schott, dann herzlichen Glückwunsch, der Magen muss ausgepumpt werden mittlerweile. Ähm, die wir bislang mit dem Skrinnen in Verbindung gebracht haben. So unwahrscheinlich es auch sein mag, dass die Invasoren und die Schöpfer des Tacitus demselben Volk angehören. Gewisse Ähnlichkeiten sind nicht von der Hand zu weisen. Nicht zuletzt deshalb sollten wir den Tacitus als unsere wichtigste Waffe in dem Krieg betrachten. Wir müssen einen Weg finden, sein Geheimnis zu entschlüsseln. Bericht der GDI-Zonsicherung. Mhm. Dr. A. Bess. PhD. Leiter der Alienforschung. Alles klar. Da haben wir das. Wir haben Stuttgart von den Aliens befreit. Nur die Harten kommen im Stuttgarten. Ah, okay. Jawohl. 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 Haben wir. Schön. Alles klar. Hätten wir doch geschafft. War doch Kinder leicht, nicht wahr? Jetzt haben wir noch Köln, was Deutschland angeht. Und dann noch... Hm, wer nicht? Es geht jetzt doch schnell genug. Vielleicht wird es doch wirklich ein ganz großes Video. Das dann eben vier, fünf Stunden ist oder so. Aber hey, in einem Video ist es geschafft, dann gemacht zu haben. So als Bonus. Warum nicht? Bei Nord versuche ich dann wirklich... Bei Nord versuche ich wirklich alles auf schwer. Außer ich werde zurückgetrieben. Dann muss ich nicht so ein langes Bonus-Video machen. Bei den Videos, bei denen ich umschalten muss. Um noch ein bisschen Erfahrung zu sammeln, was die Mission angeht. Aber gut. Ich würde sagen, ich bedanke mich für's Zusehen. Das war Stuttgart mit allem drum und dran. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in Köln wieder. Bis dahin. Bye-bye. Und weiter geht's mit unserem Schwer-Special für Commander Conquer 3. Tabeerim Wars. Zumindest in der GDI-Kampagne. Gucken wir mal, ob für Nord so eins notwendig sein wird. Je nachdem, ob wir es auf schwer gleich auf Anhieb schaffen oder zurückschalten müssen. Aber ja. Wir wollen uns Köln auf schwer angucken. Köln war jetzt die erste Mission mit einer Base, ne? Ja, ja. Ich weiß, die musste ich ein paar Mal neu starten. Das musste ich mal neu starten. Zwischendurch ja nicht in die Stadt. Dann hat die Invasion relativ unbeschadet überstanden. Wenn Sie die Energieversorgung wiederherstellen, ist sie wieder voll funktionsfähig. Empfange Nachricht. Uns liegen Berichte über Alien-Aktivitäten nordwestlich der Stadt vor. Sondieren Sie mit Ihrem Vorauskommando die Kampfkraft der Aliens. Alles klar. Feindliche Einheiten in Sie. Ah, blaues Tiberium. Aber ich meine, mich zu erinnern, dass ich die Mission mal neu gestartet habe. Oder was eine Mission, die ähnlich war. Ne, stimmt. Es gab eine Mission, die ähnlich war, wo ich gegen Nod gespielt habe. Wo ich auch mit so einem Starttrupp angefangen habe. Zu einer Base bin. Irgendwelche Bundesziele schon? Nö. Nur das Alien-Gebäude untersuchen. Alles klar. Ach, wirklich? Wir sehen doch ganz niedlich aus. Weißt du, ich kann nicht anders, als mir so ein Z-Kabal-Face einfach nur vorzustellen. So, bitte was. Gut, Kabal gibt's nicht mehr, aber... Kabal sollte es nicht mehr geben. Kabal sollte es nicht mehr geben. Aber jedenfalls sind sie groß. Und Bruta. Ich mach das. Trooper stehen bereit. Ja, Sir. Lass sie nur kommen. Und wo ist der Feind? Nimm das. Oh, ah. Halte die Waffen bereit. Was brauchen Sie? Hey. Ich regle das. Hey. Jawohl. Aufhören. Da ist die Base. Yay. Feuer frei. Sondierungseinsatz erfolgreich. Dieser verdammten Buzzer. Sie sind überall. Schieben Sie das Voraus-Romando zu unserem Ingenieur-Team an das östliche Ufer des Flusses. Auf geht's. Das Ingenieur-Team muss um jeden Preis überlegen. Wir haben keinen Ersatz. Wie immer. Besetzen Sie das Kraftwerk im Nordosten, um die Energieversorgung der Basis zu reaktivieren. Okay, 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 okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Au, au, au. Jawohl. Ich habe Sie verbeleid. Schmerzen. Ich kann mich erinnern. Ja, doch. Über diese Brücke kamen so viele Gegner. Ich mache jetzt vielleicht die Tiberium-Raffinerien kaputt. Da kenne ich nichts. In diesen Reaktoren. Mach das mal weg, das Zeug. Vielleicht gibt mir das später einen Vorteil. Weil ich weiß, wie die Skrin hier gespammt haben noch. Ja, wie die Skrin gespammt haben, das kommt mir auch bekannt vor. Okay, schauen wir nochmal. Aber mit Zontrubern bin ich hier sehr gut beraten gegen die Skrin. Zontruppe und Raketentruppe sind sehr gut, um auch was gegen Anti-Air zu haben. Was so... Uuuuh. Spamily, dämily. Wisser Ruins ist nicht entstanden? Stimmt, das konnten die ja... Okay, ich muss mal ganz dringend los. Und groß. Oh, oh, oh. Da geht's los. Da geht's los. Da kommt der ganze Spam vom Kartenrand. Ich kümmere mich um alles. Okay, zeigen wir es Ihnen. Ich habe, was ich brauche. Halte die Stellung. Verstanden. Alles bereit. Ja, Sir. Ja, Sir. Rutenunterstützung. Neue Bauoptionen. Melden uns zum Dienst. Unsere Basis wird angedient. Wir treffen uns zum Dienst. Holy moly. Ja, Sir. Ich habe, was ich brauche. Rutenunterstützung. Es scheint so, dass dieses Gebäude die Alien-Tronen-Kur. Jupp, Kommandozentrale zerstören ist in Ordnung. Mann, hier sieht's ja übel aus. Ja, aber die Gebäude sind wohl im Takt. Die meisten. Wir haben nur keine Energie. Das muss reichen, Soldat. Wir sollen hier eine Stadt erobern. Los, an die Arbeit. Ausbeben. Alles bereit. Herr Vortrag erzielen. Infantik, komm rein. Neues Bonusziel. Unsere Basis wird angeboten. Das ist die Plattform. Ah ja, hier. Das wollen wir uns im Niederfall auch schnell. Marschbettcher bestätigt. Oh, diese MG-Walker. Ich habe Ihre Code. Raketen bereit. Verstanden, Commander. Haben wir schon ein Arsenal? Noch nicht. Wird gebaut. Ah, wir haben schon einen Extrasammler. Sehr gut. Ausbildung. Unzureichend. Melde mich zum Dienst. Arsenal, komm her. Dann hätte ich so schnell es geht den Skrinder. Feindliche Einheiten in sich. Also den, den Tripod. Raketen bereit. Gebäude eingenommen. Ausstellung. Wurde. Abgebrochen. Wird gebaut. Also Basis und Angriff. Bekehr wäre ein neues Gebiet. Wo wären wir? Geht mal in die Kirche. Okay, die Juggernauts könnten ja extrem wichtig sein. Vor allem, um die Brücke zu halten. Habe ich gerade... Wenn wir die Schadenschützen in Sichtweite der Alien-Basis bringen, können wir von hier zuschlagen. Position ein. Seriously. Habe ich gerade mit meinen eigenen Schallimittern... ... 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 Mein eigenes Gebäude geräumt. Was ist denn hier los? Leute, chill. Ah, der Kommando ist hier noch gewesen. Okay. Okay, okay, okay. So, Siberium hält hier noch eine Weile. Ich hätte jetzt gerne... Der Kommando hilft mir eigentlich schon mal ziemlich gut. Was brauchte ich für Zone-Truber nochmal? Technologie-Zentrum. Zone-Truber in großer Menge könnten ja echt helfen, glaube ich. Das sind wohl noch ein paar hier. Role-Truber im Feld. Raketen-Trupp-Einsatz bereit. Raketen-Trupp-Einsatz bereit. Aufgepasst. Raketen-Trupp-Einsatz bereit. Im Leerlauf. Walker aktiviert. Ein Held mit anliegen. Infantiv. Was? Sie sind irgendwie mit dem Walker verbunden. Ausbilder. Und wo ist der Feind? Bin unterwegs. Ich habe ihre Tod. Raketen-Trupp-Einsatz bereit. Aufgefasst. manns Nummer 2. Ich hätte gerne noch eine Waffenfabrik. Stück zurück, Stück zurück. Okay. Soweit kriegen wir soweit. Okay. Das läuft so noch. Wir brauchen noch viele Juggernauts. Damit können wir dann auch richtig gut diese Engstelle halten. Okay. Was liegt an? Die Truppen sind einsatzbereit. Bin schon da. Einheit wird angegriffen. Warum kriegen wir so langsam Geld rein? Okay. Wahrscheinlich wegen den ganzen Truppen, die ich immer wieder... ...einstelle. Jetzt soll es eigentlich gehen, dass mal die Waffenfabrik eigentlich abgeschlossen wird. Sehr gut. Kommt mal rüber und repariert mal bitte. Aber die reparieren sich an sich einfach allgemein. Kann das sein? Okay. Okay. Einheit befördert. Ausbildung. Einheit befördert. Wir haben alles im Gerecht. Was brauchen Sie? Dann wollen wir mal. Mobil artillerieren. Jawohl. Verstanden. Roger. Raketenberatsbefehl bestätigt. Woher warten wir? Juggernaut. Koordinaten? Unsere Basis wird angeblich. Positiv. Nähe uns alle ist unter Kontrolle. Jetzt kommen Luftanheiten, aber dafür habe ich die Raketentruppe dabei. Au. Trooper. Auf geht's, Trooper. Los, Junge. Rein da. Schießen. Wir sind das. Unterwegs. Das ist jetzt eher ein Problem. Raketenberatsbefehl vorwärts. Jawohl. Trooper. Ich regle. Ja, Sir. Ja, Sir. Im Leerlauf. Raketentrupp kampfbereit. Wir haben sie. Tuggernaut erwartet. Jetzt warten wir mal mit weiteren Juggernauts. Wie sieht's aus? Worauf warst du hier? Ich bin da. Bin unterwegs. Tuggernaut. Okay. Werft. Landvermesser? Hier holen wir uns jetzt mal das saftige Diberium. Nicht schlecht. Einheit wird... Ja, das... Ist etwas heftig. Ihr befördert euch mal schön weiter. Hm. Feindliche Einheiten in sich. Sobald wir das haben... Einheit wird angegriffen. Wisst ihr was? Wir machen mal einen Weg. Ganz ruhig. Raketentrupp vorwärts. Bereit. Raketentrupp kampfbereit. Rettet euch, Raketentrupps. Unsere Befehle. Jawohl. Einheit ist sauber. Haltet die Waffen bereit. Unsere Befehle. Warten auf Einsatzbefehl. Nice. Wird gebaut. Worauf warten wir? Nicht so nice. Aufgepasst. Haben Feindkontakt. Ich brauche jetzt unbedingt Luftwaffe. Wird gebaut. Bei dir Dinger, wenn die mal richtig treffen, das tut weh. Lass dir nicht aus den Augen. Ihr seht jetzt. Marschbefehl bestätigt. Diese Form von Weh. So, oder? Wird gebaut. Brick ist bereit. Troupar sind wieder abgeleitet. Wiggy, wig, wig, wab, 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 wab. Wir sind so weit. So, das ist schon mal ein guter Start jetzt hier. Jetzt sollten wir das ganz gut halten. Und jetzt müssen wir bloß noch eine kritische Masse aufbauen, um da mal schön durchzuspurten. Halt, Moment, ich habe die falsche Ladung drin. Okay, zur Unterstützung. Wollen wir jetzt einen Mammuts bauen? Hm. Oh, da sollte ich dann mit Jafa noch die Reelgan-Technologie machen. Wir könnten da mit einer Menge Zone-Truber rüberspringen und die Base zerstören. Jawohl, Trooper. Verstanden. Trooper stehen bereit. Alles okay. Trooper sind einsatzbereit. Einheit wird einsatzbereit. Konzentriert euch. Da geht's wieder los. Die Party. Alter, was ein Gemetzel. Aber wir sind effektiv dabei. Die Trooper könnten wir wirklich noch die Upgrades gebrauchen. Einheit verloben. Jawohl. Ihr dürft wohl noch weiter hier auch drauf schießen. Habt ihr noch nicht gelöst? Roger. Los, Jungs. Alles reparieren, was ich noch reparieren kann. Firehawks, mach die bitte platt. Restlich. Dankeschön. Sehr freundlich von Ihnen. Dann wollen wir mal. Was brauchen Sie? Unsere Befehle. Kommando könnte da bestimmt auch rüberspringen. Wir sind hier. Alles bereit. Upgrade abgeschlossen. Trooper. Was brauchen Sie? Trooper stehen bereit. Jawohl. Hier, Feuerhaut. Hier, Feuerhaut. Feuerhaut. Bestätigt. Durchhalte. Wir brechen ab. Ausbild. Wir sind hier. Unsere Befehle. Roger. Wobei, da könnte ich noch ein paar Luftschläge machen. Bestimmt. Um effektiv was wegzureißen. Dann wollen wir mal. Los, Jungs. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Firehawk angedockt und voran. Bau abgeschlossen. Feuer frei. Oh Gott, es sind zu viele auf einem Fleck. Ah, shit. Ne, 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 ne. Das war, das war ein Opferkommando. Aber ich weiß, wo was steht. Das ist das, ja, das ist der Bauhof quasi. Und den muss ich zerstören. Das hat nichts gebracht. Das war jetzt einfach massive Geldverschwendung. In der Hoffnung, dass hinten nicht so verteidigt ist. Aber da war es so viel Zeug gewesen. Oh, shit. Machen wir aber viele Mammutpanzer. Den wir dann langsam vorrücken können. Kommando brauche ich ja weiterhin zur Defensive. Die Tripods machen auch einen sehr guten Job. Lassen wir doch mal die weitere Luftwaffenbasis. Wir brechen da frontal durch. Der Kommando ist mir zu wichtig, um ihn darüber zu schicken. Weil der ist schon so befördert, wie der durch Infanterie durchfräst. Das ist Wahnsinn. Einer von euch hat Bomben. Raketen vom Einsatz bereit. Raketen bereit. Ja, Sir. Wir müssen näher erarbeitet. Mammutpanzer rein. Wird repariert. Auf zur Front. Einheit wird angegriffen. Auf dem Weg. Raketentrupp aufgepasst. Ja, den hätte ich ein bisschen besser ausrichten können, aber hat gereicht. Einheit befördert. Okay. Her mit den Mammuts. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in sich. Warten auf Einsatz für Sie. Verfolgt eure Ziele. Bereit. Mammut. Einlass bereit. Auf zur Front. Hat er die Tripods. Die werden auch rüssen. Das ignoriert er einfach, ne? Die haben hier den Spaß ihres Lebens. Mammut wird angegriffen. Einheit befördert. Ausbildung. Ja, jetzt habe ich zwei vollbeförderte Tripods. Und bei den Mammuts können wir auch mal so langsam in die Richtung gehen. Mammutpanzer. Sie hat zeitliche Einheiten in sich. Feierhaut angedockt und bereit. Bereit. Warten auf Zielkord. Hier Feierhaut. Wir greifen an. Ja, Sir. Mammut einsatzbereit. Ausbiegen. Feierhaut ist bereit. Mammutpanzer bereit. Ja, Sir. In Bewegung. Ja, Sir. Mammutpanzer. Völlige Überlegenheit. Hui. Diese Zeit wird es fahren, ey. Mammutpanzer. Aufgepackt. Hinten vor vorwärts. Einheit wird angekündigt. Ja, Sir. Kriege ich dich von hier? Haben Feindkontakt. Kriege ich. Nice. Boah, es tut immer so weh. Seid vorsichtig. Marschbefehl bestätigt. Wisst ihr was? Ich glaube, wir gehen mal rüber. Das sind auch genug Mammutpanzer, dass wir auch gut effektiv damit in den Flugabwehr machen können. Kommt durch näher. Kommt durch näher. Die Weibots sind so schnell. Zack und durch. Einmal durch, bitte. Der Rest drückt nach. Hier rückt hinterher. Habe ich den Commander noch oder habe ich den verloren? Den habe ich noch da. Oh. Der Tripod ist wichtig. Der darf nicht fallen. Hier hinten gehen und ein bisschen erholen, bitte. Auf die Wunde pusten. Auf die Wunde pusten. Auf die Wunde pusten. Auf die Wunde pusten. Sehr gut. Dieses Momentum nutzen wir gleich, um weiterhin Druck zu machen. Deswegen habe ich mich jetzt nicht dazu entschlossen, den Bauhof. Ich glaube, ich hätte das schon machen können. Mit genug Firehawks hätte ich dann hinten einfach den Bauhof wegsnipern können. Mehr oder minder. Oder schnell wegschießen können. Aber ich habe meine Priorität lieber darauf gesetzt, noch das Bonusziel zu schaffen. Und vorwärts. Weiter, weiter, weiter. Dann zieht mir bitte noch die Basisverteidigung weg. Danke. Hier kommt auch mit rein. Die Tripods hier haben sich echt als nützlich erwiesen. Ich meine, leider darf ich mit den Kanäten das Schild-Upgrade nicht machen, aber selbst ohne das sind die extrem stark. Woods. The Snydle is in the Woods again. Komm, das kriegt ich mir jetzt gestört. Holte ich mal die Sturmtürme. Bin unterwegs. Ja, das heißt einfach zerstören, nicht zerstören oder einnehmen. Also dementsprechend wahrscheinlich kein Geheimdienst-Eintrag, der nicht verpasst. Passt alles. Ganz am Ende noch ein Juggernaut verloren. Aber die beiden Tripods, ey, die waren so richtig die MVPs. Wie die da durchgeschnittert sind. Wahnsinn. Die hatten Spaß. Okay. Haben wir alles. Jo. 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 Wunderbar. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns das nächste Mal dann, ja, bei der letzten Mission, die noch übrig ist in Mitteleuropa. Und zwar bei Bern. Bis dahin. Bye-bye. Und weiter geht's mit dem Schwer-Special der GDI-Kampagne von Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Wir machen weiter in Bern. Das ist unglaublich, Command. Ja, aber echt unglaublich. Die hab ich auch noch nicht auf schwer gespielt. Das müssen wir gleich nachholen. Ah, au. Au, die mit dem, die mit dem Krater da. Uh, wuh. Ah, stimmt. Hier krieg ich ja gleich eine ganze Sache bereitgestellt. Ja, hier sollte ich dann auch wieder vorsichtig spielen. Das könnte sehr interessant werden. Na, wir haben schon zwei. Dieser Stützpunkt ist die letzte Festung der Aliens in dieser Region. Zerstören Sie ihn. Alles klar. Darf ich eine Eugenkondone bauen? Dann wird es sich lohnen, sich einzubunkern. Aber wir haben hier keine, wir haben hier kein regeneratives Tiberium, ne? Das ist nur da oben. Mh. 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 Ja, wie machen wir das? Wie machen wir das am besten? Habe ich irgendwelche Bonusziele? Irgendwelche relevanten Bonusziele? Neue Bauoptionen wird gebaut. Ausbildung. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheiten. Sie wissen, wer sind hier? Macht genug. Ich glaube, das wird ziemlich heftig. Raketentrop einsatzbereit. Das wäre ihm hier, wird eh nicht nachwachsen, nur da hinten. Das heißt, wir können wirklich gucken, dass ich gleich noch ein paar Sammler mache, dass das Geld reinkommt. Das ist ja auch ein paar Sammler. Aliens im Anflug. Und diese Bieste vom Himmel. Bisschen zurück, liebe Walker. Das ist noch halblich, glaube ich, auch geklärt. Nice. Das ist noch gegen ein bisschen Liebe. Meine Energieversorgung kriegt keine Liebe. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Die Basis wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Bau abgeschlossen. Vorsicht. Sammler wird angegriffen. Lade bereit. Wird gebaut. Unterwegs. Wird repariert. Alter Falter. Was ist denn hier alles los? Erfolgt eure Ziele. Einheit zu fördern. Einheit zu. Konzentriert euch. Raketengruppe vorwärts. Ausbildung. Feindliche Einheiten in Sicht. Hohe Tiberium-Erlastung. Weg da. Raus da. Verstanden, Commander, Sir. Raketentrupp einsatzbereit. Vorsicht mit dem Zeug. Okay, ganz ruhig. Erwarten Befehle. Raus abgeschüttet. Raketenbefehle. Das lässt ja nicht lange auf sich warten. Sogar mit Schutzschild. Predator. Raketentrupp aufgepasst. Vorsicht. Wir haben sie. Seid vorsichtig. Unsere Basis wird angegriffen. Panzer rüber. Panzer rüber. Ihr kommt mit dazu. Ihr schießt mit. Wir haben eine andere Pläuzone bestätigt. Lassen Sie nur kommen. Kontent wird euch. Einheit gefördert. Wir müssen näher. Wir Duggernaut. Näher uns Zügen. Erntevorgang läuft. Einheit wird angegriffen. Okay, jetzt geht los. Neue Bauoption. Wird gebaut. Sammler wird angegriffen. Einheit verhöhnt. Unsere Basis wird angegriffen. Ich darf die Gronkonone bauen. Die machen wir sofort. Ich hätte nämlich schon gerne die Möglichkeit, in die Base reinzunuken. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten in Sicht. Neue Bauoption. Ausbildung. Feind anvisiert. Panzerdivision ausrücken. Verstecken Sie sich. Hier Juggernaut. Und verschränkt die Party. Zentral. Wir haben immer noch Pitbulls. Vorsicht. Feuerhawk angedockt und bereit. Alles klar. Machen wir sie fertig. Wir haben noch nicht genug. Angedockt und bereit. Vorwärts. Gibt gerne den Kommando. Feinkontakt. Haben Sie Visier? Feinkontakt. Verwärts beschützen. Autsch. Feuerhawk angedockt und bereit. Apropos Autsch. Unzureichende Mittel. Okay. Geld kommt weiter rein. Feindliche Einheiten in Sicht. Ich glaube, die hatten eigene Stützpunkte überall, ne? Da war was. Aber ich glaube, die kriege ich bestimmt zerstört. Ich hätte gern irgendwas, was mir schnell dahin spät. Ich möchte wissen, wo... Was mich erwartet und wo es mich erwartet. Aber von oben müsste ein Fahrzeugstützpunkt sein. Wird gebaut. Wir sind bereit. Vorwärts, Männer. Und von rechts war, ähm... Lufteinheiten, glaube ich. Yeah. Vorwärts, Männer. Das Ding hat eine richtig schöne hohe Reichweite. Vorwärts, Männer. Sichtweite vor allem. Einheit wird angegriffen. Vorwärts. Feindliches Kommando entdeckt. Bau abgeschlossen. Haben Sie Visier? Immer mit Ihnen. Polius, Molius. Ausgeladen. Das war gar nicht mal hier geklant, aber ich mach's mal dahin. Gegen wen geht's? Los! Raketentrupp einsatzbereit. Vorwärts, Männer. Einheit ist vor Ort. Raketentrupp einsatzbereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Raketentrupp einsatzbereit. Gebäude angehoben. Neue Bauoptionen. Unsere Basis wird angegriffen. Bau abgeschossen. Aufgepasst. Angesposition. Raketentrupp einsatzbereit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schlecht Zeitpunkt. Ja super. So kriegt man auch wieder Energie zurück. Hab ich gehört. Nein, nein, nein. Die werden einfach instant weggeflext, wenn die rauskommen. Ich bringe das Ding zum Laufen. Unsere Basis wird angegriffen. Erstmal die Tripods, bitte. Grücke geriert. Ich hab ihre Code. Hier, Firehawk. Neuer Kurs besteht. Ich hab ihre Code. Melde mich zum Dienst. Hab ich Feuerschutz? Wir haben weitesten entferntesten zuerst. Wir haben die Einheiten in Sicht. Das kommt wieder gerufen. Bau abgeschlossen. Einheit verloren. Einheit befördert. Einheit wird angegriffen. Melde mich zum Dienst. Alles bereit. Einheit geboren. Okay, den haben wir auch. Unsere Basis wird angegriffen. Ausbildung. Ich bringe das Raketen auf. Das war's für den Sammler. Ich hab zum Glück noch welche. Raketengruppe einsatzbereit. Ja, Sir. Raketengruppe einsatzbereit. Unsere Basis wird angegriffen. Ich hab ihre Code. Ausbildung. Konzentriert euch. Aufgepasst. Ingenieur einsatzbereit. Ich hab ihre Code. Ich kümmere mich um alles. Das kommt wieder gerufen. Ich bringe das Ding zum Laufen. Ingenieur einsatzbereit. Einheit wird angegriffen. Oh mein Gott. Lass mich mal kurz ein bisschen rüber. Mach den mal weg, bitte. Die haben den echt noch erwischt. Melde mich zum Dienst. Alles bereit. Einheit geboren. Ausbildung. Ich hab was brauchen. Ich hab ihre Code. Ich hab ihre Code. Einheit geboren. Sammler wird angegriffen. Erntevorgang läuft. Raketentrupp aufgepasst. Ja, Sir. Vorsicht. Angriffsposition. Vorsicht. Du bist schwächer, weil du den Schild nicht hast. Ausbilden. Ingenieur einsatzbereit. Alles bereit. Ich hab ihre Code. Meine Güte. Ingenieur, lass dich mal bitte auswählen. Ich bring das Ding zum Laufen. Gott, sagen Sie, das Ding lebt ja immer noch. Raketenbereit. Ja, Sir. Please stop. Get help. Unsere Basis wird angegriffen. Alles bereit. Sammler wird angegriffen. Ich hab ihre Code. Wir haben Feindkontakt, Sir. Ich hab ihre Code. Ganz ruhig. Ingenieur einsatzbereit. Alles bereit. Code. Okay. Ist der Weg sicher? Alles bereit. Ich hab ihre Code. Einheit geboren. Ungeeigneter Bauplatz. Oh. Wird gebaut. Feindliche Einheiten in Sicht. Ausbildung. Ausbildung. An der Sammler hab ich hier gerettet. Ach nee, da hinten ist tatsächlich ein Respawnpunkt für Tiberium. Okay, dann haben wir wenigstens ein bisschen was. Dennoch könnte das alles ein bisschen angenehmer sein. Ja, Sir. Unzureichend benötigt. Da will ich einfach ehrlich sein. Es wäre angenehmer, nicht zu sterben. Hab ich Feuerschutz? Ausbildung. Systeme bereit. Lade bereit. Ich hab ihre Code. Wir kümmern uns darum. Einheit geboren. Vorsicht mit dem Zeug. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit geboren. Einheit geboren. Diese Basis wird an. Ionen kann. Einheit geboren. Einheit geboren. Das hat das Schöne an den Tripods hießen. So schön mobil. Ingenieur einsatzbereit. Ja, jetzt haben wir Eonen-Kanone. Möchte ich damit in die Base nuken? Würde das reichen, ist die Frage. Ich hab's leider nicht Zerstörung gesehen, aber ich werde jetzt einfach nachsetzen. Und da einen Schlussstrich setzen für den Stützpunkt. Okay, die ganzen Flieger sind ein Problem. Alles klar. Feuerschutzpunkt in Sicht. Feuerschutzpunkt in Sicht. Einheit wird angegriffen. Verstand. Das muss ich konzentrierter machen. Ne, 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 ne. So war das nichts. Ich hätte gedacht, dass die stärker geschwächt sind. Genau, die bleibt mir hier. Ich dachte, ich kann da ein bisschen stärker durchswipen. Bitte was? Kommander, wir konnten die Aktivitäten in der Kommandozentrale der Invasoren aufrufen. Dabei handelt es sich wohl um die Öffnung eines Dimensionsportals. Vermutlich um eine große Waffe abzufeuern. Sie müssen das Gebäude ausschalten, falls wir recht haben. Mann, wir haben in der Stadt echt gewütet. Ja, sieht fast so aus, als hätten sie sie ausgegraben. Hey, was ist das? Da im Zentrum der Grube. Ein klumpenblaues Tiberium. Gigantisch. Plötzlich haben wir solche Nachrichten. Interessant. Feindliche Einheiten in sich. Ja, Sir. Unsere Basis wird an. Sie sind am Tiberiumfeld. Oh, ne. Machen wir sie fertig. Ja, uns fehlen leider Luftabwehrkapazitäten. Koordinat. Oh, shit. Und das sind so viele. Wir haben noch geschossen. Raketentrupp aufgefragt. Auf zum Tiberiumfeld. Lade bereit. Beginnen mit der Antenokdose. Wie sieht's aus? Unsere Satelliten haben eine massive Energiefluktuation an der Rückseite des Alien-Hauptstützpunkts geordnet. Angegriffen. Feindliche Einheiten in sich. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, uns fehlt leider Luftabwehr. Feierhawk angedockt und bereit. Zureichende Mitte. Warnung. Mutterschiff eingesetzt. Neues Ohrlofziel. Höh. Angegriffen. Uns fehlt leider Luftabwehr. Zureichende. Sammler wird angegriffen. Warten auf Einsatz für Sie. Ihr Feierhoff. Feindliche Einheiten in sich. Wirkt bewahren. Zurück, zurück, zurück. Zurück, zurück. Naahhh. Warten auf Zielkoordinaten. Bau abgeschlossen. Wenn wir nicht eine gewisse Luftüberlegenheit aufbauen haben, haben wir ein großes Problem. Ich schieße jetzt einfach mal rein, um irgendwo ein bisschen was abzuschwächen. Hauptsache, wir schaffen mal ein bisschen Ruhe. Schön, dass ihr das werdet. Okay, da ist Ruhe. Nur das Mutterschiff wird Probleme machen. Ich habe nicht viel zum Abwehren. Wir sind startklar. Firehawk unterwegs. Fliegen zum Zielgebiet. Feindliche Einheiten in sich. Verstanden. Warten auf Zielkoordinaten. Ausbildung. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Systeme bereit. Vorsicht. Jawohl, Sir. Einheit befördert. Ah, ja. Uns fehlt die Luftabwehr. Ich habe halt wirklich nichts mehr in der Richtung. Bau unterbrochen. Alles klar. Feindliche Einheiten in sich. Das Ding wird mich jetzt killen. Ausbildung. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Einheit wird angegriffen. Systeme bereit. Lade bereit. Marquetentrupp einsatzbereit. Ich meine, der Fokus auf die ganzen Twi-Pots war schon nicht schlecht. Nur bin ich komplett aufgeschmissen, was Luftgegner angeht. Markepaarstrupp einsatzbereit. Wir müssen näher ran. Raketentrupp kampfbereit. Raketen bereit. Raketentrupp aufgepasst. Ja, Sir. Wir sind starten. Vollenschub. Verstanden, Commander. Einheit wird angegriffen. Raketentrupp einsatzbereit. Feuer! Raketentrupp einsatzbereit. Das wird meinen Bauhof zerstören, nicht wahr? Warte mal, was ist, wenn ich einfach sage, ich gehe einfach woanders hin? Unterwegs. Operation läuft. Mobiles Baufahrzeug ist einsatzbereit. Höhöhöhöh. Hier Mbf. Das ist gut. Nein, Bauherz. Nein, Bauherz. Alles klar. Warten auf Einsatz besiehen. Raketen bereit. Verstanden, Commander. Einheit befördert. Raketen kommt kampfbereit. Oh mein Gott. Sammler verloren. Aufgepasst. Aufgepasst. Ich bau jetzt mal eine komplett neue Raffinerie in diese Richtung. Die Reichweite von diesen Schiffen ist halt einfach Wahnsinn. Kann ich mir diese Erhöhung vielleicht irgendwie zunutze machen und so Flachs hinbauen oder sowas? Wird repariert. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Ungeeigneter Bauplatz. Wird gebaut. Unzureichende Mittel. Alles okay. Neuer kurz bestätigt. Autsch, autsch, autsch. Unzureichende Mittel. Zurück zur Basis. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Das Problem ist, Flugabwehrkanonen bringen da nicht viel, weil die Outrange, also diese Schiffe von den Skrind, die Outrangen die einfach. Feuerhawk ist bereit. Raketentrupp, aufgefasst. Was für Pitbulls halten zu wenig aus, BNTs mit Raketentrupps drin auch zu wenig. Ich bräuchte irgendwas Effektives gegen Lufteinheiten, außer den Mammutpanzer sind halt einfach, ja, machen einfach nicht den Schaden, den ich brauche. Irgendwie fehlt der GDI eine gescheite designierte Anti-Luft-Einheit, außer den Firehawks mit ihren Luft-Luft-Raketen. Aber ihr seht ja auch, wie die draufgehen gerade. Aber wir können uns zumindest trotzdem schon mal mit Flakke schützen, ein bisschen vorbauen, dass wir da ein bisschen was, zumindest gegen diese Raumschiffe da machen können. Wir können uns auch Stück für Stück vorbauen, das ist, der Kommandikon wäre Klassiker. Aktuell ist auch ein bisschen Ruhe wieder. Ich hoffe, das geht so weit, dass ich mich mit den Gebäuden vorbaue, oder geht das nur mit gewissen Gebäuden, dass die den Bauradius erweitern? Das geht schon mal nicht. Dann brauchen wir so was, spezielle Sachen wahrscheinlich. Ja gut, meine Raketentruppen sind noch eine gute Idee, aber die gehen halt auch in Massen drauf, in diesen Beschuss. Oh, der hat gepickt am Boden. Der ist ja ziemlich ruhig, muss ich sagen. Wird gebaut. Verstanden, Commander. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Raketentrupp einsatzbereit. Bauarbeiten lauf. Ja, das erhöht's. Raketentrupp einsatzbereit. Wird gebaut. Raketentrupp einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Raketentrupp einsatzbereit. Ungeeigneter Bauplatz. Ja, wir haben jetzt echt Ruhe. Das war jetzt wirklich der riesig große Sturm. Den haben wir abgewehrt und jetzt ist es irgendwie gechillt. Soll ich mich nicht beschweren drüber? Raketentrupp einsatzbereit. Vielleicht habe ich mit meinem Eonkondon wirklich einen schweren Schlag zugesetzt. Hier habe ich keinerlei Ahnung, wo der Gegner ist. Schließen wir nochmal auf den Hauptschützpunkt. Mal auf die andere Richtung. Ionenkondon aktiviert. Ah, da sind jede Menge Schiffe aufgebaut. Die sollten auch Schaden erleiden, ne? Raketentrupp einsatzbereit. Ja, aber es hat nicht zum Zerstören gereicht. Auch wenn ich hier viel kaputt gemacht habe. Raketentrupp einsatzbereit. Raketentrupp aufgewacht. Vorsicht. Raketentrupp kampfbereit. Ich werde jetzt doch mal hergehen. Und mal alles auf einen Angriff setzen. In diese Richtung. In der Hoffnung, dass da jetzt ein bisschen gechillter ist, sagen wir es mal so. Upsi. Falsche Taste. Nehmt noch auf. Sehr gut. Hm. 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 Kvalit Ridge. Pfeindliche Stütze in Sicht. Kommt schnell durch. Gut, aktuell seh ich auch keine Death-Blobs hier mehr. Au, au. Okay, Luftstützpunkt zerstört. Nach einer Weile geht denn wirklich der Saft aus. Interessant. Hätten die den Spam aufrechterhalten? Nee, der Zwischenseitig hätte mir das echt düster ausgesehen. Aber so ging das jetzt tatsächlich. Die Joggenauts könnten helfen, um die Basisverteidigung auszuschalten. Okay, da ist Ruhe. Oh. Oh. Okay. 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 Der Joggenaut kommt mit dazu. Der Joggenauts erwartet Befehle. Positiv. Denn ihr könnt mich mit euren Lüfteinheiten outrangen. Ich kann euch mit meinen Joggenauts outrangen. Am besten nehme ich wirklich noch einen Sniper-Trupp mit dazu dann. Unzureichende Mittel. Ich bin bereit. Mit Joggenaut. Aufgepasst. Raketentrupp, aufgepasst. Ja, Sir. Seid vorsichtig. Raketenbereit. Raketentrupp, aufgepasst. Verstanden, Commander. Machsbefehl bestätigt. Koordinaten. Nähert uns Zielgebiet. Schlaubschützen. Raketen werden wir gebraucht. Vorwärts. Schlaubschützen-Team bereit. Nehmen neue Position. Wie lachten meine Befehle? Positiv. Oh Gott, der wurde echt gewonshottet von dem Ding. Ich dachte, ich kann noch ein bisschen nach vorne gucken damit. Wie sieht es aus? Na, dann wollt ihr mal. Wie ist unsere Position? Juggernauts nehmen Position ein. Bringen wir sie hinter uns. Ist das Gebiet sicher? Feindliche Einheiten nehmen sich. Verstanden, Commander. Ja, Sir. Vorsicht. Mein Wasserstützpunkt in sich. Los geht's. Ziel wählen. Einheit wird angegriffen. Eben mit alles ein. Autschi. Ah, so wird das was. Wo ist unser nächstes Ziel? Raketentrupp, aufgepasst. Worauf warten wir? Na, dann wollen wir mal. Positiv. Na, dann wollen wir mal. Ja, Sir. Wie ist unsere Position? 80 Grad. Wen sollen wir neutralisieren? Da... Die haben sich da irgendwie... Kann sein, dass die... Oh, guck. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Ich glaube, ich war... Die Unkonone, bitte werd fertig. Ich muss mal ganz schnell groß. Es hat wehgetan, aber... Es war notwendig. Irgendwie haben sich die Einheiten hier verbuggt. Aber nur von dem Stützpunkt. Beim Luftstützpunkt kam sowieso nichts mehr interessanterweise. Weird. Oh mein Gott, ey. Das war wirklich ein Heavy-Auchy. Ich ehre mich, der Lande. Ich werde noch bereit. Wir sehen Sie. Lasst Sie nicht aus den Augen. Feuer frei. Scharfschützen Team. Ich habe Ihre Codes. Ich habe Ihre Codes. Alles bereit. Verstanden. Okay, ich habe Ihre Codes. Oh, verdammt. Los geht's. Raketenkopfkampfbereit. Lauf. Ich habe das Upgrade noch gar nicht für die Raketentruppen. Das ist eigentlich wichtig. Habe ich total vergessen. Da. Auf sie, auf sie. Mach sie gerade. Holen wir sie uns. Aufgepasst. Ja, gut so. Machen wir sie fertig. Das dauert nicht lange. Kommander, ich habe was ich brauche. Alles bereit. Einheit geborgen. Einheit verloren. Okay. Ausbildung. Jetzt machen wir einfach noch ein paar Mammut-Franze. An die Arbeit. Raketentruppkampfbereit. Raketentrupp, aufgefahren. Los geht's. Melden uns zum Dienst. Bringen wir es hinter uns. Worauf warten wir? Holen wir sie uns. Und wo ist der Feind? Zeit für ein Feuerwerk. Mammut, Einsatz bei Höhen. Oh, da gibt's nochmal was Neues. Wie sieht es in einer roten Zone aus? Hat man das echt noch nicht? Ui. Okay. Wissen wir Bescheid. Meine Sammler gehen mittlerweile da hin, weil es uns nichts mehr gibt. Aber hey, solange es funktioniert, ich will mich nicht beschweren. Verstärkungen bereit. Es kann losgehen. Melde mich zum Dienst. Wisst ihr was? Wir nehmen so ein Gebäude ein. Dann können wir hier eine Tiberium-Raffen anbauen. Mammut, einsatzbereit. Können wir eigentlich gleich den Tiberium-Extraktor nehmen können, aber nö. Wir machen unser eigenes Ding. Ach stimmt, euch beide gab's ja auch noch. Meine Befehle? Ja, Sir. Unaufhaltsam. Bau abgeschlossen. Ach, das zählt nicht. Ach, nö. Okay, Leute, alle zurück. Einmal reparieren und auffrischen. Und dann geht die Party bald weiter. Dann machen wir noch den letzten Sturm. Ha. Holt euch wenigstens das blaue Zeug, wenn ihr schon hier raus fahrt. Funktionieren die Luftfilter? Lader bereit machen. Auf zum Tiberium-Feld. Luke geschlossen. Nähe in uns Tiberium-Feld. Ausbildung. Verstanden, Commander. So. Worauf warten wir? Wird gebaut. Mammut einsatzbereit. Wie sieht's aus? Völlige Überlegenheit. Auf dem Weg. Joggernaut. Raketenkrupp Kampfbereit. Boteunterstützung. Mammut-Panzer bereit. Melden uns zum Dienst. Ihr beide repariert euch mal bitte. Mammut geschlossen. Positiv. Entschuldigung, ich meine natürlich heilt. Mammut einsatzbereit. Bereit. Ausbildung. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Unbesiegbar. So, haben wir jetzt ein bisschen was hier. Ja, Sir. Ich komme. Wird gebaut. Mammut einsatzbereit. Gebäude verkauft. Einheit bereit. Das ist ja süß. Das Geld, was wir da bekommen. Nicht gar... Na gut, knapp. Wir bekommen knapp. Nur so viel, dass es sich nicht lohnt, Waffinerie zu bauen und zu verkaufen, um einen günstigeren Sammler zu haben. Mammut kann nur bereit. Bau abgeschlossen. Okay, von wo... Ach ja, stimmt. Wir müssen ja außen lang. Okay, dann kommen wir mal von Süden, würde ich sagen. Aber ich würde mich jetzt trotzdem auf diese Weise mal vorbauen, indem ich sage, zack. Zumindest ist der Weg ja schon mal ein bisschen kürzer. Mammut einsatzbereit. Ach, hier gibt es sogar einen Tiberium-Turm. Auf der Seite gab es keinen, oder? Da war das in diese Richtung. Ah, also es ist so aufgebaut. Bau abgeschlossen. Mammut einsatzbereit. Mammut einsatzbereit. Wisst ihr was? Dass wir nochmal schnell eine Verstärkung bekommen. Mammut-Panzer. Die Mammuts werden zu lange brauchen, bis sie da sind. Aber die... Das könnte ich mir vorstellen, dass die rechtzeitig da sind. Auf der Seite. Schließen. Die Mammut-Panzer. Die Mammut-Panzer. Meine Befehle. Ich komme. Mammut-Panzer. DMT erwartet Befehle. Das sieht sehr gut aus. Was wir da alles haben. Damit sollten wir eigentlich durchwämsen. Ich hebe mir die Ion-Konon mal auf, für den Fall, dass sich hier wieder irgendwas verbuggt hat und eine riesen Armee wieder auf mich zukommt. Okay, Vorsicht. Bleibt mal weg. Da ist dieser Ion-Sturm. Warten mal, bis der abgeklungen ist. Ziel wählen. Nicht ganz so viel, wie ich dachte. Ich dachte, da ist jetzt eine riesige Tripod-Armee. Kann sein, dass ich den Kommando gerade genuket habe. Alles gut. Bitte weitergehen. Einheit befördert. Creditor kampfbereit. Unterwegs. Creditor bereit. Creditor bereit. Oh mein Gott. Ich will einfach nur die Drohnenplattform zerstören, bitte. Oh nein. Wenn die auf mich zukommen. Oh shit. Ich bin ja mal sowas von geliefert. Ich glaube, das kriegen wir da unten. Da hätte ich mal in die Unkonon reinfeuern sollen. Der mit. Komm, das ist so gut wie down, oder? Ja. Äh. Äh. Haben wir's, bitte. Unter von meinem Planeten, ihr verdammten Aliens. Meine Güte. Aus irgendeinem Grund, nachdem ich das Mütterschiff zerstört hab, hat die KI einfach ihre Angriffsroutine ausgeschalten, hab ich das Gefühl. Uff. Wo war ein Signaltransmitter? Ja, ich weiß, was gemeint war. Halt. Stopp. Ach, nö. Da. Da. Ich hab danach nicht mehr gespeichert. Boah. Äh. Aber gut, jetzt weiß ich ja, dass nichts mehr auf mich zukommt. Und daher pumpe ich jetzt einfach mal Tiberium. Komm, das machen wir jetzt noch. Hier weiß ich, dass nichts Gefährliches mehr war. Die machen nicht viel Schaden an der Infanterie, tatsächlich. Ja, Sir. Bau abgeschlossen. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Ungeeigneter Bauplatz. Sammler wird angegriffen. Entschuldigung? Neues Bonus-Ziel. Ungeeigneter Bauplatz. Wird gebaut. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Aufgemacht. Was zum Teufel ist das? Sieht aus wie ein örtlich begrenzter Ion-Sturm. Aber das ist unmöglich. Ich hab das den Aliens. Pew-Pew Party. V. Abgeschlossen. Raketen-Crupp kampfbereit. Ach, das ist schon fehlgeschlagen. Ah, das ist schon fehlgeschlagen. Verstehe. Das hätte ich vorher machen sollen. Ja gut, okay. Dann brauchen wir uns nicht mehr zu bemühen. Dann ist es jetzt nicht so wild, denke ich mal. Weil deswegen jetzt nochmal komplett neu zu starten. Oder noch einen früheren Spiel stand. Wir haben es auf schwer geschafft. Das war das Ziel. Hat das jetzt nicht gezählt? Das ist unglaublich, Kommandos. Hat das jetzt nicht gezählt? Gab's einen Spielstand, bei dem ich den Signaltransmitter noch hätte zerstören können? Da war's schon zu spät. Sammler wird angegriffen. Da nicht, aber... Nee, komm. Wie gesagt, das Bonus-Ziel ist jetzt nicht so wichtig. Das kann ich nicht mehr schauen. Aber... Ja, es zählt trotzdem nicht als geschafft. Obwohl, da. Huh, Glück gehabt. Okay. Ich hab schon fast gedacht, ich muss es normal spielen. Die Mission, das zählt nicht. Das war der Spielstand, wo es funktioniert hat. Okay, alles klar. Ja, dann ist es nicht so schlimm, dass wir das nicht geschafft haben. Ist dann während so ein ganz kleiner Schmutzfleck drauf. Aber passt schon. Es ist auf schwer geschafft. Das war das Wichtige. Das war's, ähm... Alle Nebenziele zu erfüllen ist so schön. Nice to help auf jeden Fall. Aber würde ich noch als Optional einstufen. Okay. Da haben wir das nächste Mal nur noch Rom und Gaunt Zero. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns dann bei Rom wieder. Bis dahin. Bye-bye. Und damit herzlich willkommen zum letzten Akt unseres sehr schweren Nachholens mit der GDI. Und ich frage mich immer noch, warum ich euch eigentlich jedes Mal neu begrüße. Ich glaube, ich schneide das ihr zu einem riesigen Video zusammen. Aber hey, für alle, wie gesagt, für alle, die jetzt dann nach den Timestamps gehen und sich die Videos nachträglich so als einzelne Videos angucken, ihr könnt es wie einzelne Videos behandeln, sagen wir es mal so. Ja, wir machen weiter mit Rom. Äh, nein. Aber, sag mal, ich würde gerne Rom anwählen. Genau. Ich dachte... Nee, doch so. Ja, okay, jetzt geht's so. Okay, schwer wollte ich haben. Ich dachte jetzt gerade schon hier, ich werde gleich in die Mission geworfen, ohne auswählen zu dürfen. Ich wollte schon hier auf die Barrikaden gehen. Okay. Rom. Die Mission war ja überraschend einfach. Ich denke mal, die wird auf schwer auch ganz okay sein, hoffe ich mal. Ich muss nur vor der Brüterschaft da oben in Norden achtgeben. Ich habe jetzt gute Woche nicht gespielt. Ich muss erst mal gucken. Ähm... Ja, stimmt. Commander, wir haben keine Chance, die Türme zu zerstören, solange die Phasengeneratoren nicht zerstört sind. Eliminieren Sie sie und dann jagen Sie den Turm mit der Ion-Kanone in die Luft. Hm. Kennen wir... Ja, ja, das riesige Teil da drüben. Alles in Ordnung. Ähm... Ja, ich möchte übrigens eine Danksagung abgeben. Jemand hat... Ich muss mir jetzt den Kommentar nochmal angucken. Jemand hat mir tatsächlich den Tipp gegeben, was ich jetzt in den Optionsdateien umstellen kann, dass ich jetzt den Ziffernblock für die Einheitengruppierungen nehmen kann. Dann könnte ich um einiges Micro-Manage effizienter spielen, wenn ich das mal so umstellen kann. Ich habe es noch nicht ausgetestet. Mir kam das jetzt erst gerade wieder in den Sinn. Ähm... Ich hoffe, ich denke jetzt nach dieser Mission dran. Da würde ich mal schnell noch einen Cut machen und das einstellen. Weil wenn es funktioniert, wäre das wirklich mega. Weil wie gesagt, das würde dann mein... mein Gameplay schon gut verbessern. Wir sind hier. Autsch, Autsch, Autsch. Vorsicht. Ah, das ist etwas uncool. Danke. Hm. Mal ein paar Wachtürben, um aufzupassen, dass hier nichts rüberkommt. Soll ich vielleicht mal ein bisschen mit dem Trupp und schon mal rüber? Ja, da ist er. Das tut natürlich etwas weh. Aber okay. Tut es weh? Ist es okay. Zwei Sammler. Das reicht so weit, glaube ich. Wir haben auch ganz gut Startgüter noch. Ich würde gerne entweder mit Juggernauts dann den Mastermind wegschotten, sobald er mal rauskommt. Oder ich hole es mir mit Flugzeugen irgendwie. Schauen wir mal. Gefechtsstand, bitte. Hm. Boah. Gebrochen. Der Mastermind. Sollten wir ziemlich gut mit Firehawks wegbekommen, denke ich mal. Wird gebaut. Hm. Wir brauchen Flugabwehrkanonen auf jeden Fall für oben, für Nord. Wir wissen, dass die später Stress machen werden. Und zwar ganz gut. Ganz, ganz gut. Ich habe erst mal gedacht, vielleicht kann ich die in Ruhe einfach zu uns grün fliegen lassen und da Stress machen lassen. Aber so einfach geht es dann doch nicht. So, bei mir sind jetzt vor allem die, ähm, hier durch den Satelliten-Ablink, die, äh, so eine Truppe, die ich rufen kann, um einiges günstiger. Ich glaube, das ist wirklich auf diese Mission beschränkt, nehme ich mal an. Och, Mann, jetzt habe ich keine Energie. Ah, die kämpfen untereinander. Puh. Schwein gehabt, Schwein gehabt. Okay. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Können Sniper vielleicht darüber schießen, effektiv? Bau abgeschlossen. Um vielleicht auch den Mastermind auszuschalten? Das wäre richtig geil. Genau, weil es richtig geil wäre, geht es bestimmt nicht. Ich sehe es kaum. Äh, Arsenal habe ich nicht gebaut, oder? Oh, hat ja eigentlich schon gerne. Alien-Einheiten wurden über die Schuhe teleportiert. Hier, da, da war er, der Schlingel. Ich glaube, wenn ich da früh genug drauf reagiere, müsste das doch funktionieren. Wo werden wir gebraucht? Stehe ich mal hier auf und mach mal aggressiv. Vielleicht kriegt ihr den von hier, aber... Andererseits wird es schwierig. Scharfschützen-Team. Fahne ich auch nicht in der Sicht. Ah, eine ganze Menge... Ja, so nah gehe ich da nicht ran. Ihr könnt da drüben gerne weiter chillen. Kein Problem damit. Werdet schön glücklich dort drüben. Okay, dann... Wird mal weiter gespeichert. Ja, Kommando wäre eine gute... Aber mein Kommando wurde einfach von der im Kommando weggeschottet, wie sonst was. Ich könnte eine Jungenkanone draufhauen auf den Kopf. Das ist auch eine Möglichkeit, ne? Radikale Ziele brauchen radikale Lösungen. Wird gebaut. Machen wir mal ein paar mehr Flags, weil ich glaube, die Alien-Schiffe konnten da auch kommen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Ran mit den Sohntruppen. Ja, das ist Wahnsinn. Tausend. Das ist wahrscheinlich extra für diese Mission leichter gemacht worden. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Ja, ich kann doch die Quixlers verwenden, ne? Ein bisschen dran gewöhnen, vielleicht mal. Neue Bauoptionen. Luftunterstützung bereit. Ziel wählen. Bringen Sie unsere Einheiten mit Hilfe von Transportern über die Schlucht. Ausbilden. Machen wir mal Firehawks. Machen wir mal... Ich habe das Arsenal immer noch nicht gebaut, ne? Wando entdeckt. Wird gebaut. Wen sollen wir neutralisieren? Alien-Einheiten wurden in die Schlucht-Telefon. War so ein bisschen meine Hoffnung. Aber gut, ansonsten wird das auch mit Juggernauts. Aber andererseits... Wahrscheinlich nicht, glaube ich, wir werden... Autoinjektoren, Scanner-Packs. Weißt du was? Wir holen mal so drei, vier Raketentrupps, die wir auch noch in die Base stellen. Einfach nur, um noch ein bisschen was gegen den Standheiten zu haben. Extra. Dann hätte ich gerne noch das Stratofighter-Upgrade. Ja, ich weiß. Ich will gerade sehr viel gleichzeitig. Ich hoffe, das wird sich nicht rächen. Das Blaute-Bärin da drüben wäre schon echt lecker, muss ich gestehen. Leckere Sachen wären lecker, ja? Genau, das habe ich herausgefunden. Trooper stehen bereit. Roger. Okay. Ähm. Ohm. Leute. Ich glaube, ich bräuchte ein bisschen was gegen Luft-Einheiten. Die Phasengeneratoren sind immer noch aktiv. Wird gebaut. Ach, wirklich. Oh, diese verdammten Schiffe, ey. Oh mein Gott, machen die auch einen Damage jedes Mal. Ernsthaft jetzt. Feierhauk ist bereit. Bitte wegmachen, danke. Oh, auf Wiedersehen, Waffenfabrik. Auf Wiedersehen, der gesamte Rest. Oh, Mann, ey. Ihr dürft ruhig mal... Ja, geil. Richtig nice. Halt wirklich eine fliegende Artillerie zu haben, die einfach nur alles outranged. Das ist so ekelhaft, wenn du da nichts Mobiles hast. Jetzt geht es hier aber wirklich ein bisschen ab, kann das sein? Ich meine, die Raketentrupps hätten auch noch vorgekonnt, ja. Aber die sind ja doch easy weggeschottet. Alles, was ich an effektiver Luftabwehr habe, wird easy von diesen Schiffen zerflext. Das ist so das große Problem. Das Einzige, was nicht viel Schaden bekommt, sind die Mammutpanzer. Und die Mammutpanzer würde ich jetzt nicht wirklich als effektive Luftabwehr bezeichnen. Das ist so das Problem. Ah, Bomber. Geil. Ja, jetzt konzentrieren sie sich viel, viel stärker auf mich. Wahnsinn. Letztens hatten die sich untereinander viel mehr lieb. Theoretisch kann ich noch einen weiteren Sammler rauspumpen. Neue Superwaffe der Aliens geortet. Generator geortet. Das Boros Ziel. Feindliches Kommando entdeckt. Schmerz. Alien-Einheiten wurden über die Schiff. Oh, extra Schmerz. Für die Extra-Portion. Aua. Bombenlast. Ach, das muss man aktiv auswählen. Oh mein Gott. Ja, okay. Ich hab ihn erwischt, aber... Wir müssen in Kürze expandieren und mehr Tiberium abbauen. So funktioniert das Strato-Fighter-Upgrade. Ah. Das ist eine aktive Fähigkeit. Ich dachte mal, das wird passiv einfach nur Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Das hab ich jetzt erst gecheckt. Einheit verloren. Ah. Schön, schön. Überhaupt nicht übertrieben mit den Flugeinheiten. Ne, ne. Finde ich absolut okay. Richtig balanced das Ganze. So. Mit Nod hab ich ein paar mehr Möglichkeiten, die Viecher da zu werden. Mit GDS ist echt eklig. Wird ja doch so ein Damage machen. Boah, jetzt ist er aber langsamer. Sag mal. Ja. Ich hab das Strato-Fighter. Ich hab das. Oh Gott. Letztens Mal hat Nod das so schön für mich gemacht. Schon fast zu schön. Plasma-Raketen. Das sind die Flugabwehrdinger, ne. Ich müsste ein paar Sauntruppe reinporten. Das könnte funktionieren. Ob das ein guter Stand ist, ist ne gute Frage. Wir gucken mal. Wir werden jetzt auf jeden Fall in die Gegner viel, viel, viel aggressiver als letztes Mal. Kann ich hier abwerfen? Nicht direkt. Warte. Hä? Die machen das nicht richtig mit den Bomben, ne? Da kam kein einziger... Hallo? Wir sind hier. Och, du Heilige. Okay, die fighten untereinander, aber boah. Okay, um das aufzudecken, hat's gereinigt. Dafür hab ich dann aber wirklich vier Firehawks. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Das können wir optimieren. Die Firehawks bringen ja an sich. Mir war's wichtig, dass ich da aufgedeckt bekomme, für den, für das Upgrade. Aber ganz ehrlich, da reicht ein Firehawk. Die anderen würde ich gerne mal... Wohmloch öffnet sich. Bitte. Wo? Wo, wann, was, warum? Du stellst Fragen. Haben wir verstanden. Wir starten. Los geht's. Zurück, 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 ne, ich zu weit hinterher, ne, ich zu weit hinterher. Wohmloch öffnet sich. Wird gebaut. Bonus-Ziel erreicht. Alles unter Kontrolle. Hier, Nachschlag. Geheimdienstdaten aktualisiert. Freiliche Anrechnung sind sicher. Okay. Lassen Sie nur kommen. Ganz ehrlich, ich bräuchte nicht mehr unbedingt Fahrzeuge. Unzureichende Mittel ausbilden. Unsere Basis wird angekündigt. Wie langsam ist denn das Ding? Anrechnung sind wir angekündigt. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Sammler wird angekündigt. Lade bei mir. Au, 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 au. Okay, ich bräuchte vielleicht doch eine Waffenfabrik, um meine Einheiten zu reparieren. Also meine Sammler. Alter, jetzt ist aber... Jetzt mal ohne Scheiß, was ist denn hier los? Wird gebaut. Vor der Basis wird angekündigt. Lücke in den Weg. Rufer stehen bereit. Ich regere. Angriff Position. Funktionieren die Luftfilter? Einheit verlor. Lass mal los. Einheit befördert. Bau abgeschlossen. Hier beim Tiberium bitte, dann wird es automatisch repariert immer wieder. Die Phasengeneratoren sind immer noch aktiv. Taktliche Haken ersichert. Lass repariert. Bodenunterstützung. Schiit. Wir haben keine Sammler mehr, nicht wahr? Doch, da oben ist noch einer. Randa, randa, randa. Oh, Not drückt vor. Sehr gut, bitte weitermachen. Ich muss nur bis dahin aushalten. Alter. Ich lebe nach. Jawohl. Okay, meine Zone-Truper könnte ja mal ein bisschen Stress machen. Das ist ja mal sowas von anders als auf normal. Man könnte meinen, ich bin von leicht auf brutal. So, machen wir mal die Tiberium-Operation bei denen. Hier, Nachschlag. Bau abgeschlossen. Auch zum Tiberium-Feld. Cool, das wird jetzt immer ein bisschen repariert. Das ist gut. Ausbildung. Trooper, unsere Befehle. Was brauchen Sie? Trooper stehen bereit. Das ist eigentlich auch die einzige Tiberium-Station für die Skrin, ne? Ohne das. Gut, ich weiß nicht, inwiefern die KI cheatet, ob die jetzt einfach unbegrenzt Ressourcen hat oder ob die einfach einen riesig fetten Multiplikator hat. Aber vielleicht können wir denen ja wirklich Ressourcen denilen. Das wäre ganz cool. Weil Not geht mir nicht so weit. Diese Skrin-Raumschiffe sind das Schlimmste überhaupt. Ja, genau ihr seid gemeint. Ich könnte da hochspringen, um was kaputt zu machen, aber ich warte erstmal noch, weil ich möchte jetzt nicht gleich opfern. Ich existiere noch so knapp vor mich hin. Da können wir schon, glaube ich, noch ein bisschen Schabernack bauen. Ich glaube, hier baut er gar nicht mehr großartig Tiberium auf oder so. Das heißt, wir können mal weiter vorrücken. Oh Gott, sind das viele. Komm, das kriegen wir down. Krieg wir down! Okay. Zweimal diese Luftgedönseinheiten down. Ah, okay, da sind die Teile angekommen, die hier die ganze Zeit immer... Nein, nein, nicht. Auf die, die, auf die, auf die, die, die. Und zurück. Oh, als nächstes. Würde ich mal die Ion-Kanone platzieren? Ah. Ja, guck mal eine an. Ja, ja, guck mal eine an. Okay. Alles okay. Feuerhawk ist bereit. Gut. Unzureichende Mittel. Ich möchte mal wissen, wo hier was los ist. Verstanden. Einheit wird angegriffen. Es geht los. Bau abgeschlossen. Feuerhawk unterwegs. Drohnenplattform, das ist der Bauhof. Also damit kann man halt wirklich übelst gut irgendwas wegsnipern. Ich müsste mal diese Stratofalter upgrade... Ich dachte wirklich, das macht nur allgemeinen Geschwindigkeitsschub. Ich hätte nicht gedacht, dass das... Aber ich kann auch einfach damit wieder zurück. Das hat so einen schnellen... Oh mein Gott, das ist ja genial. Quickslot ist ZB7 bei mir. Okay, alles klar. Alle auf Bombenlast. Ich kann damit effektiv gesehen wirklich die Drohnenplattform wegschotten und einfach wieder abhauen. Das ist ja genial. Hm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Fliegen zum Zielgebiet. Okay. Hui. 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 Und zurück zum Aufladen. Okay, das ist mehr als praktisch. Was ist, wenn der Turm nicht mein Ziel ist? Hm, 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 hm. Wir sind startklar. Die Phasengeneratoren sind immer noch aktiv. Fliegen zum Zielgebiet. Wir heben ab. Ja, ich glaube, die haben wirklich kein Geld mehr, die Skrinden, kann das sein? Die reparieren ja auch gar nicht mehr. Darf ich mal kurz gucken? Ich fasse auch nichts an. Ich schwöre. Oh. Waa. 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 Erzählt mir nicht. Die kriegen einfach ein neues Droh. Kriege ich mein Geld zurück? Äh. Aha, ich glaube, die ist so ein Trubber. Feindliche Einheiten in sich. Boah, die haben jetzt halt einfach ewige Beförderung auf ihren ganzen Einheiten. Feierhawk angedockt und bereit. Ziel wählen. Hm. Hm, hm, hm. Hier, Feierhawk. Gut, im Falle machen wir einfach die schnelle Variante. Warum so lange herumärgern? Feierhawk ist bereit. Ich gehe hin, zerstöre die Teile und gehe wieder. Wir sind die Herrscher der Lüfte. Feindliche Einheiten. Ziel bestätigt. Nein, nein, nein. Äh, ja, okay. Da haben wir einfach mal alles weggeheatet, ohne dass es... Wenn man die direkt im Ziel landen lässt, dann... ...werden die ein bisschen häufig zerstört. Also, Nord macht hier schon echt gute Arbeit, aber... Ich meine, okay, wenn ich hier einfach nur kaputt... ...hier reinjiete mit meinen Neon-Kanonen, sollte Nord den Rest von der Erskrin-Basis kaputt machen können. Wäre vielleicht sogar besser. Wir machen im Falle auch mal hier noch einen Orca-Angriff rein. Mist. Naja, ein bisschen Schild angekratzt. Aber ja, da in die Un-Kanone rein, wäre wohl das Sinnigste in der Hinsicht. Autschieee, okay. Man darf nicht zu sehr erwischt werden dabei. Unsere Basis wird angekündigt. Ausbildung. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Aber die Dinger können nicht repariert werden, wie es aussieht. Also, sie können und die Screens machen einfach nicht. Haben sie ja mit ihrer Drone-Bartform auch nicht gemacht. Verfeindliche Einheiten in sich. Firehawk angedockt und bereit. Okay. Kein Ding. Bald haben wir die Un-Kanone. Damit wird alles gut und besser. Ich glaube, ich müsste hier mal landen, um das mal einzunehmen. Weil ich hätte wirklich schon mal gern das Blaue Tiberium. Das würde mich so boosten. Ich glaube, ich würde hier mal landen, um das mal anzunehmen. Firehawk angedockt und bereit. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Warten auf Zielkoordinaten. Alles klar. Alles okay. Firehawk ist bereit. Okay. Okay. Einheit wird angedockt. Oh. Warten auf Zielkoordinaten. Zurück zur Basis. Hab ich noch einen Sammler? Das ist ungeil. Feindliche Einheiten in sich. Nee. Der andere ist bloß ein bisschen verwirrt. Ja, Sir. Unterwegs. Der eine ist schon am Sammeln, was das Zeug hält. Mehr geht da einfach nicht. Rein theoretisch braucht man auch gar keine zwei Raffinerien mehr. Unsere Basis wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Wird repariert. Gebäude verkauft. Halte die Waffe bereit. Das hat jetzt aber nicht viel Geld gebracht. So, Dankeschön. Da kann ich mir jetzt nochmal so einen Truppe holen. Ziel wählen. Die Suche wird ein Problem werden. Das macht schon echt gut Damage. Oh, diese verdammten Buzzer. Alter, willst du mich verarschen? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. So nicht. So nicht. Die Buzzer haben mich alle gekillt. Ziel wählen. Dann komme ich eben da unten. Wir können ja eh durch Siberia mit den Zone Troopern. Was brauchen Sie? So, weg sind sie. Die waren eigentlich nie ein Problem. Roger. Geht doch rüber. Ich mach mit euch lieber später nochmal einen Hit-and-Ran-Angriff. Und hab ich lieber in Sicherheit gerne gewogen. Die haben wir ja auch noch. Okay. Läuft. Jawohl. Fragliche Einheiten in Sicht. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ausbilden. Unsere Basis wird angeglichen. Einheit wird angeglichen. Auch nein. Alles klar. Wird gebaut. Warten auf Einsatzbuffet. Landung vorhin. Vorsicht. Alles so teuer. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Trooper. Auf geht's, Trooper. Dann wollen wir mal. Was brauchen Sie? Ich regle das. Oh, das ist ja. So. Dann gucken wir mal, dass die Scrim auf jeden Fall ausgeschaltet sind. Ziel wählen. Ziel wählen. Das sollte wehtun. Okay. Nur zwei von den Tripods in den Übrigen. Die sind stark beschädigt. Okay, die können sich reparieren, aber ich glaube, das sollte den Scrim jetzt so stark mitgespielt haben, dass Snowt jetzt hoffentlich finisht. Feindliche Einheiten in Sicht. Jawohl. Was brauchen Sie? Ich muss da jetzt rüber und das Tiberium-Felder sichern. Ja. Oh nein. Ihr seid viel zu geklumpft. Oh ja. Das hätte richtig nach hinten losgehen können. Das ist Trooper. Das ist Trooper. Das ist Trooper. Suche geschaffen. Trooper stehen bereit. Verstanden. Unterwegs. Feuer frei. Ich regle das. Trooper. Einer weniger. Feuer frei. Verstanden. Beenden wir die Partie. Zeit zu geben. Unterwegs. Nagel sie fest. Och nein. Oh, es tut so weh. Hör doch auf mit der Scheiße. Ja, Sir. Jawohl. Haben wir jetzt irgendwie noch den Ingenieur dann rüberbekommen? Den ich noch nicht mal gebaut hab bisher. Boah, und das alles kostet noch Geld. Oh nein. Was kommt denn jetzt zu mir? Weil seid ihr komplett fertig bei euch? Ich meine, gut, okay. Hier können meine Sohntruppe noch ein bisschen Erfahrung sammeln, ne? Die Avatars sollte ich gut bekommen. Dann machen die nicht viel. Oh mein Gott, hat der Schaden bekommen. Danach erstmal ein bisschen ausrund. Der andere Sammler darf dann übernehmen. Nähe an uns Tiberiumfeld. Jawohl. Dann wollen wir mal. Feindliche Einheiten in sich. Ich regle das. Ach, lock die doch nicht zum... Jetzt haben die diese blöden... Nervviecher zu mir gelockt. Unterwegs. Ach nee, Nord will schon immer zu mir. Ja, nur... Hm. Na toll. Na toll. Ich hab vergessen, den wieder zurückzurufen. Sagen wir mal, jetzt reicht's aber auch so langsam mal. Vorsicht mit dem Zeug. Könnt ihr auch mal down gehen? Ich verliere gleich meinen letzten Sammler. Oh mein Gott, was passiert hier? Ja, geil. Nice und so. Jetzt sammeln die sich hier. Ernsthaft? Zeit zu gehen. Genau, sucht euch doch ein anderes Ziel. Wenn die nur da oben hingehen, vielleicht ignorieren die mich, wenn ich da unten... Ich meine, das ist da oben das Ding einzunehmen, aber vielleicht da unten Landvermesser und in der Tiberium-Raffinerie hin? Vielleicht lassen die mich in Ruhe. Man wird ja wohl träumen dürfen und so. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Unsere Basis wird angegriffen. Oh Mann. Gut repariert. Stealth-Einheit geortet. Okay, jetzt kommt ein bisschen Tiberium rein. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Lade bereit. Wir brechen auf. Jawohl. Ich regle das. Vorwärts. Dann wollen wir mal. Feindliche Einheiten in Sicht. Wir sind hier. Butze? Feuer frei. Warum Butze? Oh. Das ist nicht euer Ernst. Luke geschlossen. Kehren zur Raffinerie zurück. Abgebrochen. Jawohl. Bau abgeschlossen. Überstanden. Zeit zu gehen. Ich regle das. Einheit wird nicht. Proofers stehen bereit. Wir sind hier. Vorsicht. Packen wir es an. Wir sind hier. Aktuell tanken wir es hier ein bisschen. Korruptor. Oh, das ist schon fast, als würden die so einen letzten All-In machen. Wurden die zu verrannt von dort? Ich will es ja wohl hoffen. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Was ist denn das für eine Party hier? So kriege ich ja nie das Tiberium hier. Oh, Mann. Wird gebaut. Trooper stehen bereit. Wird repariert. Infanterietrupp. Die Phasengeneratoren sind immer noch aktiv. Ja, ich schieße die jetzt einfach Stück für Stück mit der Ionenkanone zusammen, bis ich das dann mal holen kann. Dafür habe ich sie ja, ne? Ja, genau. Ionenkanone bereit. Ziel wählen. Ionenkanone aktiviert. Was ist denn das jetzt schon wieder? Oh, mein Gott. Zum Glück kommt die nahe genug ran. Was ist das? Kommando. Ernsthaft. Okay. Okay, 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 okay. Wir haben den Punkt erreicht. Ich muss an einer Stelle laden, wo es noch nicht so verzweifelt war. Wir haben ab einem gewissen Punkt einfach Kontrolle über die Finanzen verloren. Davor ging es. Ich muss einfach schauen, dass es unter Kontrolle bleibt. Das ist hier, als ich gerade rüber wollte. Und hier habe ich noch meine Lüfteinheiten. Okay, das sieht gut aus. Das ist etwas, womit ich noch arbeiten kann. Zeitliche Einheiten in sich. Unsere Basis wird angegriffen. Trooper stehen bereit. Seine gut angegriffen. Einheit erfordert. Wichtig ist, dass ich noch meine Firehawks in der Luft halten kann. Wird gebaut. Wir sind startklar. Jawohl. Unzureichende Mittel. Einheit wird angegriffen. Unterwegs. Wir prüfen riecht. Feindliche Einheiten in sich. Wir sind startklar. Zurück zur Basis. Trooper stehen bereit. Verstanden. Unterwegs. Bau abgeschossen. Los, Jungs. Beenden wir die Party. Wir haben alles im Grill. Trooper, nagelt sie fest. Macht sie fertig. Einheit befördert. Wird gebaut. Alles klar. Wir sind startklar. Firehawk unterwegs. Jawohl. Genau, da kommen wir die Avatare. Von letztem Mal. Dabei kann man bleiben. Das war halt einfach kritisch, als ich jetzt meinen Luftstützpunkt verloren habe. Für die Firehawks. Ich denke, der noch da ist, geht's eigentlich. Wir haben alles im Grems. Dann wollen wir mal. Auf geht's, Ruma. Los, Jungs. Wir sind hier. Und ab. Unterwegs. Feindliche Einheiten in sich. Auf geht's, Ruma. Okay. Schichtwechsel. Ich würde mit den Troopern sehr, sehr gerne. Dieser drei. Das darf ich trotzdem nicht. Ich versuche euch mal ein bisschen außenrum zu schleusen wieder und hintenrum irgendwas kaputt zu machen. Vor allem irgendwas, wo diese Alien-Raum-Schiffe rauskommen. Das ist ja so ekelhaft. Ich wünsche, die würdet euch ein bisschen mehr gegenseitig angreifen. Vielen Dank. Vorwärts. Vorwärts. Zeit zu gehen. Verstanden. Wir sind hier. Auf geht's, Trooper. Feindliche Einheiten in sich. Dann wollen wir mal. Da wird immer noch gefightet. Roger. Unterwegs. Ob ich hier einen Landversmesser reingeschmuggelt bekomme? Die reagieren doch da nicht drauf, oder? Die haben sogar einen Wachstumsbeschleuniger da aufgestellt. Ach, guck mal. Die sammeln wieder Tiberium hier. Oh, okay. Die werden reagieren. Dann wollen wir mal. Los, Jungs. Nagel sie fest. Roger. Einheit geserbert. Auf geht's, Trooper. Ich regel das. Auf geht's, Trooper. Einheit wird angewiesen. Dann wollen wir mal. Los, Jungs. Ich regel das. Dann wollen wir mal. Roger. Verstanden. Ich regel... Das sieht gut aus. Damit kann man arbeiten. Das. Macht sie fertig. Verstanden. Einheit geserbert. In Höhe. Alles los, Jungs. Verstanden. Jawohl. Nagel sie fest. Habt ihr noch nicht genügend? Unsere Befehle? Was brauchen sie? Wir haben alles im Griff. Ich regel das. Dann wollen wir mal. Trooper stelle ich. War's das wert? Ich weiß nicht. Unsere Befehle? Dann wollen wir mal. Er wird's doch bestimmt wieder aufbauen, einfach. Das ist halt einfach so, dass er seinen Bauhof zurückbekommen hat. Das war schon echt gemein. Ich muss schon sagen. Das war anders wild. Jawohl. Ich meine, ich bekomme schnell nochmal Zone-Truper zurück. Ich frage mich ja immer noch, warum die... Bruderschaft hier einfach nicht durchbricht. Ich muss es doch mal probieren, bei Zeiten. Die haben mir meinen Sammler zerstört, nicht wahr? Was machst ihr denn? Repariert euch mal bitte. Oh, das ist eine Menge die Bärchen. Dann brauchen wir noch einen Transporter. Kommando wäre halt auch eine gute Idee. Kommando wäre eine gute Ergänzung zu den ganzen Zone-Truper. Dann fehlt mir aber immer noch was zur Luftabwehr. Wenn ich mich um die Skrin restlich kümmern könnte... Auf Nummer sicher gehen, Jungs. Wir sind hier. Ich regle das. Ich habe noch keine Scanner-Packs mit denen freigeschaltet. Trooper stehen bereit. Jawohl. Vorsicht mit dem Zeug. Trooper stehen bereit. Kleinigkeit. Unsere Befehle. Unterwegs. Ich glaube, manchmal sieht es nur so aus, als wären es drei. Ich glaube, es sind einfach nur zwei ineinandergeglitschten im Augenblick. Schauen wir mal, ob ich irgendwie jetzt hier noch eine Base aufgebaut bekomme. Was brauchen Sie? Es geht los. Wir haben alles im Grenzen. Auf uns ist Verlass. Nähere mich der Landeszone. Nimm das. Melde mich zum Dienst. Gebäude eingenommen. Wird gebaut. Jetzt hätte ich... Das ist einer dieser Augenblicke, wo ich wirklich gerne... Wird gebaut. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Unzureichende Mittel. Ein Baukran hätte. Lade bereit. Um schneller aufzubauen. Feindliche Einheiten in sich. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Grupper. Ich regle das. Ganz vorsichtig. Bau abgeschlossen. Wir sind hier. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Bau unterbrochen. Falsche Kaserne. Die da brauche ich. Ausbildung. Grupper. Die Ionenkanone ist auch schon eine Weile bereit. Raketentrupp einsatzbereit. Ziel wählen. Ich wümms die mal hier rein. Bau aus dem Einsatzbereit. Die Wienerlinie aktiviert. Raketentrupp einsatzbereit. Wird gebaut. Raketentrupp einsatzbereit. Feierhawk ist bereit. Bau abgeschlossen. Ziel wählen. Komm. Das kriegen wir hin, oder? Nein. Schießt kaputt. Oh, da waren wieder die Buzzer-Schwärme. Nein. Nein. Jetzt hat der eine Bombe viel abgeworfen. Oh man, das hätte gereicht. Alles klar. Roger, zurück zur Basis. Einheit wird angegriffen. Der wird mir jetzt nicht noch zerstört, oder? Oh, es ist kaputt gegangen noch. Nice. Okay, dann bleiben wir auf der Defensivstellung. Ja, hier jetzt. Ja, das meiste ist zerstört. Aber trotzdem werden die Screens nicht weiter behelligt. Das ist ganz lustig. Aber jetzt können sie keine Lufteinheit mehr machen. Oh mein Gott. Wird gebaut. Aufgepasst. Wird gebaut. Viel besser. Ich habe plötzlich Geld. Wo kommt das alles her? Gab es das schon immer mal. Bauarbeiten laufen. Endlich können wir loslegen. Bau abgeschlossen. Firehawk angedockt und bereit. Mit was ergänzen wir am besten? Ne, halt. Soundtruper holen wir uns per Dropbox. Das ist viel, viel günstiger. Mit was ergänzen wir die Soundtruper am besten? Wir bräuchten was gegen Infanterie und gegen Luft einhalten. Ich würde jetzt sagen BMTs, aber die sind halt einfach so squishy. Ja, aber trotzdem eine gute Ergänzung, würde ich sagen. Die einfach mit beizumischen. Komm, machen wir das einfach mal. Raketen-Trups noch mit dazu, ja, aber... Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Warp-Reaktion frei. Unterwegs. Unterwegs. BMT einsatzbereit. Drängen wir sich in uns. Es kann losgehen. Gruppentransporter. Haltet durch. BMT einsatzbereit. BMT, wie ist der Plan? Commander? Vorwärts. Vor allem der Kommando hat hier Spaß, glaube ich. Äh, habe ich den Kommando... Der Kommando ist ja einfach überschwärmt worden, ey. Lecomio. Ja, gehen da jetzt aber einfach drüber. Ab geht er. BMT erwartet Befehle. BMT, wie ist der Plan? Proofar sind einsatzbereit. Bereit für Angriff. Wir haben Kontakt, Sir. Machen die auch noch nicht, nicht viel Schaden. Da brauchen wir wirklich Raketen-Trups, aber... Ah, das sind diese Buzzard-Türme gewesen. Vorhin. So, Aliens weg. Die Phasengeneratoren sind immer noch aktiv. Macht ihn herzlich. Näher uns zu ziehen. Zielbestätigt. Zeigen wir sie. Zum Angriff. Unterwegs. Bereit für Angriff. Zeigen wir sie. Es kann losgehen. Phasengenerator 3, zerstört. Wir kommen. Haltet durch. Ziel bestätigt. Einheit wird angegriffen. Wird gebaut. Bauer. Firehawk ist bereit. Bring bis hinter uns. Gruppen anfordern. BMT, wie ist der Plan? Uncool. Und 9 Gruppen schlagen zurück. Uncool. Wird gebaut. Ah, der Kommando wurde aufgehalten. Sehr gut. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Wird gebaut. Wird verliebt. Diese Basis wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Ich wollte eigentlich Energie abschalten, aber was soll's. Warum habe ich ein Technologiezentrum gebaut? Einheit wird angegriffen. BMT erwartet Befehle. Halte durch. Bau abgeschlossen. Gruppentransporter. Unterwegs. Ziel wählen. BMT, wie ist der Plan? Bring bis hinter uns. Wir sind hier. Feuer frei. Lasst sie nur kommen. Es kann losgehen. Ziel wählen. Ziel wählen. BMT, wie ist der Plan? Ziel wählen. Phasengenerator 1 zerstört. Ziel wählen. Mit der nächsten Neon-Kanone sollte ich's dann haben. Meine Güte, was ist denn geburt? Wurmloch öffnet sich. So, einmal weg und dann auf den Turm und dann ist es vorbei. Gut. Wurmlöche. Das haben die schon die ganze Zeit. Wäre ja echt schade, wenn ich das jetzt einfach beenden würde und ich die gar nicht sehe. Nicht wahr? Wupsi. Ich dachte ja eigentlich, wir sind schneller mit der Mission fertig. Aber hey, immerhin hat's geklappt. Meine Güte. Aber es hat geklappt. Und jetzt gucke ich dann mal gleich danach, wie ich vielleicht den Zifferblock umbelegen kann. Wäre cool, wenn das geht. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Nice. Nur noch eine Mission. Ich würde sagen, ich bedanke mich für's Zusehen und wir sehen uns dann bei Ground Zero wieder. Bis dann. Bye-bye. Damit herzlich willkommen zum Finale unseres Schwer-Specials für Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Wir machen weiter und hören auf mit Ground Zero. Und an der Stelle wirklich vielen Dank nochmal an John Diggers. Jetzt habe ich nochmal nach dem Namen geschaut. Der mir wirklich den Hinweis gegeben hat, wie man jetzt die Quick Slots für die Gruppenselektierung auf den Zifferblock legt. Und beziehungsweise der mir gesagt hat, wie die abgekürzt werden in der Optionsdatei. Ich habe es mal kurz ausprobiert und es funktioniert. Ich kann endlich Kontrollgruppen für mich bequem festlegen und meine anderen Quick Slots verwenden. Das ist revolutionär. Ab jetzt werde ich ein bisschen besser micromanagen können. Was vielleicht für Ground Zero notwendig sein wird. Ja, wissen wir alles Bescheid hier. Ionen-Kanone, beziehungsweise hier Tiberium-Bombe, bla bla. Böse, böse. Wissen wir Bescheid. Letzte Mission auch schwer. Das könnte es nicht werden. Geht mal her. Der Kontrollknoten befehligt sämtliche Aliens. Die Nordtruppen in diesem Gebiet sind eine Gefahr für unsere Mission. Jupp, jupp, jupp. Bei den Nordtruppen müssen wir schnell drauf achten. Wir haben ja schon echt lecker Tiberium, ne? Medial versichere ich hier den Übergang. Und hier den Übergang. Neue Einheiten in sich. Warnung. Spaltgenerator geortet. Neues Bonus-Zone. Neue Einheit geortet. Ganz ehrlich. Bau abgeschlossen. Neue Bau-Zone. Wird gebaut. Ich glaube, ich brauche genug. So, und Jedi-Sturm-Bunker. Und das mit dem Turm in Rom. Ich glaube, das haben wir schon alles gelesen. Stellen Sie die feindliche Superwaffe sicher. Ja, stimmt. Das war das mit dem Erobern, ne? Hm. 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 Komm, wenn ich jetzt schon mal neue Quick-Sorts geben kann, ohne Probleme, dann mache ich das gleich mal. Zack. Komm mal ran da. Willst du mich verraschen? Wir haben schon einen Kran. Oh. Das habe ich total vergessen. Okay, das machen wir mal von vorne. Wenn wir schon einen Kran haben. Ey, ich habe da so viel Potenzial verschenkt gleich zu Beginn. Neue Bau-Optionen. Empfange Nachricht. Der Kontrollknoten befehligt. Die Nordtruppen in diesem Gebiet sind eine Gefahr. Meine Befehle. Mammut-Panzer bereit. Auf dem Weg. So, nochmal eins. Feindliche Einheiten in sich. Warnung. Spaltgenerator geortet. Neues Bonus-Ziel. Unbekannte Einheit geortet. Bau abgeschlossen. Unbekannte Einheit, ja. Wird gebaut. Geheimdienstdaten aktualisiert. Das ist ja wunderbar. Bau abgeschlossen. Neue Bau-Optionen. Wird gebaut. Wird gebaut. Ausbildung. Mal viele Raketen-Truppen für den Start. Das ist nie verkehrt. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschossen. Wird gebaut. Samia wird angegriffen. Raketen-Trupp einsatzbereit. Äh, nein. Ja. Wird gebaut. Raketen-Trupp einsatzbereit. Die Befehle. Raketen-Trupp einsatzbereit. Raketen-Trupp einsatzbereit. Einheit verloren. Neue Bau-Optionen. Raketen-Trupp einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Raketen-Trupp einsatzbereit. Raketen-Trupp einsatzbereit. Raketen-Trupp einsatzbereit. Feind-Trupp einsatzbereit. Bau abgeschossen. Auf zur Front. Ausbildung. Sammler wird angegriffen. Genug Tiberium würde reinkommen, wenn es jetzt ungestört weiter arbeiten kann. Wird gebaut. Wird gebaut. Bereit. In Richtung Nord. Viele Geschütztürme. Sollte erstmal reichen. Kampfbereit. Neue Bau-Optionen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Zündlich in die neue Bau-Optionen. Okay, okay. Wird gebaut. Predator bereit. Bau abgeschlossen. Auf Empfang. Erwarten Befehle. Moment, hier war es nochmal beide... Ah, danke für den Hinweis. Übrigens auch. Wenn man beide Maustasten gedrückt hat, kann man Formationen einstellen. Auch für Infanterie? Auch für Infanterie. Wird geschlossen. Wird gebaut. Sammler wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Völliger Bereich. Völlige Überlegenheit. Ja, Sir. Raketenkrupp aufgefahren. Wir sind bei euch. Unsere Basis wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Wird regiert. Oh mein Gott, ich habe mein Kommando verloren. Oh, shit. Das tut natürlich extra weh. Aber okay. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Neue Bau-Optionen. Sammler wird angegriffen. Vorsicht mit dem Zeug. Okay. Okay. Wird gebaut. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Mammutpanzer bereit. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Ich glaube, Mammut sind hier eine ganz gute Wahl. Wird gebaut. Das glaube ich schon. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Auf zur Front. Predator-Crew unterwegs. So, wir sind halbwegs safe. Jetzt können wir mal wirklich über die Offensive nachdenken. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Mammutpanzer. Feuer. Ja, der gute Mammut kann mal ein bisschen weiter vorrücken. Meine Befehle. Ja, Sir. Sammler wird angegriffen. Völlige Überlegenheit. Mammut einsatzbereit. Mammutpanzer bereit. Auf zur Front. Mammutpanzer bereit. Haben wir wieder einen neuen Kommando? Haben wir. Komm mal ran da. Vom echten Samm... Okay. Okay. Ich bin unterwegs. Mammut rückt vor. Mammut einsatzbereit. Wie laufen meine Befehle? Ja, Sir. Völlige Überlegenheit. Unaufhaltsam. Bin unterwegs. Einheit wird unterwegs. Mammut einsatzbereit. Mammut einsatzbereit. Okay. Positiv. Okay. Ja. Ich bin da. Bereit. An die Arbeit. Okay. Legen wir los. Unbesiegbar. Einsatzbereit. Mammut-Panzer. Okay. Zeitlich geht sich das noch ganz gut aus. Okay. Zweite Befehle. Okay. Was liegt an? Hm. Das müssen wir auch noch machen. Aber eins nach dem anderen. Ich komme. Mammut-Panzer. Schön eins nach dem anderen. Jetzt brauche ich das eigentlich gar nicht mehr. Machen wir das mal mit Firehawks dann. Ach du Schande. Was ist denn hier los? Shit. Die machen ja... Jetzt haben wir immer einen... Idiot ein bisschen zerstört. Pitbull ist einsatzbereit. Shit. Shit, shit, shit. Pitbull? Ich wollte einen Sammler haben. Excuse me. Bau abgeschlossen. Auf zur Front. Da geht's los. Die Party. Könnte ein klein wenig eng werden, das Ganze. Ja, das wird knapp. Das wird ein knapper Spaß. Firehawk angedockt und bereit. Fliegen zum Zielgebiet. Hab ihr verstanden? Ich hab das Stratofalter noch nicht abgelehnt, aber eigentlich hat der Not da keine großartige Flugabwehr abgestellt. Mammut-Panzer. Mammut hat einen vorgeschobenen Stützpunkt errichtet. War und war Klippel von Mammut geachtet. Mammut-Panzer. Mammut-Panzer bereit. Der Störsende ist zerstört worden. Können wir jetzt zu der Störsende unbedingt nennen, ne? Ich glaub, genau den hab ich letztes Mal auch gebracht, ne? Kann das sein? Ich würde es nicht mal verneinen. Mammut-Panzer bereit. Einheit wird angeblüht. Ziele hoch. Einheit befördert. Feindliche Einheit in sich. Firehawk ist bereit. Ihr Firehawk. Fliegen zum Zielgebiet. Neuer Kurs bestätigt. Der gehört mir. Der Störsende ist zerstört worden. So ist Ziel erreicht. Der Nordstützpunkt ist nicht mehr getarnt. Einheit wird angegriffen. Tiberium-Feld abgebaut. Unser Basis wird angegriffen. Mammut-Panzer bereit. Wurde verliebt. Brauchen Silos. Feindliche Einheiten... Ne, wir brauchen keine Silos. Ausbildung. Wir brauchen nur mehr Mammut-Panzer. Mammut-Panzer bereit. Das ist schon eine gute alte Weisheit. Die wusste man schon in der Antike. Einfach nur... Die haben ja nichts zu Luftabwehren, ne? Könnte man natürlich nutzen. Ich meine, ich könnte natürlich noch einnehmen, aber... Das ist ein bisschen stressig, das jetzt auf die Schnelle zu machen. Habe ich das Ding kaputt bekommen? Habe ich euch eigentlich hingeschickt? Ja, das stimmt. Ich habe euch auf zum Tempel von Nord geschickt. Dann mal nichts mehr auf zum Nord-Schutzpunkt, aber danach muss ich mich noch selbst drum kümmern. Das Thema hat man schon mal. Okay. Das war's mit diesem Spaß. Also bis jetzt läuft alles ziemlich geschmeidig, muss ich sagen. Gut, okay. Ich nehme auch vieles von meinem Wissen mit vom ersten Rand tatsächlich. Ich finde viele Sachen, die ich mich noch erinnere. Auch wenn es wieder ein bis zwei Wochen her ist, dass ich da hier gespielt habe. Kann man das irgendwie... Wir haben heute... 25.10. Wann hatte ich da... Ground Zero gespielt? Elf der Zehnte. Das sind 14 Tage... Ja, zwei Wochen sind vergangen. Hm. Aber einige Sachen merkt man sich dann doch ziemlich gut, muss ich gestehen. Feindliche Einheiten in sich. Wird gebaut. Unbesichtbar. Meine Befehle. So. Ihr macht mir mal diese Flugfelder gar kaputt. Ich will gar nicht erst, dass die mich weiter rumnerven hier. Ja, das sind die, die euch die ganze Zeit rumpatrouillieren. Da können wir nicht viel machen gegen. Wird gebaut. Da wird nichts gebaut. Ich glaube, Node macht das Ding schon für mich kaputt. Finde ich gut. Okay, so leicht werde ich Node wohl nicht los. Wird gebaut. Außer natürlich, ich schaff's zwei super Waffen gleichzeitig rein zu yeeten. Haben wir ja rein, theoretisch. Wird gebaut. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Warten wir mal eben ein bisschen mit dem Mammelkonzern. Wo ich mir noch mehr Tiberium... Initialisiere Video-Aplink. Jetzt geht das los, ja... Flüssig Tiberium-Bombe verfügbar. Kann ich die nicht einfach irgendwo anders rein yeeten? Nee, kann ich nicht, ne? Das macht keinen Unterschied. Ich meine, jetzt könnte ich die Mission einfach gewinnen. Und ich hätte es auch sehr schwer geschafft. Aber nein, nein, nein. Wir machen schon das richtige Ende. Nein, hier wird nichts gebaut. Ich glaube, ich muss das Nervenzentrum zerstören. Oder? Das ist doch, glaube ich, der Outpost von denen. Das ist der Expansionspunkt. Ich gehe da mal rüber. Auch wenn dann mal wieder Schiffe vorbeikommen, aber es wird schon irgendwie funktionieren. Unzureichende Mittel. Funktionieren die Luftfilter? Einheit wird angegriffen. Zeitliche Einheiten in sich. Meine Befehle. Mammut rückt vor. Auf dem Weg. Auf zur Front. Und aufhalsam. Meine Befehle. Rücke vor. Bereit. Auf zur Front. Auf dem Weg. Los geht's. Mammutpanzer bereit. Ja, das macht Aua. Die Rehgans. Löscht sie aus. Bin unterwegs. Mammut rückt vor. Macht sie fertig. Auf Wiedersehen. Greife an. Einheit wird fördern. Ah ja, jetzt kommt die Nummer wieder, ne? Ich kenne das mittlerweile. Alles klar. Bereit. Nix da. Ich komme. Auf sie. Rücke vor. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück. Unbesiegbar. Auf zur Front. Jawoll. Mammutpanzer. Ja, Sir. Oh, nicht so jawoll. Uuuuh. Auf zur Front. Auf dem Weg. Mammut, ja, Sir. Bereit. Jetzt ist die Frage, was sollte ich fokussieren? Die Skrin oder not? Bereit. Ausgeben. Mammutpanzer bereit. Der baut trotzdem weiter auf. Wahnsinn. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Ja, Sir. Ich komme. Wird gebaut. Mammut. Aktuell lenkt not ja noch die Skrin ab, ne? Und not greift mich nicht großartig an. Wir müssen jetzt nur noch den Turm zuschneiden. Obwohl, wir müssen auch not besiegen, ne? Obwohl, welche Reihenfolge? Ich mache es eigentlich egal. Ziel wählen. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Rückmannspalt. Spaltgenerator abzuwählen. Uuuuh. Nicht schlecht. Mammutpanzer bereit. Unbesiegbar. Auf zur Front. Da haben wir doch noch einen Blitzturm aufgestellt. Verstanden. Alles okay. Feuerkurs bestätigt. Ach stimmt. Ich wollte ja schon seit Ewigkeiten jetzt hier in der Tiberium-Raffinerie haben. Wollte ich schon immer mal haben. Völlige Überlegung. Mammut rückt vor. Auf zur Front. Ja, Sir. Gut. Einige der Sammler hier können mal da mit sammeln. Dann haben wir ja auch ein bisschen bessere Regeneration. Wir haben nicht den Luxus des Grimmers, dass wir so Wachstumsbeschleuniger reinknallen können. Unbesiegbare Überlegung. Aber das Kaffee ist eigentlich schon immer da. Auf zur Front. Hm. Genug Ressourcen reingesteckt. Könnte ich doch garantiert. Das wird gerade extrem in Ruhe gelassen. Mammutpanzer bereit. Ungeeigneter Bauplatz. Ausbildung. Wird gebaut. Hm. Ausbildung. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Firehawk angedockt und bereit. Wir sind startklar. Klassische GDL-Doktrin. Es gibt nichts, was sich nicht mit Mammutpanzern lösen lässt. Ja, Sir. Unzureichende Mittel. Oh, jetzt sammeln die alle hier. Wollen wir schon fast wirklich noch eine zweite Raffinerie zum Abgeben. Sage niemals Raffinerie. Nie. Faltliche Einheiten in sich. Raffinerie. Nie. Mammut, einsatzbereit. Völlige Überlegheit. Meine Befehle sind unterwegs. Hui. Ja, Sir. Ja, Sir. Können ruhig mal ein bisschen befördert werden hier. Kommen Sie zu mir oder gehen Sie in die Richtung Skrin? Faltliche Einheiten in sich. Auf zur Front. Einheit wird angegriffen. Unser Busses wird angegriffen. Feuerhawk angedockt und bereit. Wird reblieben. Mammut, einsatzbereit. Mammut, einsatzbereit. Völlige Überlegenheit. Unzureichende Mittel. Ausbildung. Aber ja, ich kann da noch ein bisschen warten und dann einfach doppelt, doppelt die Lieders machen auf den Bauhof und dann ist gut. Feuerhawk angedockt und bereit. Gleichen Spaß müssten wir noch bei der Alien-Basis machen, mit der Alfa bei ihrem Diadronen-Zentrum. Ja, Sir. Wenn ich hier stark genug reinbreche, könnte das vielleicht auch so funktionieren. Gucken wir mal. Wo kommt das ganze Zeug her? So, da ist nochmal eine Drohnenplattform. Wenn wir die kaputt bekommen, ist gut. Was ist das? Das muss das Tiber-Flussbrett sein. Dürfte schwierig werden, die Infatrien in das blaue Tiberium zu bringen. Was für Spaß. War übrigens auch Kent's Lieblingskinder-Serie, die Tiber-Brüder. Kennt ihr mal noch die Beaver-Brüder? Oh mein Gott. Ist gar nicht so ein bekannter alter Cartoon, aber ich fand ihn lustig. Vielleicht mal die Sachen außenrum auszuschalten, bevor es weitergeht. Es soll ganz, ganz gut helfen, habe ich gehört. Bevor wir da durchbrechen. Das ist ja immer die Verstärkung, die da jetzt mal spawnen. Wieso? Wahnsinnig. Jetzt, wo ich weiß, wie ich die Mission von Anfang an angehe, gut, ich möchte jetzt den Tag nicht vom Abend loben, aber nachwärtigem Stand ist die Mission für mich leichter als auf normal. Einfach, weil ich von Anfang an gleich wusste, worauf ich achten soll. Das macht schon einen großen Unterschied, muss man sagen, an der Stelle. Feuer! Bin unterwegs! Macht sie platt! Los geht's! Unaufhaltsam! Ja, Sir. Greife an! Rücke vor! Mambo drückt vor! Ausbilden! Ausbilden! Okay, dann können wir gleich loslegen. Wo kommst du mal runter? Hm. Mammut-Panzer bereit. Feindliche Einheiten in sich. Mammut-Einsatz bereit. Mammut-Einsatz bereit. Sie müssen aufpassen, dass ich nicht aussehends auf die Flüssig-Tiberium-Bombe drücke. Stell dir mal vor, das mache ich so aus, dass ich es kurz verändern. Ich hätte nicht ein einziges Mal gespeichert. Das wäre so ein richtig geiler Moment einfach da. Mammut-Panzer bereit. Ja, Sir. Du siehst es einfach und sagst, ich bin raus. Auf Wiedersehen. Mammut rückt vor. Einfach so viel anderes, das gibt es auch nicht. Ich glaube, ich habe den Gegner einfach nicht die Zeit gelassen, jetzt hier so diesen Überaufbau zu machen. Ziel wählen. Mammut-Einsatz bereit. Mammut-Einsatz bereit. Ich mache jetzt den hier. Jeden Kalonier aktiviert. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Bestanden. Ihr habt es. Bomben, ja. Ah ne, ich habe nicht das komische Stratofighter-Abgeordnete. Nein! Aber er repariert nicht. Ziel wählen. Einheiten erhalten. Bereiten Bomben ab. Wovor. Dann kann ich nämlich den Spaltgenerator woanders rein sammeln. Und zwar einfach hier direkt so rein. Feindliche Einheiten in sich. Einheit verloren. Einheit wird angegriffen. Okay, die kamen nicht durch. Alles okay. Einheit befördert. Das könnte ich rechtzeitig hinbekommen. Vorwärts zum Kontrollknoten. Wir müssen ihn zerstören. Bin ja dabei, bin ja dabei, bin ja dabei. Realisiert. Unsere Basis wird angegriffen. Was sagt denn mein Upgrade? Mhm. Ich kam zu spät auf die Idee, das so zu machen. Einheit befördert. Warten auf Zielkoordinaten. Es geht los. Feindliche Einheiten in sich. Ich erledige das. Herfen. Yes. Tschüss. Genau deswegen wollte ich mir die andere Superwaffen noch aufsparen, um so einen Schüssel zu machen. Ah, das... Dieser Instant-Einschlag ist übel. Da kannst du nicht mal wirklich ausweichen. Angegriffen. Oh, was kommt denn da alles? Oh, mon dieu. Rückwärtsgang und zurück. Ja, Not ist eigentlich aus dem... Obwohl... Okay, es ist gegen... Gegen... Gebäude macht das nicht so viel Schaden, wenn man meinen mag. Also, Not ist nicht ganz aus dem Spiel. Aber sagen wir es mal so, aus dem Spiel genug. Oh, jeder. Jetzt kommt... Jetzt geht's aber jetzt. Jetzt geht's los. Oh, da müsst ihr jetzt aber groß hier. Mag sein, dass ich jetzt vielleicht meinen Einheiten verliere. Aber ich hab beim Gegner einfach alles mitgenommen. Das ist gut. Die Skrinnen können abseits von ihren gespawnten Truppen jetzt nichts mehr machen. Oh, halt. Da. Da. Da ist noch ein Gebäude. Das muss noch weg. Dann können die nichts mehr machen, außer ihre... Ihr aus den Nichts gespawnten Truppen daraus zu pulvern. Ja, Sir. Macht sie fertig. Mammut-Manzer. Mammut-Manzer. Feuer. Sammler wird an. Rücken vor. Rücken vor. Auf zur Front. Mammut-Urücken vor. Wird gebaut. Ja, Sir. Mammut-Mammut tätig. Okay. Gut genug. Mammut-Panzer bereit. Mammut-Panzer bereit. Bereit. Und da ich jetzt eigentlich Not schon zerstört habe, kann ich meine gesamte Mammutpanzerflotte von hier eigentlich damit hochschicken, weil das ist der Rest, der macht sich von selber. Zurück, zurück, zurück. Rückwärtsgang, rückwärtsgang. Dieses Driften, dieses Rückwärts, ist echt ulkig. Nice, jetzt machen wir das hier. Und da kommt meine Flotte. Wir müssen jetzt bloß noch das Ding zustimmen. Ich glaube, wir haben keine großartigen Nebenziele mehr, die wir noch machen sollten. Oder Geheimdienst, ich bin mir unsicher. Ganz ehrlich, auf dem Weg sind eh keine Gegner mehr. Wir kümmern uns noch schnell im Nord. Ja, guck mal, was die hier noch alles haben. Oh. Ja, das war für nichts. Ich müsste alles auf eins setzen. Die haben da wirklich eine ganze Menge gesammelt. Na egal, wir gehen durch. Wir machen das Ding kaputt. Nachhut. Gemein. Wir werden jetzt am Ende sehen. Ich speichere nochmal. Mach die Blitztürme gleich kaputt. Ich mach das hier sauber und ordentlich. Kein Grund zum Raschen. Ich meine, ich rasche hier zwar schon ein bisschen, aber ich schaue, dass ich nichts übrig lasse, was mir jetzt hier sehr viel Schaden verursacht. Down. Down. Der hintere kann stehen bleiben. Ich glaube, der erwischt mich von Jäges gar nicht. Was soll jetzt aber bei allen hier drauf zu schießen, bevor... Können die Unverwürfbarkeitsschild noch machen? Haben die gar nicht. Das ging jetzt echt ziemlich geschmeidig. Wie gesagt, besser als bei normal. Einfach, weil ich früher Druck gemacht habe auch. Zumindest früher die, ähm, richtigen Schraubenschlüssel ins richtige Gesriebe geworfen habe. Beim Gegner. Auch wenn Nott überraschend passiv war, muss ich sagen. So, die Sequenz wollte ich nochmal gesehen haben. Und haben wir alle Nebenziele und so? Weil bei Nott, klar, hätte ich vielleicht noch alles kaputt machen können, aber das war... Ja, das war komplett optional. Wir haben's. Wunderbar. GDI Sieg. Da stand's so schön. Alles klar. Wir haben GDI komplett auf schwer nachgeholt. Wir haben nur ein einziges Bonusziel nicht erreicht bei dieser einen einzigen Mission. Also eher Geheimdiensteintrag. Ne, es war doch ein Bonusziel. Aber ich glaube, das ist doch zu verkraften. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war jetzt ein ziemlich langes Special. Ich mach's, glaub ich, wirklich in eine Folge rein. Und dann sehen wir uns, wenn's mit der Nott-Kampagne weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Und dann natürlich für die Bruderschaft.